So, Hallöchen Leute, willkommen beim Stream, es geht los und mit mir gammelt hier gerade der Trappel rum. Hallöchen. Ja, und wie der eine oder andere Chat schon mitbekommen hat, noch sind die Server der globalen Version nicht wieder da, aber das ist nicht allzu wild. Ich habe in der europäischen und der japanischen Version gut was zu tun und ja, von daher gibt es da gut was zu tun. Und ich hoffe, dass erstmal das Wichtigste überhaupt ist, wie ist die Musik, denn die kann ich schwer einschätzen. Er sagt mir zwar, ich bin durchgehend am senden, aber ich verlassen mich da ungern auf ihn nach dem letzten Video, von daher bitte Feedback zur Musik. Denn wenn die nicht passt, werde ich die gleich wieder umdrehen. Beziehungsweise halt dann einfach Musik von Winamp einblenden lassen aus dem Spiel. Da muss halt ein bisschen getestet werden. So, ich glaube in einer Stunde habe ich das Spiel auch installiert. Sehr schön, du bist ja so gut. Ja, ansonsten, bis die Server wieder da sind, werde ich hier ein bisschen japanisch und europäisch spielen. Wir können hier immerhin uns den Minikampf mit Maxwell leisten. Denn ich habe hier noch nicht gegen Maxwell gekämpft. Also in dem Quest Maxwell. In Winik laut. Das Problem mit der Lautstärke ist also, ich kann die Musik schlecht leiser machen, weil dann hört man sie gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen so runterdrehe. Ja, dann setzt der halt wirklich zwischendurch einfach aus. Und das ist natürlich auch Kanker, das soll ja nicht sein. Ich hoffe mal, ich kriege das halbwegs auf dem Level hin, das Vertretbar ist. Mir fällt gerade eigentlich auch natürlich prompt vergessen, ein zweites Video zum Jetzt-Hochladen zu machen, das mir sagt, es ist jetzt live. Machen wir jetzt einfach so, dass ich das alte Video einmal lösche und dann nochmal neu hochlade. Damit auch möglichst jeder es mitbekommt. Und ja, wie gesagt, ich kann mich währenddessen hier zumindest in der japanischen Version der Max machen. Ich kann gleich in der europäischen Version auch mich auch ein bisschen beschwören. Da sind nämlich heute Dilma und, wie heißt er denn, Logan und Rachel bekommen. Haben also ein bisschen was an Möglichkeiten, die Zeit-Tour zu schlagen, bis die Server da ist. Ich bin nebenbei auf Reddit am gucken, wann die Server da sind. Wir können hier sogar einen befreundeten Maxwell mitnehmen, sehe ich gerade. Bisschen lustig, machen wir das mal. Den L913 scheint auch als Mindest aus der Europäischen Version zu kommen. Und keine Sorge, wir werden jetzt am Anfang quasi dann auch erstmal den Kleinkram machen, damit er auch schön da ist, dass wenn Maxwell da ist, auch wirklich jeder von euch das mitbekommt. Und der Kampf da losgeht. Ich bin unheimlich gespannt. Ich bin heute am ganzen Tag schon meiner Freundin voll auf die Nerven gegangen. Ist das Video noch bereit? Und dann würde ich sagen, den kleinen Kampf hier können wir jetzt schon mal machen. Also das ist quasi nur zur Zeitvertreibung, weil ich den hier tatsächlich noch nicht gemacht habe. Bin hier gerade mal so weit, dass ich The Four Four Pillar gemacht habe, weil ich da über Level farmen will. In fieser Weise ist es in der japanischen Version ja so, ich kann da im Gebiet, das ich noch nicht gemacht habe, kein Auto-Battle machen. Von daher muss ich die Dinger noch alle selber kämpfen. Und eigentlich sollte auch der Titel vom Stream angepasst sein. Ich weiß nicht tatsächlich, ob das der Fall ist, aber bei mir heißt das Ganze eigentlich mittlerweile Brave Frontier Maxwell Hype. Aber ja. Und DiscoVitos hat die globale Version sehr gut. Ja, ich kann jedem auch, also gerade weil ich ja weiß, es gibt hier viele, die die europäische Version spielen, nur empfehlen, probiert auch die globale aus. Die hat unheimlich viel mehr Content. Vor allem, seit es dort heißt, man kriegt alle drei Minuten Energie wieder aufgeführt. Ich spiele jetzt ja immer über meinem Handy und streame auch darüber auf. Und habe mir einfach mal aus Spaß und der Freude dann für die globale Version einen zweiten Account erstellt, wo ich einfach nur Free-to-Play spiele und ein bisschen Wachen einfach mal nebenbei spiele. Und habe dann die Level-Up-Campaign, die jetzt am Anfang war, mitgenommen. Und habe irgendwie innerhalb von kürzester Zeit mich auf Level 35 oder sowas hochgespielt, eine Miku gefarmt und dann beim Beschwören einmal Glück gehabt. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Das geht super schnell. Und ja, natürlich, was man auch nicht vergessen hat, neben Maxwell kommen noch einiges mehr. Wir kriegen heute noch Stats, Imps und Sphärenfrösche. Sprich, die richtig coolen Dinge. Sphärenfrösche, für die, die es nicht kennen, sind eine Möglichkeit, direkt mal die Stats, die Einheit zu möglichen Sphären zu benutzen. Und zwar nicht nur eine, sondern zwei, was ziemlich geil ist in meinen Augen. Weil, ja, einfach Doppel-Effekt. Ich kann einen Leguan-Gem draufpacken für 25% Erdmehrt-Gebote und nochmal einen Soul-Generator für mehr BB oder einen Evil-Shard. Also da gibt es halt dann dementsprechend gute Möglichkeiten. Und die Stats, Imps, offiziell heißen sie, soweit ich weiß, Fantasy-Demons. Ich habe auch irgendwo, glaube ich, hier die offiziellen Patch-Notes noch da. Dass man mal schauen kann, wie Gumi selbst die bezeichnet. Die können, erlauben es einem halt, Einheiten weiterzuleveln. Nicht weiterzuleveln, also die Attribute weiterzupushen. Was ziemlich cool ist. Und, trinkt dein Wasser? Ja, man kann die Japanisch-Version auf dem Handy auch bekommen. Und zwar benutze ich dafür eine, also ich mache es mir recht einfach, wenn ich die installiere. Ich gebe bei Google ein Brave Frontier, Japan und Download. Und, beziehungsweise APK kann man, glaube ich, sogar machen. Ne, genau, Download reicht. Dann landet man auf dem Facebook-Post von Ushi. Der große Streamer dafür. Und da gibt es den Link zur Qo-App. Ich werde da direkt die, ich verlinke mal seinen Post. Die Qo, äh, Qo-O wird die geschrieben. Das ist eine App, die dann, die man sich halt installieren sollte. Das geht Problem muss. Am besten auch die englische Version auswählen davon. Und dann kann man darüber Brave Frontier installieren. Dann einfach hier installieren. Und wenn Updates möglich sind, äh, die dann ändern, die Musik etwas anderes probiert. Ich kann die Musik tatsächlich, also ich, wenn ich die Musik weiter runterdrehe, dann hört ihr die Musik nur, während ich rede. Ähm, finde, also die, ich, ja, es gibt zwei Optionen. Und entweder ich lasse es so und versuche laut genug zu reden, dass ich so zu hören bin. Oder wir steigen darauf um, dass ich ja den In-Game-Sound ausmache. Und, äh, die Hintergrundmusik über Winamp einspielen lasse. Da könnt ihr euch gerne ja mal in den Chat jeder einmal äußern, was er davon hält, was ich persönlich lieber ist. Spielmusik, äh, mit der Lautstärke oder leisere Musik aus Winamp. Also ich höre die Musik sauerhaft. Jaja, du würdest sie dann auch nicht mehr hören. Also ist mir schon klar, wofür du bist. Also, ja, bitte, liebe Zuschauer, einfach mal in den Chat posten, was euch da lieber ist, dann werde ich das dementsprechend machen. Ansonsten, ja, äh, das Level zu Maxlo hier ist natürlich unheimlich wenig spannend, weil ich da erstmal nicht viel machen muss. Imp-Units heißen sie, okay, offiziell. Ach, heiser. Äh, ich hab morgen den nächsten Stream, das schaff ich schon. Ich muss nur zwischendurch genug trinken. Ja, und du hast sogar gesagt, du bist dabei. Ja, kann ich dann eigentlich, äh, ist das wieder Team? Ja. Hm, das ist perfekt, Kobi. Aber das Spiel an sich hab ich. Sehr gut. Ja, wenn die Server da sind, äh, sag ich Bescheid. Ich werd das auch, wobei ich kann. Ja. Heilig und Rexa. Ähm, es, es meldet sich genau einer zur Soundout-Stärke. Also halten wir uns an das, was er sagt. Und er sagt, er möchte gerne, ähm, win M. Also, was ist ruhig? Ach, schön. Dann kann ich mir erstmal sicherstellen, dass ich dich wieder vernünftig höre und dann machen wir einfach mal Musik an. Und haben dann da ein bisschen Hintergrundbeschreibung davon. Ich benutze nebenbei mal Andiroid. Wenn es sieht, der kann schon aufpoppen, um nebenbei schon mal zu testen, ob die Server wieder da sind. Hihihi, tricky, tricky. Ohoho. Und hab, hab ich noch mal ein bisschen mit den Kabeln rum. Oh, man hört das nicht allzu laut. Was sagst du, die Kabel sind zu laut? Halt die Schnauze. Okay, ich gebe zu, das hab ich als erstes nicht gesagt, aber... Ach, schön. Oh, ein Metal Ghost, nehm ich. Nein, Server sind immer noch nicht wieder da. Meh. Zaurei. Ja, eigentlich sollten die Server seit zwei Stunden wieder da sein. Angesetzt war, äh, 8 Uhr PST. Ich hab hier irgendwo die PST-Uhr noch da. Das ist mittlerweile 10 Uhr 11. Ah, Gizmo, das kriegen wir morgen sicherlich hin. Ähm, ja. Server sollten eigentlich derzeit wieder da sein. Es wurde aber bisher nur gepostet. Sie sind noch nicht wieder da. Hilft leider nur abwarten. Ne, ich komm auch noch nicht drauf. Leute spielen auf, äh, Reddit schon wieder bekloppte Spiele, um sich die Zeit zu vertreiben. Werden alle auf den Server warten? Aber ja, wir konnten jetzt hier so lange die Zeit tot schlagen. Ähm, Teg hat mir geschrieben, um 20 Uhr muss ich halt dann kurz rüber, ne? Ja, kein Problem. Ich hoffe mal, dass... Nochmal 15 Wins in Folge. Da muss man sich schon gut anstellen. Und, äh, Rexha, vom Stream die Grafikqualität geht, das runterstellen geht nur, wenn genug Leute zugucken. Momentan haben wir 18 Zuschauer. Dafür wird das wohl nicht rechnen. Ich glaub, man muss auf 50 Zuschauer kommen, damit man die, äh, Streamqualität runterdrehen darf. Dass man halt hoch oder runter anpassen kann. Sonst bleibt es bei dem, was ich halt habe. Und was, äh, Twitch automatisch daraus machen will. Das Gemeine ist, ich kann mich jetzt noch nicht mal hinstellen und irgendwie schon mal Teams für Maxwell oder sowas vorbereiten, weil ich ja nicht mehr ins Spiel reinkomme. Ich kann so viel Zeit dabei zubringen, aber nein, geht eigentlich nicht. Jetzt fehlt mir grad die Musik. Ich mach mir eigentlich einen Moment. No. Und ja, Server-Maintainance-Probleme sind immer noch da. Genau. 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 Ach, nö. Ach, hallöchen Jamal. Willkommen im Stream. Auch für dich und für alle anderen, die jetzt mit der Zeit zuschalten, die Info, die Server sind leider noch down. Das heißt, noch kann ich nicht, äh, mich um Maxwell kümmern. Und wir machen hier gerade in der japanischen Version, die kleine Version des Maxwell, weil ich halt sonst noch nichts zu tun habe. Äh. Also von daher kann ich da momentan nicht viel machen. Und ja, das Chat-Plugin funktioniert. Tatsächlich ist das bei Brave Frontier ziemlich zuverlässig. Bei World of Tanks würde mich das immer trollen. Okay. Das will dir was sagen. Aber das Gute ist, ihr könnt alle gemeinsam mit hier warten und mich beschäftigen, bis die Server wieder da sind. Könnt ihr die Zeit zum Beispiel gerne nutzen, weil ich weiß, es gibt immer wieder welche, die Fragen zu ihren Spots haben. Was könnt ihr mir das gerne stellen? Da haben wir die Zeit, ja. Und mir danach erklären, was das überhaupt alles ist. Ja, dafür kann man das dann auch nutzen. Auch wenn ich glaube, du wirst damit heillos überfordert sein. Und das wird mir ganz viel Spaß bereiten. Oh ja. Ich? Ja. Alles ist nicht bisher. Wir haben Connection verloren. Aha, interessant. Ist gar nichts. Bis hier, warte. ein Kabel abgucken lassen. Schreck. Wild ist tot. Einen Moment. Ich werde mal nachschauen, was da passiert ist. Ich weiß nicht. Hm. Interessant. Tobias, morgen gibt's W.O.T. Bis später, Gizmo. Guten Appetit dir. Das hatte ich bisher auch noch nicht, dass mir das einfach zwischendurch abgebrochen ist. Auch ohne keine Aufnahmen. Und da ist das Geräusch, das wieder los. Und, äh, Bild ist wieder da. Sehr gut. Äh, nein, das war das falsche Bild. Das Bild, das heißt, Lollmann, wegen dem, äh, gekauften Gems, musst du dir keine Sorgen machen. Die, das Event, die Eventzeit wird verlängert, um die, die Zeit, die jetzt die Server down sind. Das heißt, wenn die Server jetzt noch insgesamt, bisher sind sie acht Stunden down, weiter wird das, die Eventzeit, die ja angesetzt war, nochmal um acht Stunden verlängert. Das heißt, wenn der, wenn der, der, die Serverlauf, oder das Serverproblem vorbei ist, wird es danach nochmal so lange, wie die Server down waren, auf jeden Fall Zeit geben, zu beschwören. Also, von daher kein Problem. Äh, kannst du das alles ohne Probleme machen? Äh, und, äh, Jamal, ich persönlich finde nicht, dass sich Garland lohnt. Äh, es gibt ihn halt bisher hier nur als Fünf-Sterne-Form, in der europäischen Version sogar nur als Vier-Sterne-Form. Und damit ist er einfach nicht so stark. Er wird irgendwann seine Sechs-Sterne-Form bekommen. In der japanischen Version gab es da von den Elemental Heroes die Sechs-Sterne-Form. Da ist er dann nett. Aber das wird so lange dauern, dass ich darauf nicht bauen würde. Also, das kann sich, also, das dauert einfach noch zu lange. Da würde ich mich noch nicht hinstellen und, äh, jetzt schon dafür beschwören. Oder jetzt dafür Einheiten einsetzen, sondern würde halt sagen, so, okay, das macht man dann, wenn er da ist. Oder bis dahin kann, also, behalt ihn. Auf jeden Fall behalten. Aber halt nicht jetzt extra reinpowern. Da gibt es einfach momentan stärkere Einheiten. Und ja, wir haben hier die kleine Version von Maxwell. Und werden den jetzt an die Wand klatschen, hoffentlich. Wir greifen mit dem Maxwell Freund an. Danach mit DualSGX, sollte die perfekte Kombination für Crit-Schaden haben. Dann Sellnight für ein paar Boosts und dann klatschen wir mit allem anderen zu. Und schauen wir mal, wie viel Schaden wir machen. Ähm, und nein, ist der Like, ich habe den Tock-Auftrag noch nicht fertig. Ich bebrauchte, glaube ich, noch drei Tage oder sowas. Ich war dazwischendurch ein bisschen faul, aber da es da ja auch nur, für mich nur ums Gold bekommen geht, und ich bin ja auch nicht so, wenn ich den Tock selbst bin, ich da recht entspannt. Ähm, und Kumbak-Master, was, äh, was ist es, wenn es darum geht, Raschiel, Dilma und Logan zu beschwören, nur wenn man, wenn man sich auch Gems kauft, und für's, quasi bereit ist, fürs nächste Event wieder welche zu kaufen. Wenn, wenn du free-to-play bist, und dir, würde ich dir empfehlen, die Gems zu sammeln, denn, äh, nach dem Batch kommt die Gruppe um Liara, Liron und Olu, Olu ist unheimlich wichtig zu haben, und bei der Gruppe jetzt, Dilma und Logan sind nett zu haben, mit denen kann man was machen, also die können schon was, äh, aber ich persönlich finde sie nicht in Oberhammer, da würde ich dann eher auf wichtigere Einheiten warten, und Raschiel finde ich einfach scheiße. Ich glaube, du sollst nochmal das sagen. Ja, Lollmann hat, meine Aussage war, dass ich persönlich nicht finde, dass es sich lohnt, Galant zu leveln, weil, also zumindest momentan, er wird seine 6-Sterne-Form erst später bekommen, in der japanischen Version ist sie jetzt rausgekommen, das wird also auf der europäische irgendwie locker noch einen Monat dauern, vielleicht auch zwei, und dementsprechend würde ich ihn jetzt nicht leveln, weil wenn er, wenn sie dann rauskommt, kann man sich hinstellen und ihn kurz davor aufleveln, um ihn dann auf 6-Sterne-Form zu bringen, dann kann er was, aber ansonsten, meh, ne, er ist als 5-Sterne-Form einfach nicht stark genug. Und ja, wir haben die kleine Version von Maxwell verprügelt, ne Mimik, zwei Metal Ghosts, das ist immerhin schon mal nett, kriegen hier auch ein Gem dafür, dass wir das abgeschlossen haben. Ich werde gleich auch auf der europäischen Version ein bisschen beschwören, zweimal kann ich, glaube ich, und dachte, aber werde das jetzt nicht direkt am Anfang machen, sondern dann ein bisschen später, in ein paar Minuten, denn, dann, und ja, währenddessen müssen wir uns hier Story antun, denn ich möchte, dass möglichst viele da sind, die dann auch was davon haben, sich das anzugucken. Das Gute ist, die Story kann man in der japanischen Version ziemlich schnell wegklicken, einfach mal die ganze Zeit mit dem Finger Dauer klicken. Hallöchen, Dragon18, willkommen im Stream, ich hoffe, du hast deinen Spaß. So, was sind immer noch da? Sehr schön, das ist sehr praktisch, dass du das noch zwischen dir für mich nachguckst, da habe ich vorher noch nicht mal daran gedacht, dass du das damit ja machen kannst. Und hier. Tatsächlich wärst du auch der Erste, hier aus dem Team, also wirklich aus dem Teamkreis, der bereit ist, Brave Frontier zu spielen. Die anderen haben sich das alles ja noch nicht anprobiert. Tja. Ich wusste noch nicht mehr, was das ist, als ich gesagt habe, ich stream gleich Brave Frontier. Das war lustig. Ja, das dachte ich mir auch. Was streamst du? Genau. Ach, cool. Blablabla, du kannst nicht zufällig japanisch mit Synchron übersetzen, was die da gerade reden, oder? Äh, nee, noch nicht, noch nicht. Japanisch lerne ich erst. Dragon, das freut mich. Ich bin ja wie gesagt auch schon auf den Maxwell-Hype gespannt, aber leider sind die Server noch nicht wieder da. Meh, müssen wir halt noch ein bisschen warten. Und trinkt dann Wasser. Ich persönlich finde Eric nicht so cool, denn er hat nur einen Random-Target-Angriff, auch als Super Brave Burst. Er macht unheimlich viel Schaden, also er hat einen sehr guten Modifikator, was seinen Schaden angeht, womit man halt mit ihm wirklich gut Damage machen kann. Aber er macht halt in dem Sinne nicht konzentriert Schaden. Gegen Bossgegner kann man ihn ja schon einsetzen. Aber ich persönlich mag ihn halt nicht. Also für mich ist Eric so von, ja, wenn man halt nichts Besseres zu tun hat, kann man Eric nutzen, aber toll ist was anderes. Jetzt hab ich Durst. Dann trink etwas. Ja, Moment. Also, Hang Chen, ich kann's bisher noch nicht beurteilen, ich hab's ja noch nicht probiert, aber, die erhöhte Chance soll da sein. Es kann halt auch Pech sein. Bei den Players' Choice, die jetzt ja waren, da hab ich auch viel Pech gehabt. Das wird man in den nächsten Tagen als Video sehen. Da hab ich mich unheimlich geärgert, weil ich nur unpraktische Sachen bekommen hab, die ich nicht haben wollte. Und dementsprechend pisse ich mal hinterher. Aber ist halt immer noch Pech. So, jetzt hab ich ein bisschen Wasser. Ähm, äh, ja, Jamal, tatsächlich klingt das eine ziemlich lustige Sache, aber, also mein Kameramann, der Trappel, der sitzt nicht tatsächlich hier neben mir, der ist nur im TeamSpeak, äh, mit hier, äh, im Channel. Das heißt, der kann nicht mehr eben vorbeikommen, wenn man mit mir, äh, Meco und Uschi, wie du es sagst. Ich persönlich fände die Idee sehr lustig. Vielleicht bringe ich irgendwann mal meine Freundin dazu, bei sowas mitzumachen. Äh, so ein Battle, aber, ähm, der kann, äh, ich weiß noch nicht mal, wo du wohnst, Trappel. Ich hab auch nur die Hälfte verstanden. Das ist okay. Äh, äh, du als mein offizieller Kameramann wurdest gerade dazu, wurde, es wurde darum gebeten, dass wir doch mal ein Beschwörungsbattle machen, wo wir uns zusammen hinsetzen und dann beschwören und darum betteln, wer die besseren Einheiten bekommt. Was auch immer, ein Beschwörungsbattle ist gerne. Ähm, im Spiel gibt's halt sogenannte Beschwörungen, da, dafür musst du halt Edelsteine einsetzen, die man am einfachsten durch Geld ausgeben bekommt und kriegst dafür dann Einheiten, halt verschieden gut. Und, in den meisten Fällen, äh, ist man hinterher ziemlich frustriert, weil man nicht genau das bekommen hat, was man haben wollte. Und von daher, äh, kann man da halt lustige Sachen draus machen. Es gibt da welche aus dem japanischen oder asiatischen Raum, ich glaub, Indonesien, ich vergesse es immer, was sie sind, äh, die da, sich dann quasi battlen. Und jetzt krieg ich hier wieder Story vorgesetzt, und zwar diesmal die langsame. Äh, was eigentlich schon ziemlich lustig ist. Ich hab da viel Spaß dran gehabt, mir das anzugucken. Und, äh, lol, man, Maxwell ist, so, um Maxwell auszubesiegen, braucht man schon ein bis zwei Trupps, sechs Sterne Einheiten, voll ausgebaut. Sprich, zumindest Super Brave Burst auf mehreren Stufen und, äh, gut, und levelt auf 100 Prozent. Also, da muss schon einiges her, äh, damit man da mal eben so sagen kann, ich klatsche dir jetzt. Ich befürchte, dass auch mein Trupp dafür es immer noch schwer haben wird. Ich hab ja einen sehr starken Trupp. Und guten Abend, Legend. Stimmt, du weißt gar nicht, wo ich wohne. Mhm. Stimmt, ich hätte gerade noch mit dir geredet, da war etwas. Hm. Und, äh, ich hab das mittlerweile, als ich so ohne, äh, aufnahm beschworen hab, mal probiert, zwischendurch was anderes zu machen, zum Beispiel eher eine Beschwörung. Das Ergebnis davon war, dass tatsächlich, äh, die Beschwörungsergebnisse immer noch scheiße blieben. Da werde ich mir also was anderes überlegen müssen, was der große Geheimtipp ist, damit man beim Beschwören mehr Glück hat. Mehr japanischer Text, super. Nein, ich will es gar nicht wissen. Ich verstehe es eh nicht. Man bräuchte für Braveheart hier eine Funktion, die sagt Story aus. Und dann kriegt man das alles nicht mehr eingeblendet. In der japanischen Version kann man sich ja schon hinstellen, in der Bibliothek sich das alles nochmal angucken. Ich hab einfach mal den Fehler gemacht, das aus Versehen zu machen. Das war echt anstrengend. Allerdings, weil man ja immer noch nichts davon versteht, wie da alles durchklicken muss. Und dann, 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 dann. Ja, ansonsten, wie viele Leute haben wir denn mit Leider? Wir sind mit Leider 29 Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal in die europäische Version und versuchen uns da am Beschwören. Jetzt habe ich das Spiel und ich kann es nicht spielen, weil die Server da unten sind. Ja. So, Spiel reagiert. Ja, Spiel reagiert sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich, was ich hier zu letzten Einheiten überhaupt mal beschworen hatte. Wir probieren das mal. Wie gesagt, 14 Juwelen habe ich. Kann zweimal beschwören. Hätte tatsächlich gerne Dilma, weil ich durchaus gespannt bin, den mal wirklich dann, wenn er auf seine 6 Stelle vom Dreck bekommt, auszubauen. Wie gut er ist. Logan kann man nutzen, finde ich jetzt aber nicht mehr so den Hammer. Und, äh, hängt schon das Problem mit Eden ist, du siehst das hier unten schon. Ich habe hier schon 30 Leute, die angefragt haben, mich zu Eden. Und habe auf meiner Liste tatsächlich, glaube ich, keinen Platz. Ich habe zwar irgendwie noch 3 Plätzchen frei, versuche die aber momentan erstmal noch offen zu halten, wenn man sie braucht. Also, wenn irgendjemand langkommt, der sagt, hier, ich habe einen Zebra, möchtest du nicht auf meine, kann ich auf die Liste? Ja, okay. Aber in allen anderen Fällen ist das mal ein bisschen schwierig, weil ich einfach da auch ein paar gute Leute mit dabei da brauche. Und ja, Legend, mir geht super. Ich bin halt nur unheimlich gespannt auf Maxwell und will, dass jetzt endlich, 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 endlich der Server wieder geht. So, da oben steht, hol die, Moment, stand doch was von erhöhter Chance? Neue Einheiten. Bla, bla, bla und bla. Sie sind die grausamsten ihrer Art. Ja, mal sehen, ob wir tatsächlich einen neuen bekommen. Das Gute ist, da ich auf dem Handy aufnehme und das Witterzeit unheimlich heiß, aber ich kann das hochheben und dann die Kamera halten. Aha. Na, ich... Los. Und es wird direkt eine gelbe, wow. Äh, ja, Ilmina in der kleinen Form. Ich glaube, davon habe ich schon tatsächlich mittlerweile dick genug. Mein Handy wird beim Brave Frontier Spiel echt heiß. Ich habe da sonst immer die Schutzhülle drum, die habe ich jetzt abgemacht, damit ich den Sound oben anschließen konnte. Und stellst mal fest, wie heißt das Gerät von hinten wird. Brecher, Ilmina, bäh. Und wenn der Stream laggt, zu Not F5 drücken. Genau, gegen Streamlags F5 drücken oder andere Sachen, die man im Internet macht, währenddessen ausschalten. Das liegt ja nämlich tatsächlich an euch. Ich habe hier durchgehend zwei Mbit-Upload, die auch stabil laufen. Also von daher, ich bin das nicht. So, Versuch Nummer 2. Vielleicht kriegen wir diesmal was Besseres. Und hier. Wieder nur gelb. Ein Wyvern. Ich glaube, mein dritter. Brecher, äh, ne, Lindwurm ist es so. Wyvern war der, war der noch bessere. Tatsächlich wird der Lindwurm ja bald seine sechs Sterne vom Dualmax dann auch bekommen. Das wird in 1, 2 Monate erstaunen. Aber ja, man sieht es hier. 1, 2, 3. Und wahrscheinlich sogar noch nicht mit besserem Typing dabei. Ne, der ist Oracle, das ist nicht besser. Und der ist Fürst. Ich würde hier tatsächlich über Fürstbrecher vorziehen, aber das ist halt einfach mal nicht so berauschend zu haben. Mist. So viel zum, ich kann hier Dinge beschören. Yay. Und, Jungs, ja, wenn der Stream leckt, wie gesagt, es wird wahrscheinlich an eurer Verbindung liegen, denn bei mir läuft es stabil. Ich habe gerade von Twitch die Bemeldung bekommen, dass die momentan auch Server Sachen haben, um Features einzubringen. Das kann so tatsächlich dann liegen, dass die Twitch Server momentan da auch zu viele Probleme haben, dass da irgendwie die gerade halt umswitcht und es deswegen leckt. Aber, wie gesagt, mir wird hier unten konstant mein Upload angezeigt. Der funktioniert super, da kann ich mich nicht beschweren. Wir sagen einfach, Twitch ist schuld. Twitch ist immer schuld. Genau. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich kann tatsächlich die Zeit nutzen, um hier in der europäischen Version mal ein bisschen weiter zu questen. Das sieht man mich ja unheimlich selten machen, weil ich selten Bock drauf habe. Und ja, ich stimme zu, dass die Raids ab der Version, der EU-Version, das ist echt scheiße. Ich meine, ich habe nicht einmal eine rote Tür bekommen. Und, naja, ich persönlich fände es auch gut, wenn sie endlich mal bei Twitch an den Server arbeiten würden, weil die einfach scheiße sind. Die Twitch-Server sind richtig übel, aber ich befürchte, das werden sie so schnell nicht machen. Na so, wen nehmen wir denn mit? Was haben wir denn hier so Hübsches? Ich glaube, wir probieren tatsächlich sogar mal ein Zebra aus, auch wenn ich nicht besonders viel Crypt-Rate-Buff habe. In der Geschenkbox-Dragon habe ich die Schlüssel liegen. Man hat jetzt ja zwei Jewel-Keys und zwei Metal-Keys bekommen. Da habe ich, die habe ich halt gesammelt. Das Problem ist, ich habe, man kann ja nur fünf Stück jeweils haben. Und die habe ich, glaube ich, sogar noch. Und da sie in der Kiste nicht verloren gehen, bisher, habe ich entschieden, ich lasse sie einfach da drin. Von daher, da sind sie halt sicher. Damit ich da nicht irgendwann mal an die Grenzen renne, weil ich die halt selten aufbrauche. In der europäischen Version braucht das Energie nie aufladen, immer noch so schrecklich lange. Das ist echt dieses, von der globalen Version bin ich es gewöhnt. Okay, ich kann morgens, bevor ich losgehe, eine Runde laufen lassen, dann in der Mittagspause gemütlich spielen. Und wenn ich zu Hause bin, ist meine 110 Energie wieder voll. Und in der europäischen Version ist es dieses, okay, ich bin in der Mittagspause ein bisschen gespielt, weil die Serverarbeiten ja waren. Ich komme nach Hause und das ist halt irgendwie 15 Energie wieder da. Wow. Wow. Toll. War 20. Das ist auf jeden Fall nicht viel. Das hat sich nicht gelohnt, da zu Hause was zu machen. Und ja, Legend, ich kann leider auch herzlich wenig machen, wenn es laggt, weil was, ich kann Stream neu starten, aber das wird halt nichts ändern. Du kannst eher probieren, ob du was Skype nebenbei anhast oder sowas, und das halt Traffic zieht und das ohne quasi schneller geht. Und Jamal, in der globalen Version soll es jetzt bald kommen, dass Sachen in der Kiste ablaufen können. In der japanischen Version ist es so, da ist mir das auch schon passiert, weil ich da viel zu viele Schlüssel habe, die ich nie benutze. In der europäischen Version würde ich daher schließen, dass es nicht geht, weil da habe ich ja, die ist ja immer vom Content her hinter der globalen weit hinterher, deswegen vermute ich nicht, dass sie das eingebaut haben. Da würde ich erwarten, dass die quasi ja noch alle da bleiben. währenddessen mal wieder einmal kurz einblenden Antiroid, dann kann ich mich nämlich hinstellen und einfach mal gucken, ob die Server schon wieder da sind. Ich muss so ein bisschen auf meine Computertemperatur achten, aber die ist ja noch in Ordnung. So, Spiel. Ich habe tatsächlich sogar extra für den Stream heute meinen Computer aufgeschraubt und einmal komplett sauber gemacht mit Staubsauger und Druckluftdose alles durchgepustet, damit der Blues nicht irgendwann das Problem hat, dass er zu heiß läuft. Oh, das müsste ich auch mal machen. Ja, ich hatte es gestern irgendwann, dass er da tatsächlich Probleme hat und ich sollte mich hier vielleicht langsam mal um Lodin kümmern. Ja, aber waren übrigens eben immer noch da um vor einer Minute. Ja, bei mir sind sie auch immer noch da um. Sorry, aber es ist jetzt im Moment Please try again later. Fuyu-Server. Fuyu-Server. Ich könnte mich gleich auch mal wieder in eine Arena probieren. Das habe ich hier auf der europäischen Version schon ewig nicht mehr gemacht. Auf der globalen bin ich da mal schön fleißig jeden Tag meine Runden in eine Arena zu drehen, damit ich da langsam mal zu den coolen Arena-Items komme. Raunch, die tut ganz schön Shit, die habe ich echt unterschätzt. Okay, dann... Machen wir das mal vernünftig. Teilweise ist die Musik echt erschreckend, weil man gar nicht dort rechnet, dass der zu dem Dungeon zu der Musik kommt. Und this I like, wenn ich meinen PC zu lange nicht gesäubert habe, hat der tatsächlich Probleme, dass er zu heiß wird, was dann vor allem damit liegt, dass die Lüfter gerade auf der Grafrikate irgendwann hängen bleiben, weil halt zu viel Staub drin ist und dann läuft er heiß. Und wenn ich, gerade wenn ich Emulatoren-Software und die Stream-Aufnahme-Software anhabe, dann hat er da tatsächlich richtig Probleme mit. Wie viel Geld ich für Braveheart hier ausgegeben habe, weiß ich so nicht. Ich zähle das nicht, aber es ist auf jeden Fall schon einiges, da mir das Spiel einfach Spaß macht und es mir deswegen wert ist. Und hallöchen Deos, willkommen im Stream. Wir warten immer noch darauf, dass die Serverzeit zurückkommt, oder dass der Server zurückkommt und vertreiben uns so lange die Zeit mit der europäischen und der japanischen Version. Und Dragon, also prinzipiell selber ein Freund, wäre sogar noch interessant. Michelle habe ich, glaube ich, einige. Und Kikuri-Freunde sind mittlerweile, da ich keine Kikuris habe, für mich unheimlich uninteressant. Kikuri-Freunde zu haben, wäre dann interessant, wenn ich selbst jetzt irgendwie viele Kikuris, viele Logans oder wenn es kommt, viele Liaras habe. Aber da ich davon alle keine habe, bringen mir Kikuri-Freunde tatsächlich nichts, was ein bisschen schade ist. Weil Kikuri eigentlich schon eine sehr gute Einheit ist, aber da braucht man halt mehrere von. Es war ja beim ersten Frontier-Hunter hier auf der EU-Version so, dass quasi das erfolgreichste Team war, fünfmal Kikuri und noch eine befreundete Kikuri mitnehmen. Einfach weil man damit so viel sparkt und gut Damage macht, dass man damit das meiste an Punkten rausgeholt hat. Und ich gehe einfach davon aus, dass der Server heute wieder zurückkommt. Wenn nicht, dann werde ich mich haltierisch aufregen und irgendwann wahrscheinlich werde ich keine Lust mehr habe aufgeben und was anderes machen. Ja. Hangchin, wenn du Zebra hast oder Regression ist, kann ich dich gerne als Freund hinzufügen. Dann poste mir einfach mal deine ID. Ich weiß nämlich nicht, ob du die hier oben schon gepostet hast. Wahrscheinlich nicht, das war ja nicht anders. Äh, dann kann ich da gerne drauf eingehen. Hallöchen, klar, 996. Äh, Deus, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was du mich bei Facebook wegen dem Dungeon gefragt hast. Vor allem, weil ich jetzt nicht weiß, wer du bei Facebook bist. Von daher müsstest du deine Frage bitte nochmal stellen. Dann kann ich die auch ausführlich gerne beantworten. und Legend, es kann halt auch an den Twitch-Servern liegen, dass die Twitch-Server halt zu dir eine scheiß Verbindung haben. Und dann stehst du halt doof da. Ich habe das auch teilweise Tage, da kann ich auf Twitch nichts gucken. Das geht dann einfach nicht. Wenn es auf anderen Tagen super flüssig läuft und ich habe halt eigentlich auch eine gute Leitung. Also von daher ist Twitch da echt problematisch. Tromanian. Tromanian, da kann ich zumindest nachgucken, wer du warst und was du gefragt hast. Ja, das Dark-Totem-Problem kenne ich. Auf der europäischen Version habe ich ja eine Ewigkeit gebraucht, um mir meine Krikuri ausbauen zu können. Dann habe ich aber noch fünf auf einmal bekommen von den Totems. Ach du Gott, sind das lange Nachrichten. Hm, ja, das kann ich ja nicht noch. Also, erst mal Jamal und der hat Antworten, ich glaube nicht, dass die europäische Version so schnell zur globalen Aufschl... äh... wird. Dann... Äh... Die globale powert gerade richtig. Die haben jetzt gerade von der japanischen das Feature mit der Dreifachenergie übernommen und hauen jetzt wirklich Einheiten raus. Was Content angeht, ist die globale irgendwie zwei, drei Monate hinter der japanischen zurück. Was Einheiten angeht, gerade mal einen einen Monat. Die europäische ist sowohl Einheiten als auch kontentechnisch aber ein halbes Jahr hinter der globalen her. Und bis sie das aufgeholt haben, das wird ewig lange dauern. Und man merkt halt, die europäische will es momentan noch nicht an. Die wollen erst mal ganz gemütlich Spielerschaft aufbauen. Was an sich auch nicht verkehrt ist, aber für mich halt persönlich ein bisschen zu langweilig ist, weil es halt die globale gibt, wenn man die spielen kann und die halt um Welten besser ist. Warum sollte ich mich dann hinstellen und die japanische nehmen? Äh, die europäische nehmen. Da kann ich halt auch drauf verzichten erstmal. So, was haben wir noch an Fragen? Achso, Deus, ja, tatsächlich kann ich das gleich erkennen, aber das schiebe ich mir nach hinten an, damit ich vorerst mal zu Comeback Master noch mal gucken kann, was der für Truppen hat. Sein Team, Elimo, dreimal Sephia, zweimal Kekori, Atro, Zerwischer, Selban, Dual GX, Zebra, Melchior, Deine Teams für Carl. Ich würde auf jeden Fall ein Team mit Atro, zweimal, beiden Atros, beiden Sephias und einem Heiler machen, weil du einfach ein gutes Light Team hast. Äh, ein Trupp, du hast, ne, viermal Lock, das heißt, und dreimal Amy, das heißt, du kannst tatsächlich eine Kombi aus und Emilia. Da würde ich, glaube ich, dreimal Amy, einmal Emilia und einmal Lock einsetzen. Als zweiten Trupp oder du ein starkes Donner Team hast und dann auffüllen mit ne Truppe, also prinzipiell musst du natürlich bedenken, es muss ein Heiler eigentlich mit rein. Das ist halt so eine Sache, da würde ich, glaube ich, Heiler Freunde mitnehmen. Ähm, müsste ich ehrlich gesagt ausprobieren, was ich aus, wie ich das für Carl machen würde. Und da würde ich selbst dann, wenn ich die Trupps vor mir sehe, ein bisschen rumprobieren wollen. Äh, klar, 10 Stern, äh, SBB 10, Luthor, 6 Sterne Form für ein Spark Team, richtig krass. Ähm, ich selbst habe ja einen Guardian, der mir persönlich besser gefällt, weil ich einfach ein Fan von Guardian bin. Äh, als Anführer für ein Spark Team ist er auf jeden Fall super. Ich nehme lieber ein bisschen Richtung BB Spam mit, sprich, einen Uda als Anführer und dann Luthor einfach so mit drin, zusammen mit Selha und wenn sie kommt, dann noch Elsa, was dann eine starke Kombination ist, aber Luthor alleine für ein Spark Team ist auch schon richtig geil. Und, ja, für Frontier Hunter 4x Sephia, 2x Atro, auf jeden Fall eine gute Wahl. Ähm, wenn es nach, ich hätte, wie gesagt, gerne die, die, das Kikuri Team gehabt, aber, hab das leider nicht. Ich freue mich darauf, wenn, A, was, ich weiß nicht, wie viele von euch das schon wissen, für die, äh, europäische Version, wurden jetzt die Battle Maidens angekündigt, indemnächst im Oktober Patch wird die erste davon eine Woche lang rauskommen, die, äh, Darkness Maiden. Und das ermöglicht, heißt, dass wir dann wahrscheinlich irgendwie innerhalb der nächsten Woche danach Saren bekommen. Und, einer der Dinge, die man dann machen sollte, ist, Gems sammeln und Saren raushauen, wie nix Gutes, weil wer, äh, nette Gegner, wer viele Sarens hat, 5 Sarens sind für Frontier Hunter und für Arena top und auch für Quest der Hammer. Also, das wird der ultimative Burner, wer die hat. Und, was ich persönlich auch drauf plane, äh, dass bald Douglas, Kor und Felnius kommen, werden, ich glaube, sogar erst Douglas, dann Felnius und ich habe 3 Douglas. Das heißt, ich werde mir dann Trupp aus Felnius Anführer, 3 Douglas und im Zweifelsfall Elimo als Heiler oder sonst noch irgendwie eine, eine andere Boost Einheit mitnehmen und werde damit dann richtig rumrocknen. Ich denke, man könnte da Ideerzündung noch mit immer so mal schauen. In dem Fall bin ich da unheimlich gespannt. Und, äh, Deos wegen dem, äh, Dungeon. Es funktioniert so, es gibt von dem Turm 3 Level-Bereiche, wobei man einen davon nicht sieht. Einmal die Bereiche Level 1 bis 100, da findet man Sinon, dann gibt es die Level 101 bis 200, dort findet man Estia und es gibt den Prolog. Und um, äh, in den Prolog rein zu können, muss man Sinon und Estia gefarmt haben und in seinem Trupp mitnehmen. Es wird, ja, ich denke mal, morgen, übermorgen auch ein Video von mir dazu geben, wie ich das gemacht habe im Prolog, weil den hatte ich vorher noch nicht gemacht. Ähm, hau, die hauen ganz schön rein, die scheiß Viecher. Sieben wird gleich wieder tot, das ist das Problem an ihm und Kikuri geht auch noch fast mit drauf. Naja, man merkt schon, mein Trupp wird hier langsam von der Fähigkeit her zu schwach. Ähm, so, was wollte ich noch sagen? Ähm, es ist, es wird unheimlich, äh, man braucht da halt durchgehend 6 Sterne Einheiten für eigentlich oder, und, oder Gra, Gra ist da auch super für und man muss sich halt Sinon und Estia gefarmt haben und um in Level, in dem Turmbereich von Level, äh, über Level 100, sprich 101 bis 200 reinzukommen, muss man erstmal Level 100 geschafft haben. Da wird man, glaube ich, garantiert im letzten Level einen Sinon finden und wenn man den besiegt hat, kann man halt in die höheren Turmen und in den höheren Turmen kann man sich dann Estia farmen. und wenn man, äh, die beide hat, kann man damit, äh, äh, und man muss beide in seinem Team haben, man muss die als Einheiten in seinem Team mitnehmen. Es reicht nicht, dass man sich hinstellt und sagt, so, hier, ich, äh, ich habe die in meiner, äh, in meinem Haufen. Nein, man muss die mitnehmen, was ich persönlich sehr scheiße finde, weil es sind halt einfach zwei nicht besonders gute Einheiten und man muss sie extra vorher aufleveln. Meh. Aber man muss die beiden dafür haben, sonst gar keine Chance. Ich hole mir kurz noch mal was zu trinken. Moment. Jo, bis gleich. Und willkommen zurück, Diskovitus. Ähm, Deus, naja, man kann die auch einfach als Drei-Sterne-Einheiten mitnehmen. Das ist total egal. Also, du kannst ja auch einen, äh, ohne sie vorher gelevelt zu haben, die Drei-Sterne-Einheiten auf Level 1 mitnehmen. Das ist kein Problem. Ich weiß von einigen, die das einfach gemacht haben, haben sich die ganz kleine Variante davon eingepackt, haben die verrecken lassen und haben mit ihren anderen Leuten den Dungeon leer geräumt. Das geht auch kein Problem. Ich drückte die Daumen, die Legend. Hoffen wir, wenn das jetzt klappt. Und es hatte gerade noch, ich weiß, einer Jamal hatte gefragt, welche Starte er zuerst auf sechs Sterne bringen würde. Ähm, interessant ist, seine Vorauswahl sind Atro und Selina. Und tatsächlich sind das auch bei mir diejenigen, die ich bald, äh, die ich als Erste aufleveln will. Uh, ah ne, die hat Vergiftung, deswegen hat sie ja Schaden bekommen. Ich dachte schon, sie hat sich geheilt. Sehr gut. Gift ist eine super Sache. Ich mag Ideia dafür. Ähm, ich habe tatsächlich auch genau die beiden, auch wenn ich mir bei dem Typing nicht sicher bin. Und werde zuerst Atro aufleveln, als Ersatz für Sephia, weil ich da die sechs Sterne Atro, ich wollte auch nochmal angucken, was genau die für, äh, für Superwelf-Bars bekommt. Das habe ich mir aber noch nicht wieder angeguckt. Ähm, aber ich werde mir erst Atro aufleveln, werde aber auch Selina schnell aufleveln, denn ich will mal ihren Heileffekt ausprobieren. Ich merke gerade, wir leveln bald sogar schon cool. Bin da also auch dementsprechend neugierig, werde aber wir eher zuerst Atro leveln. Ähm, Super Brave Burst bei ihr, genau. Attack und Death für alle Einheiten für zwei Runden sind zwar nur 35%, die sie dann gibt als Bonus, aber es ist halt etwas, was ich sonst noch nirgendwo habe und nicht mitnehme, von daher ist das eine super Ergänzung. Und Selina gibt halt eine Heilung, was ich persönlich auch recht praktisch finde. Und Deus, äh, ja, der ist ziemlich schwer, der Dungeon. Es gibt ein paar Stellen, die echt fies sind. Und Burstrocks zu treffen ist nicht ganz ohne und, äh, Selina und Estia als Einheit hauen schon gewaltig rein. Also du musst, äh, es ist durchaus, wenn du hast, einen Darwin Shull mitnehmen. Äh, denn damit wird das deutlich einfacher. Wir haben leider nicht die Energie hier weiterzumachen. Schade. Also ich würde empfehlen für den Dungeon, für den Prolog, wenn man entweder Grah-Freund und Grah-Anführer selbst und dann einen Heiler und ich habe bei mir noch eine Lilith mitgenommen gehabt zum Damage-Deal oder sonst einen Darwin Shull, weil damit hat man dann halt Damage-Regitation. Und ich kann mal eben nochmal testen, ob die Server wieder da sind. Ich kann auch nachher, wenn mir im Stream noch danach ist, gerne das mal ausprobieren, wenn ich daran denke, den Prolog. Ähm, ich habe vor allem selbst noch keine Sestia mir gefangen, von daher lohnt sich das. Sonst hast du jetzt mal auf ins Bild zu springen, Andy, alright? Also von daher, im Zweifelsfall erinnere mich nachher irgendwann nochmal dran, wenn ich das vergessen habe, wovon ich wahrscheinlich ausgehe, dass ich sowas vergesse. Aber ich kann währenddessen mal Arena machen, also gerne hinterher nochmal Arena. Bevor ich da erinnere, wollte ich noch jemanden hinzufügen. Ich habe mir sogar die ID rauskopiert. Äh, nein, das ist nicht das Freunde hinzufügen, sondern das hinzufügen ist hier. Freunde suchen. Hier. Und zwar kann ich? Das ist reiner Neugier. Wir haben das hier auf dem Computer. Nein, geht leider nicht. Mist, muss ich das nochmal so machen. Da bin ich wieder. Willkommen zurück. Hallo, ich hätte jetzt gerne meine Tastatur. Ah, doch, so geht es sehr gut. Suchen. Gucken, ob das geht. Und ich werde heute so lange machen, wie ich Bock habe. Ah, da sagt er sogar, Heidocker, die sehr schöne Freundschaftsanfrage geht. Server sind noch nicht wieder da. Elende Dreckscheißteile. Namen bis Willkommen im Stream. Also ich werde auf jeden Fall noch länger machen, weil meine Hoffnung schon ist, dass die Server heute wiederkommen. Und Hallöchen, Mausgame. Äh, ja, meine Hoffnung ist, dass die Server heute wiederkommen und ich mich dann nachher noch hinstellen und da äh, Maxwell machen kann. Natürlich, wenn etwa zwischendurch nichts mehr ansteht, wird es vielleicht auch mir langweilig, von daher muss ich da mal schauen. Was kann man denn so lange noch machen? Arena, hatte ich gesagt, nicht wahr? Ja. Das Gemeine ist, auch wenn die Server dann da sind, kann ich mich nicht hinstellen und direkt Maxwell machen eigentlich, weil noch nicht sicher ist, ob sie stabil sind. Ich bin Taktiker, der ist Kommandant. Ich muss mir erstmal nachschauen, was im Rang über mir kommt. Denn ich möchte gerne, Taktik, äh, Kommandant ist über mir gut. Damit ich genug Punkte bekomme, wenn ich gegen die kämpfe. Ähm, ich sollte aber vorher mal in meinen Trupp gucken. Wir machen uns mal ein extra Arena-Team. Wir haben sogar ein passendes Team dafür. Das ist normalerweise mein Team für, na, was heißt, wie heißt es, für, äh, Metal-Parades, aber das ist hier tatsächlich auch gut geeignet. Oder vielleicht habe ich es mir sogar mal dafür gedacht. Und, ach, der, äh, Comeback-Master möchte auch genug hinzufügt werden, dann habe ich das auch mal. Leute mit Siebers nehme ich immer gerne, weil da habe ich halt noch nicht genug in der Freundesliste und will mir auch bald meinen eigenen farm. Von daher probieren wir das mal. Upp. Mal irgendwie dargestellt. Zum, 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 zum. Ein einzelnes Haar. Dazu kann ich jetzt tatsächlich nicht so viel sagen. So, stürzen wir uns in die Arena. Vielleicht habe ich den Trupp sogar mal für Arena gedacht gehabt. Und suchen uns Kommandanten. Da haben wir einen. Sogar mit einer Tiara. Die kann Haar. Das ist also an sich nicht so schlecht für uns, weil die halt selbst dann keinen Schadensbonuspunkt den gibt. Durchaus machbar. Kikuri schon down. Das ist super. Welche Einheiten haben Death Ignore? In der europäischen Version bisher Dual GX und Dilma jetzt. Dilma als Brave Burst, Dual GX als Leader Skill. Ansonsten weiß ich das tatsächlich. Und warum steht mein Lodi unten? Der sollte echt oben stehen. Das ist schlecht. Du hast keinen Tree und schaffst es nicht mit einer Schill. Wenn du andere Heiler zur Auswahl hast und da eine Elimo dabei ist, immer Elimo. Elimo ist als Heiler quasi mit dem Baum auf einem Level. Ansonsten kannst du, je nachdem, was du damit tatsächlich machen willst, statt einem festen Heiler Malchior hat das auch. Gut, dass Dragon das hinzufügt. Malchior hat das auch. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Genau, also je nachdem, was Clay klar vorhat, statt jemand, der fest heilt, jemand zu nehmen, der über Zeit heilt. Zum Beispiel. Ich weiß, wenn du auf Globalen spielst, du bist jemand wie Aljuth. Auf der Europäischen wird bald Selina ihre 6-Sterne-Form bekommen, die das dann kann. Wo ich dann probieren werde, die zu verwenden. Und auf der Globalen hat für Death-Ignore kann man neben Dilma und auch sehr gut Sapphire nehmen und halt Melchior und Dual GX als Leader-Skill. Wobei ich es bei Melchior meist vergesse, weil ich den niemals für sein Leader-Skill einsetzen würde, sondern nur wegen seinem Brave-Wars, der so gut ist. Hm, Wasserteam, gucken wir mal. In Zukunft, wenn Saren da ist, muss man tierisch aufpassen, wo irgendwo Wasseranführer drin sind, aber so geht das zum Glück alles noch. Ähm, ja, also, äh, ich hab's jetzt oft gemacht, dass ich einfach für meinen Tup einfach dann Dual GX als Anführer nehme für Metal-Parades. Das geht super. Dann zweifelt zwar noch Sapphire in der Globalen mit rein und dann rockt das richtig. Weil das Problem, was ich mit Melchior habe, dass er halt seinen Super-Brave-Burst braucht, um effektiv Schaden zu machen. Ich dann aber lieber Douglas und Douglas und Saren, glaube ich, mitgenommen, oder Douglas und Douglas und mittlerweile Selha. Und tatsächlich, wenn jetzt nicht Sapphire in Brave-Burst ansetzt, kriegen wir ganz auf die Schnauze. Ah, sie setzt sie dann sehr gut. Und ja, als Heiler, also, äh, quasi ein Heil-Äquivalent für den Baum und, äh, ähm, und, und Elimo zu finden, ist halt schwer, weil das schon die besten Heiler sind. Es wird auf der Globalen, werden immer wieder gute rauskommen, wie Temmel und Vieh soll auch gut sein, wobei ich die selbst noch nicht eingesetzt habe. Ähm, aber prinzipiell, wenn man quasi keinen Baum hat, reicht es auch, äh, etwas zu haben, was einem, was heilt und Death-Ignore gibt. Also man kann Rachel als Heiler nehmen, weil so gesehen vom Heilfähigkeiten her, äh, willkommen zurück, Legend, ich hoffe, es läuft jetzt schon wieder für dich, vom Heilfähigkeiten her ist, kann Rachel genauso viel heilen wie der Baum. Und dann kann man eine, z.B. eine Ilmina oder eine Ries als Anführer oder als Freundanführer nehmen, um darüber dann zu erreichen, dass man, äh, Statusimmunität bekommt. Tobias, das Gefühl kenne ich. Magst du noch mal nachgucken, ob die Server wieder da sind? Habe ich eben getan. klingt nicht begeisternswert. Warte, ich gucke es aber noch mal nach. Anacting. Nope. Hm, den Kampf, wenn wir jetzt Brave Pass zünden, gewinnen wir den. Weil er noch nicht mal geheilt hat. Er hat zwei Heiler in seinem Trupp. Schon Brave Pass Jungs? Nein, keiner will Brave Pass einsetzen. Geht noch nicht her. Ich hoffe, ihr im Chat seid so aufmerksam und sagt mir sofort Bescheid, sobald es bei euch geht. Wobei ich dann, wenn es geht, natürlich auch erstmal nicht direkt mit Maxwell anfangen werde, weil es kann als sein, dass dann später nochmal Connection Errors daraus resultieren. Also ich werde dann erstmal gemütlich Trupp zusammenstellen dürfen und gucken, was in den Patch Notes dann tatsächlich im Spiel drin ist und man irgendwelche Sachen schon bekommen hat, weil es kommen jetzt ja Spearfrogs und drei Gebiete, wo man Spearfrogs bekommen kann und ich überlege durchaus, ob ich mir mindestens einen vorher hole. Es kann aber auch sein, dass wir Spearfrogs schon geschenkt bekommen, entweder als generelles Geschenk, weil sie jetzt da sind oder als Entschädigung für das Serverdown. Außerdem kann man auch überlegen, Ehrenbeschwerung auszuprobieren, weil es soll vielleicht möglich sein, dort Spearfrogs zu bekommen und ich habe irgendwie noch 30 oder sowas davon da. Außerdem wurde schon angekündigt, es wird für den, ich habe ein Level ab, das ist super, wird für den Rest des Monats erhöhte Fusionsrate und Ehrenpunkte für zum Mitnehmen geben, das heißt, es lohnt sich da halt jetzt momentan auch wieder zu ballern. Ich werde dir in den nächsten Tagen Brave Brust vor der Sammeln wie Bekloppter, um Enor-Punkte zu sammeln. Hm, Legend, das tut mir leid, dass das irgendwie bei dir so viel laggt. Ich hätte irgendwie daran, dass es das letztes Mal besser liegt. Ich habe Diebarm-Schienen, hm, das ist jetzt nicht so wichtig. Morgen ist ja auch noch der VOT-Stream. Mhm. Da kann alles besser laufen vom Stream her. Es kann schon besser laufen, wenn man einfach nur einmal, was weiß ich was, irgendeine Kleinigkeit ändert. Das ist ja der Witz daran. Ja. So, aber hier einsammele, bisschen Dinge durchbasteln. Guck nochmal kurz. Aber ich kann halt tatsächlich auch nichts machen, wenn der Streambar schlägt. Bei mir gehen hier durchgehend konstant, ohne jedwede Einbrüche zwei Mbit hoch, da kann ich wenig machen. Wie alt ich bin? Ich bin 25. Und ja, sowas darf man durchaus auch fragen. Der Spearfrog Deus, du kannst pro Einheit einen Spearfrog benutzen und dann kann diese Einheit eine zweite Sphäre mitnehmen. Das heißt, also, was man dazu sagen muss, es dürfen nicht zweimal die gleichen die gleichen sein, also das gleiche Type sein, sprich, du kannst nicht einen Leguan Gem und einen Medulia Gem nehmen, um dir insgesamt 45% Attributsboni zu holen, aber du kannst dann, deswegen habe ich die Soul Creators vorher gebaut, weil dann kann ich immer davon einen als zweite Sphäre nehmen für mehr Brave Burst. Was halt ziemlich geil ist, man kann mit richtig coolen Sachen, man kann zum Beispiel auch ein Crit Rate Bonus Ding da nehmen und so etwas. Und hallöchen, Momas, willkommen im Stream. Ach, der Momas. Mhm. Also von daher, sind geil und ich will haben, die sollen jetzt endlich diesen scheiß Server wieder gefixt bekommen. Ich beiß gleich in meinen Mikropop-Schutz. Nein, nein, nein. Ich muss jetzt vor allem wieder zu Japanischen überwechseln, weil ich auf der Europäischen nicht mehr genug Energie habe, um irgendwas zu machen. Das heißt, ich könnte mich tatsächlich hinstellen und hier einfach ein bisschen questen. Tja, doch. Twitch ist aber nicht hier. Ja, tut mir leid, wenn das bei euch laggt. Also kann ich nichts machen. Ich wünsche euch dann trotzdem noch einen schönen Abend. Ich glaube, Twitch will einfach nicht, dass du so viele Zuschauer hast. Und hängt schon klar, die Spearfrog-Effekte bleiben genauso wie Stats-Imps einfach erhalten, wenn ihr, und ich wollte gerade noch was nachgucken, genau, ich kann mich, ich kann als Aufwärmung für Maxwell, könnte ich mich hier an Grah probieren. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffen kann, aber man kann es ja vor Spaß und der Freude mal probieren. Ähm, aber ja, Imps und Spearfrogs bleiben komplett dabei, äh, gleich, also die sind, äh, da sehr bequem. Und Xperia, klar, kannst jederzeit Fragen zum Truppaufbau schicken, vor allem, solange Maxwell noch nicht da ist, habe ich ja immer nichts zu tun. Und Momas, ja, die Tipps waren durchaus hilfreich. Also ich persönlich, ich begrüße es sogar, wenn jetzt von euch viele Fragen kommen, auch durchaus zu Trupps, weil, ich habe jetzt gerade Wartezeitfrust. Jede Beschäftigung ist super und hebt den Spaß, also von daher, immer gerne. Das habe ich letztes Mal als Trupp gehabt, da wird jetzt aber ein bisschen was geändert. So, ich bin jetzt aber erst mal drüben auf dem Jumbo-Test. Jo, viel Spaß und ich erwarte natürlich, dass du hinter Bescheid sagst, wie es gelaufen ist. Ich denke mal, ich werde gleich nochmal wiederkommen, weil die Matches sind ja erst um, ich denke mal, 21.30 Uhr oder so. Die werden uns gleich vermutlich sagen, wann wir wieder anzutanzen haben. Und jo, dann denke ich mal, bis gleich. Jo, bis gleich. Und Deus, das Problem ist, eine 200k-Leitung hilft dir nicht, wenn die Server von Twitch scheiße sind und sagen, nö, dann bringt dir halt leider die beste Leitung nichts. Ich würde ja, wenn ich könnte, irgendwas machen, aber ich kann es halt auch nicht. Ich kann nur uploaden und wenn der Upload läuft, dann läuft er und wenn er nicht läuft, nicht und dann läuft er, kann ich nichts tun. Auch wenn ich gerne etwas drehen will, aber das geht halt leider nicht. Saren Squad lassen wir, wir haben hier glaube ich noch ein bisschen was, was ich unten dann zum Auffüllen nehmen kann. Habe nämlich mittlerweile, ähm, wir hätten Hoga, aber noch lieber als Hoga wäre mir tatsächlich, ne, geht von dem Punkt nicht, dann nehmen wir Hoga mit. Ich habe nämlich mittlerweile eine kleine Selha. Ah ja, klar, deine Frage hatte ich immer gerne gesehen. 150 Sparks pro, äh, Trupp, äh, pro, für, äh, sechs, Sparks, finde ich echt gesagt schwer zu beurteilen, weil ich jetzt nicht genau zähle, wie viel habe, aber prinzipiell 150 Sparks heißt ja, du musst, äh, du hast mehrere Einheiten, die 30 Angriffe haben, äh, 30 Treffer haben. Das sollte eigentlich vollkommen reichen. Seifelst du, probierst das einfach mal aus. also zähl den Hitcount, den deine Einheiten bei Brave Pass, Super Brave Pass haben zusammen und guck, wie, auf wie viel du kommst. Optimal ist halt 1800, äh, 1800, äh, 100 sollte es mindestens sein, würde ich sagen. Und Hallöchen, Dark, äh, äh, Darksis. Und Drang, die Haare habe ich mittlerweile, äh, seit ich in der achten oder neunten Klasse war. sprich, von fast 10 Jahre oder so, wahrscheinlich nicht ganz, aber, äh, doch, neun, acht, neun Jahre und seitdem lasse ich die weit lang wachsen. Rüber auf andere Landesseiten, Twitch-Landesseiten, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber wenn das geht, interessant. Was nehmen wir hier denn mal mit? Hm, wir hatten eine Maxfield. Wir haben auch einen Gra-Anführer hier. Dann nehmen wir einen befreundeten Gra mit. Für den ersten Trupp, für den zweiten Trupp nehmen wir Elsa mit für BB-Spam. Und für den dritten nehmen wir, glaube ich, einen Maxwell mit, weil der so stark ist und probieren das halt einfach mal. Naja, Daxus, das war auch ein bisschen Glück, dass ich das hinbekommen habe. Normalerweise bin ich nicht so gut da drin. So, ich brauche keine Stamina. Ich sollte mich nebenbei mal hinstellen und mir nochmal einen Gra-Guide aufsuchen, wo genau der angreift. Weiß ich nämlich nicht mehr auswendig. Hm, Revive ist gut, Heilung ist gut, Heilung ist gut aus, dass Leute, die könnte man austauschen. Und tatsächlich einen Angel Idol mitnehmen. So eine Idee, was man damit machen könnte. Okay, und ab dafür. Probieren wir das einfach mal. Okay. Okay. Und ja, Gradens, meine, habe ich auf der Globalen ja schon gemacht. Da hatte ich, glaube ich, bessere Truppen. Glaube ich. Wichtig ist am Anfang verteidigen, so viel habe ich schon mal wieder nachgelesen. Ähm. Und Darks ist es, du kannst prinzipiell auch so, also solange du weißt, was du zu deinem Team fragen willst, die Frage auch so stellen. Die werde ich auch wohl so beantworten können. Hoffentlich. So. Hm. Dich verteidigen wir mal. Du bist Teilerin. Ansonsten greifen wir dann halt mal an und schauen mal, wie weit wir kommen. Hm. Ich glaube, bei einem der Buchstaben weit, was ich weiß aber nicht mehr, bei welchem, und bei dem Bild, bei 75 Prozent ungefähr. Ja, durfte ich noch ungefähr hinbekommen. Mit einem Livestream mit Darkhater. Tatsächlich habe ich da so schon mal drüber nachgedacht, aber bin bisher neulich dazu gekommen, mich da mit ihm in Verbindung zu setzen. Was für mich halt ein bisschen schade ist, dass er nur die europäische Version spielt. Und da kann man halt immer nur bestimmt viel Content an einem Stück machen. Wenn man da eine Stunde gemacht hat, dann ist es halt auch schon wieder fast vorbei. Ähm. Was halt ein bisschen unpraktisch ist. Und das ist halt ärgerlich, wenn ich halt sagen kann, so, okay, ich spring halt jetzt mit dem Globalen rüber, mach da was. Und er halt sagt, ja, ich bin nur in der Europäischen. Das ist halt irgendwie dann, hm. Und du verteidigst wieder und wir machen einfach zwei, drei, vier. Nächste Runde muss ich, äh, äh, Darwin schon eigentlich einsetzen. Oder mich zumindest verteidigen. Erklären, wo es überhaupt geht. Äh, Pokémon für Erwachsene ist eigentlich eine recht gute Beschreibung dafür. Also, man, äh, man ist quasi, ja, ist ein Beschwörer, der Einheiten beschwören kann. Ähm, nein, Selenheit sollte eigentlich nicht angreifen. Und dann mit denen in den Kampf zieht. Hat hier seinen Trupp. Einer da, äh, fünf Leute sind meiner, einer ist ein Verbündeter. Hier oben sehen wir die Gegner. Und, äh, muss halt angreifen. Man hat eine Brave Burst-Leiste, die sich hier auffüllt. Das ist quasi so ein, ja, Spezialangriff, den man einsetzen kann. Ähm, und ansonsten hat man das, äh, hat man halt eine Statistiken und Lebenspunkte und haben halt alle, es ist immer ein Anführer. In dem Fall bei mir ist das der hier. Und der gibt auch so einen Anführerbonus und das muss man halt irgendwie kombinieren, damit möglichst effektiv zu sein. Und damit halt Gegner kaputt zu bekommen. Da gibt, äh, es klingt auf dem Papier erstmal ziemlich, mh, einfach. Ich level eine halt hoch und klatsche mit dem. Aber tatsächlich ist es halt im Gegensatz zu Pokémon dann soweit, dass man wirklich kombinieren muss und man muss Einheiten haben, die halt zusammenpassen und zusammen was können, damit man damit wirklich gut ist. Und kann halt, also tatsächlich hat das Spiel so, äh, einen Faktor von, wenn ich darin, wenn ich mich geschickt anstelle und Sachen gut kombiniere, bin ich damit besser, als wenn ich einfach meine Einheiten auflevel, weil das Level irgendwo Grenzen hat. Und für die japanische Version, äh, suche ich nochmal den Post von Ushi wieder raus. Der hat dann nämlich auf Facebook was sehr Einfaches gepostet. Das ist die Q-App. Q-O-O wird die geschrieben. Er hat den Link dazu dazu geschrieben. Und dort diese runterladen, installieren, die kann man sich auch auf Englisch stellen. Wir sind jetzt in Runde 3. Das heißt, wir greifen mal weiter an. Äh, kann man sich auch auf Englisch stellen und die verwalten. Darin kann man sich dann einloggen, also einfach reingehen, Brave Frontier darüber, japanisch darüber runterladen und auch darüber dann updaten, was sehr bequem ist. Ja, Momas, was kann man sonst noch dazu sagen? Äh, es gibt für einen halt immer, so gesehen Level von 1 bis 100 und es gibt Sternenformen oder Stufen äh, von 1 bis 6 und quasi, die muss man entwickeln. Also man fängt irgendwo unten an und muss auf höhere kommen und verliert dabei dann sein Level wieder und kann dafür aber auch, er hat dann mehr Potenzial. Hallo, Silverslayer. Und, das ist gut, ich glaube, dass man Pokémon auf einem Level spielen kann, wo es schwerer ist als Brave Frontier, aber ich werde niemals glauben, dass man Pokémon auf einem Level spielen kann, das komplexer ist als Brave Frontier. Also, wir setzen jetzt über Duals GX ein und müssen, glaube ich, nächste Runde wieder, äh, äh, Darwin schon einsetzen. Und, äh, Deus BF, klar, das kannst du auf dem Handy, äh, äh, Silverslayer, du guckst dir einfach an, wo du diesen, äh, gehst auf den Link, guckst dir an, wo der ist, versuchst den wiederzufinden und öffnest den dann auf dem Handy und installierst da dann die QQ-App. Also das ist, äh, die QO-App. Das ist eine Handy-APK, die kann man halt auf einem Emulator verwenden, aber halt auch auf seinem richtigen Handy. Ich hab's ja auch auf meinem Handy hier, eben was hier vor mir liegt, drauf installiert. Und, äh, ja, schau mal, das mit dem Drang zu beschwören, kenn ich. So, hauen wir hier mal voll rein. Und hoffen, dass der Darwin Shills Damaged Meditation ausreicht, um da zu überleben. Aber ich kenn, ich kenn das halt mit dem Beschwörenwollen auch. Wobei es mittlerweile geht, weil ich gerade in der Globalenheit einfach schon unheimlich viele Einheiten habe, was mir das Leben da sehr einfach macht. Aber, äh, ich kenn das auch, diesen Drang von, oh, ich könnt jetzt ja mal wieder. So, wir sind hier noch unter 1 wieder. Ich hab gar nicht geachtet, auf welche, auf welche Levelgrenze wir noch beachten. Das sind 40%. Hm. Ich weiß auch, dass wir ganz am Ende einmal aufpassen müssen. Oh ja, Silverslayer, vier Sterne vorm Gar, äh, Darwin Shell ist der Hammer. Vor allem Guardian. Ich persönlich bin, äh, großer Fan von Guardian-Einheiten im Allgemeinen. Und Darwin Shell dabei zu haben, ist halt eine super Sache, weil, äh, Darwin Shell ist die wichtigste Einheit in der nächsten Zeit im Brave Frontier. Wenn man den mal ein bisschen eingesetzt hat, kommt man, wird man merken, warum der ist unheimlich wichtig und unheimlich praktisch vor allem. Und halt auch noch gleichzeitig stark. Also, Darwin Shell zu haben, ist Gold wert. Aber, diskubiert sich, ich habe ja auch nicht gesagt, dass Pokémon da in dem Sinne schlecht ist oder nicht, äh, komplex, aber sicherlich nicht so komplex wie Brave Frontier. Wenn man da in die Zahlen eintaucht, dann kann, äh, kann man damit Tage zubringen, sich nur irgendwelche Kleinscheiß anzugen. Und Server sind für mich leider immer noch nicht wieder da. Äh, kriegt eure Server wieder hin, ihr Kackbratzen. Also, Brave Frontier allein, also, Brave Frontier hat halt auch so ein bisschen wie World of Tanks, die angewundert einem ganz viel von dem, was es hat, nicht zu zeigen. Denn, äh, es gibt ganz, ganz viele Daten und Zahlen, die man halt nicht sehen kann, aber wo man, wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, wo man die findet, auf Reddit halt sich ganz, ganz viel anlesen kann. Ich habe zum Beispiel unheimlich viel dazu gelesen, wie Crit funktioniert, wie Brave Burst Kristall funktioniert und Produktion funktioniert und das ist schon echt scheißen aufwendig, wenn man sich damit wirklich beschäftigen will. Und in der japanischen Nachtsabbeschwerung, Brave Heart, das klingt auch gut. Ich bin bei der japanischen auch ganz froh, dass ich eine Selnit und einen Davinschall habe. Die habe ich am, irgendwann beschworen, als die, der japanischen rauskam, äh, obwohl ich keine Ahnung davon hatte, was für Einheiten das ist. Ich dachte mir, der Davinschall sieht irgendwie kacke aus, gefällt mir ja jetzt nicht so. Habt ihr zur Seite gelegt und irgendwann habe ich da fast gehört, so, boah, ist das eine krasse Einheit, geil, und ich hab den, saugut. Äh, und Silver Slayer, Lily Matter ist keine Pflicht für Maxwell. Ich, äh, werde für meinen Hauptsquad auch Lily Matter nicht einsetzen. Sie ist gut und praktisch, aber hat halt noch keine Sechs-Sterne-Form. Tatsächlich kommt morgen oder übermorgen ihre Sechs-Sterne-Form raus, soweit ich weiß. Wo, äh, dann wird halt, also, wer ein bisschen Geduld hat, hat es dann auf einmal mit Maxwell viel einfacher, indem er einfach wartet, bis, äh, Lily Matter passend da ist. Aber, äh, das dauert halt noch bis morgen, übermorgen. Und, wer halt sich gedulden will, der holt sich Sechs-Sterne-Darvinschall und Sechs-Sterne-Lily Matter, wenn er sie hat, und hat dann eigentlich schon gewonnen. Aber ansonsten ist sie keine Pflicht. Und, uh, jetzt wird's wehtun. Ich hab nicht aufgepasst, dass wir bei 40% sind. Fuck, da hätte ich verteidigen müssen. Aber tatsächlich hab ich das dafür sogar noch ziemlich gut überlebt. Und wir setzen mal den Fujin auf dich ein und heilen, Brave Burstyn dann mit dir. Zur Heilung. Sie ist, also diese kleine Feuerhexe, und in der Ecke ist übrigens das genau das gleiche wie der Baum, nur mit besseren Stats. Und sie ist halt damit dementsprechend praktisch. Eigentlich will ich jetzt schon wieder heilen. Mal so. Ich glaube, wir sind jetzt wieder in einer Runde 1. Und ja, Seffi und Kikuri auf der Europäischen Seite sind auf jeden Fall gute Pulse. Sie sind jetzt sehr, sehr starke Einheiten, mit denen man halt auf lange Sicht viel machen kann. Und vor allem, wenn ihre Sechs-Sterne-Form rauskommen, wären sie richtig geil. Jetzt hat er, hat er jetzt einen Angel Idol? Nein, das muss mich getäuscht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen Angel Idol hat. Doch, er hat einen Angel Idol Waffen. Na, super. Was steht denn hier dazu? Äh. Angel Idol Waffen, na, super. Ich kann dir schon mal, während wir hier noch auf den Server warten, erzählen, was da meine Truppplanung ist. Ich werde, wir sind jetzt nur drei, glaube ich, wieder, äh, zweimal Lily, oder Lily, heißt sie ja, die einfach für Superbrief nutzen. Ich werde Grah und ein Grah-Freund, weil unheimlich praktisch er hat schon wieder so harte Angriffe rausgehauen. Upsi, Upsi. Es kann auch sein, dass wir jetzt in der jeder dritte Rundephase sind. Das macht Sinn. Da war etwas. Das heißt, wir warten noch zwei Runden und setzen dann wieder Darwinschall ein, beziehungsweise jetzt danach noch eine. Ähm, und dann als Ergänzung den Baum, weil Baum halt einfach super ist, vor allem gegen Starseffekte, und dann Darwinschall. Ich habe mir vorgenommen, den, äh, fünf Sterne Darwinschall dafür auszubringen. Ich hätte eigentlich, wenn die Server vernünftig wieder hochgekommen, dann hätte ich ja ab 17 Uhr schon wieder spielen können. Oder spätestens ab 18 Uhr. Ich glaube, 18 Uhr wäre es tatsächlich gewesen. Und hätte dann halt schon mal Brave Pass vorher für ihn gesammelt. So, diese Runde angreifen. Was? Ähm, 21 Uhr ist wieder sammeln. Ah. Uh. Ich habe irgendwie nur irgendwas mitbekommen. Ich dachte, hä? Und cool, Deo ist cool. Freut mich, dass das mit der japanischen für dich funktioniert. Na und ja, er hat jetzt gut reingehauen, aber wir haben es gehalten. Und tatsächlich habe ich ja noch Trupps dahinter, und das ist sehr praktisch. Also, ich bin immer noch hier bei meinem ersten Trupp bei Gra. Aber auch das Problem, dass er jetzt aber eine Verteidigungserhöhung hatte gerade, glaube ich. Aber wir haben nächste ohne Zeit zwar die Heilung dabei, wenn er richtig reinhaut. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel Sorgen. Außer er killt meine Heilerin nochmal, dann habe ich ein Problem. Nein! Scheiße! Oh! Das ist nicht gut. Und jetzt habe ich ja noch falsch rum eingesetzt. Ich hätte eigentlich erst DualSJX einsetzen müssen. So, wir hauen ihn damit problemlos jetzt um, aber ich glaube, er hat einen Angel Idol da, weswegen er jetzt wiederkommt. Oder er hat jetzt schon seinen Last Hit. Das kann auch sein. Dann würde er meinen ganzen Trupp vernichten. Ja. Und lebt jetzt quasi noch. Aber wir können ihm jetzt ohne Probleme Schaden machen. Und wie gesagt, wir hätten halt sonst noch meinen zweiten Trupp gehabt. Aber wir haben gerade klar geschlagen. Bam! Und, ich weiß nicht, ob es 17 oder 18 Uhr ist. Ich bin mir da bei der Zeitzonenrechnung nie so 100% sicher. Was Zeitzonen angeht, bin ich echt ein Depp. Damit komme ich gar nicht klar. Die Zeitzonenrechner, die ich online gefunden habe, hätte mir gesagt, dass es 17 Uhr gewesen wäre. Aber was ich beobachtet habe, haben wir nicht neun Stundenversatz, sondern zehn. Und damit wäre es halt 18 Uhr gewesen. Aber das hätte halt auch gereicht eine Stunde lang in Ruhe Brave Pass vor der Farm. Ja. Jetzt, zweiten Fenster nachdem akzeptieren. Deus, keine Ahnung, das ist eine Ewigkeit her, dass ich das gemacht habe. Einfach ausprobieren. 30.000 Erfahrungen, eine Million Sellen nehme ich. Und natürlich Gra himself. Nicht mehr als vier oder fünf Sterne Formen. Als fünf Sterne Formen direkt. Das ist super. Und noch ein Bonus. Ja, das dürfte ein Juwel gewesen sein. Cool, das ist geil. Dann kann ich direkt meine Beschwerung machen. Und ja, ich glaube auch, dass es, dass es, 18 Uhr gewesen wäre. Aber das hätte ja wie gesagt gereicht, weil hier sind nämlich heute auch neue Einheiten rausgekommen. Soweit ich weiß, soll die Darkness-Einheit sehr geil sein. Und die Feuereinheit, die hat nämlich so einen Vampireffekt. Wenn sie Schaden macht, klaut sie Lebenspunkte. Was ich persönlich ziemlich lustig finde und gerne hätte. Von daher wünscht mir Glück. Vielleicht klappt es ja besser als auf der europäischen. Gerne immer noch. Nichts, hier haben wir direkt eine rote Tür. Gelbe Türen wurden hier, glaube ich, auch fast komplett abgeschafft. Und... Logen. Mist. Tatsächlich habe ich hier schon einen Logen. Das ist ein Guardian-Logen, wenn ich den Typing richtig deute. Was jetzt nicht so schlecht ist. Aber ich habe halt schon einen und ich nutze ihn auch nicht. Ja, da sieht man, habe ich schon einen. Schade. Wie gesagt, ich hätte gerne eine neue Einheit gehabt, habe es nicht hinbekommen. Aber wir haben Grah. Grah haben es super. Ich gehe nochmal auf Essenssuche. Gute Jagd. Kannst du mir gerne was mitbringen. Ich habe auch schon wieder Hunger. Ja, wenn ich was finde, gerne. Oh ja, ich habe schon ja gewaltig Hunger, aber ich habe ja noch eine paar Kuchen Toffee-Fee oder zwei. Mein Abendbrot ist also gesichert. Und mein danach komplett durchdrehender Magen auch. Einmal mal das in Kamel wieder sortieren. Und ja, Zauber geht immer noch nicht. Aber wir haben fast ein Level-Up. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele Einheiten ich noch da habe, ob wir genug Einheiten Platz haben. Dann könnte man nämlich direkt ein bisschen was an Metal oder kann man noch ein bisschen was verkaufen oder reinhauen. Aber verkaufen ist aber das geht schneller. Du bist schnell nachfahrenbar. Ihr seid alle schnell nachfahrenbar. Ihr seid schnell nachfahrenbar. Oh, ich habe nicht eh zu viele. So, machen wir ein bisschen Platz. Also natürlich, ich habe aus Prinzip immer Hunger. Ich habe aber heute seit Mittag nichts mehr gegessen und da auch nicht unbedingt viel. Wobei, vielleicht ich habe einen Süßkram zwischen dich, aber das war auch alles. Pass auf, die Drohrate für Essen ist nur 10%. Ich will nicht wissen, was er dann statt dem Essen findet. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, genau. Wir haben jetzt, wir kommen zurück. Ja, danke schön. 50, sehr gut, das passt. Dann mache ich in der japanischen Version mal wieder eine Metal Parade. Mache ich nämlich unheimlich selten. Du hast noch Chips gefunden. Davon hatte ich tatsächlich auch noch welche da, aber die finde ich beim Streamessen unangenehm. Das knuspert so laut, dass den Leuten halt die Ohren abfallen. Tja, deswegen esse ich leise. Ich bin doch gerade hier in der Kiste. Nein, ich bin nicht in der Kiste drin. Ich muss mal nachgucken, welche, ähm, welche Elemente ich jetzt brauche. so, haben wir hier das drin? Nein, nicht richtig. Es gab einen Thread, wo die Elemente mit drin verarscht. Da haben wir es. Ich brauche Dark. Und Dark ist, glaube ich, tatsächlich sogar das unten. Interessant. Hätte ich gedacht, dass unten immer die gemischt Metal Parade ist. Aber vielleicht ist die auch oben. Ja, das oben ist die gemischt, dann brauchen wir das hier unten. Und es hatte vorhin irgendjemand noch gesagt, er würde gerne, äh, würde jemand, äh, hätte noch Fragen zu Einheiten. Also, wenn ihr noch Fragen zu Einheiten habt und so Dinge, raus damit. Das beschäftigt mich, während ich mich darüber ärgere, dass der Server immer noch nicht da ist. So, und ich werde mir hier jetzt auch mal einen, äh, ähm, ähm, extra einen Trupp dafür machen, denn, wir brauchen keinen Heiler. Aber, ich hätte gerne, äh, Dual SGX als Anführer. Und ja, klar, ich weiß, dass, wenn ich rechts klicke, SMP dabei ist. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst, aber ich möchte hier ehrlich gesagt keine Super Metal Parade machen, weil ich tatsächlich eher gezielt Elemente für einzelne Einheiten brauche, wenn ich mal was mache, wenn man sich meine Einheiten anguckt. Darwin Shell ist auf Max Level, ähm, Dual SGX ist auf Max Level, ähm, wie wollten wir jetzt noch, Sel Knight ist auf Max Level, äh, Sel H ist schon, Hoga ist schon auf Max Level, das ist halt, ich habe sehr, sehr viele Einheiten auf maximalem Level und daher brauche ich dann tatsächlich einfach immer nur bestimmte Elemente, um damit was zu machen. Und da brauche ich halt einfach keinen gemischten. Wir könnten mal, aber wir können das direkt lustig machen. Welche von euch ist die gute Saren? Vier Sterne, du bist glaube ich eine Fünf Sterne. Ja, dich nehmen wir mit, bist du auch eine Fünf Sterne? Nein, du bist noch eine Fünf Sterne, also nehmen wir die Fünf Sterne mit. Ah, der nächste Badge für Damage, die da kommt, es sind jetzt in eigentlich jedem Badge gute Damage, die da mit drin. Also von der, jetzt kommen ja momentan Dilma und Logan und, äh, Lilith, die gut Schaden machen können. Wer nehmen wir denn noch mit? Also, da gibt's, gut, du weißt, im nächsten Mal ist Liara mit dabei, die richtig Schaden raushaut und noch irgendjemand, den ich vergessen habe. Warte mal, du bist Fünf Sterne. Ja, du lohnt dich da leider noch nicht. Und Hoga ist dort auch kackiges. Miron bringt's auch nicht. Glaub ich packen wir sogar mal, ne, er hat auch nur Single Target, äh. Fünf Sterne, Dian, hm. Ja, wäre eine Option, die für schön schnell in Brave Pass-Off. Ja, ich glaube, das probieren wir mal. Und ja, ich mache eine Ausbildung, ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Das ist also praktisch gesehen oder einfach gesehen Programmierer. So, und, ähm, Nachrichten gelöscht. Was? Ja, ich habe da gerade irgendjemand, der komische Dinge in einer mir nicht bekannten Sprache gepostet hat, einfach mal gelöscht. Ehrlich? Dann bin ich blind. So, ja, Silver, du darfst jetzt, äh, erst mal drei Minuten lang Links posten. Hm, nur einen Link. Das kommt gerne mal zur Verwechslung. Echt? Ich glaube, ja. Äh, ne, da steht extra, wird für drei Minuten lang nicht getimeoutet, also sollte das auch mehr gehen. Und ja, Dragon, ich habe, Abi, ich habe sogar zeitweise studiert und dann entschieden, nö, ich werde jetzt doch eine Ausbildung machen. Ich glaube, ich wollte nämlich mal in einem anderen Stream das machen, habe Permit bekommen und wollte zwei Links aber schicken und ich glaube, der zweite hat nicht funktioniert. Hm. Aber egal, das geht ja hier eh nur um einen. Und, äh, Deus, ja, Sinon und Esti ist tatsächlich sogar eine ziemlich gute Einheit. Die hat einen, äh, netten Bonus für, für etliche Sachen für, ähm, alle Einheiten, für Feuer, Wasser, Luft und Erde Einheiten und hat auch noch einen recht netten Brave Burst. Also die ist gar nicht so schlecht. Gerade wenn man noch keinen vollen Sechs-Sterne-Trupp hat, ist die echt stark. Und, Silver, was möchtest du zu deinem Trupp denn da wissen? Also, wie gesagt, ich persönlich finde, äh, also Sinon als Einheit finde ich cool, vom Aussehen her. Äh, und, der Sinon selbst ist auch recht leicht farbbar und wie gesagt, Sinon gefällt mir persönlich sehr gut, einfach weil er cool aussieht, ist aber noch nicht so stark. Der Zest hier als Kombi, also Sinon und Esti ist echt stark. Ähm, und Jamal, der, äh, die, äh, so Liara wird die nächste Einheitengruppe sein, das ist garantiert. Das wird, die wird als nächstes kommen. Da wir ja jetzt in diesem Monat die Einheiten um, die andere Gruppe, also jetzt gerade die Gruppe hatten, vermute ich einfach mal, dass die Mitte bis Ende November kommen werden, die ersten davon. So, und ich gucke gerade mal, ob ich irgendwie hier die Bilder von ihm einfach eingeblendet bekomme. Was habe ich denn hier noch so? Da habe ich was. Vielleicht kann man damit arbeiten. Ich gucke nochmal, ob die Server gehen. Tatsächlich sind es jetzt irgendwie schon zweieinhalb Stunden überfällig. Nope. So, ich überlagere so lange einfach mal den Chat, dann könnt ihr das sehen. Ich kann den Chat hier, was global geht wieder, wurde da gerade gesagt, das kann ich ja nebenbei nochmal, ja, kann ich, doch kann ich tasten. Sollte gehen. Also ich kann gerade nicht. kann ich nicht. Da wird es an beiden Stellen schwarz. Dann machen wir es halt hier auf der, auf der anderen Seite. So, was hat er denn da so? Er hat eine Lille, sechs Sterne, eine Liara, sechs Sterne, Ramna, fünf Sterne, Karl, Miku. Wahrscheinlich wird jetzt noch ein paar Mal genau er hier ins Bild springen. Und nein, ich habe mein Level Up nicht bekommen. Scheiße, ich habe mich verkalkuliert. Dann habe ich jetzt tatsächlich einen Schlüssel weggeworfen. Denn, damit habe ich nicht gerechnet, dass das so gerade eben nicht passt. Gucken, ob ich noch nicht, also ich habe hier kein Problem mit Schlüssel auszüge, weil ich habe genug in der Hinterhand, aber nee. Nee, bei mir geht Server noch nicht wieder. Dann sind wir schon zwei. Also es kann halt sein, dass bei Einzelnen früher schon geht. Das ist nicht das Problem. Ich kann es auch gleich mal auf dem Handy probieren. Einfach nur, weil wir ja gerade noch dabei sind. Und so, was hatten wir? Wo waren wir? Karl, mehrere Mikus, Dimo, Zebra, Gra, Orwin. Wichtig, was ich sehe, da unten ist ein Darwenscheil. Und Sinon, Logan. Naja, geht hier auch noch nicht, wie ihr seht. Wir können hier nochmal reingucken, wie viel Energie, wobei hier kriegt man so unheimlich langsam Energie. Ich meine 13, das reicht immer noch nicht. Waiter, zack, nein. So, was wollte ich? Wir beschäftigen uns, solange man damit, was er hat, dann schiebe ich einfach so lange den Browser hier in die Mitte und man kann den Chat wieder sehen. Und schiebe das auch ganz nach oben. Ja, ich habe einen Demo-Hintergrund, weil ich fand, dass das knuffig aussieht. So seht ihr dann das auch. Was man daraus machen kann, und um vorher eine Frage von Clada schon mal zu antworten, ich würde immer den Spark-Trop bevorzugen, weil Gumi jetzt daran arbeitet, Crit-Tops abzuschaffen. Oder abzuschwächen. In der europäischen Version werden sie erstmal lange Zeit stark sein, aber in der globalen hat man das halt daran gesehen, Maxwell ist jetzt Crit-Resistenz und in der komplette Trial of the Gods waren auch alle Crit-Resistenz und das wird weiter in die Richtung gehen, dass Crit abschwächt. Von daher wird Crit irgendwie abnehmen. Und daher würde ich eher Spark bevorzugen, weil es auf Dauerstärke ist. Was er hier machen, also was Silver auch an kann auf jeden Fall, da er hat die Möglichkeit, entweder Grah als Anführer, was halt erstmal einen soliden Trupp gibt, oder Lindeth als Anführer, um Elementar vertreten zu haben, oder Miku für Brave-Burst-Spam. Ich persönlich würde, glaube ich, Miku ausprobieren, weil man dann sehr schnell Brave-Burst vollbekommt. Dann auf jeden Fall Lindeth und Yara mit rein. Wir sehen, wir sind die Einheiten, die er am weitesten ausgebaut hat und beide sind gut, gerade wenn er Super-Brave-Burst hat, wobei Lindeth Super-Brave-Burst sich ein bisschen mit Miku beißt, weil sie dann, also das halt nicht notwendig ist, aber kann man halt trotzdem machen. Auf jeden Fall mit rein hier Darwin-Schall, auch wenn der erst auf vier Stelle Form ist und Disco-Videos hat recht, Lullmann mit sowas macht, man sich keine Freunde, weil man die Leute damit ärgert. Gerade da der jetzt bei jetzt seine sechsstände Form bekommen wird, super geil, solltest du immer mitnehmen dann. Hat den großen, großen Vorteil, dass du halt dann 50% weniger Schaden bekommst, weil du schaffst ihn jede Runde voll zu bekommen, was locker machbar ist mit Miku. Somit der Kombo ist er sehr stark. Was haben wir da noch an Möglichkeiten? Er hätte noch eine Demo voll ausgebaut, aber ich persönlich finde da Miku besser. Wobei man könnte auch. Ne, du hast nur eine. Wenn du eine zweite Lillith hättest, würde ich tatsächlich über Demo nachdenken. Ansonsten würde ich, kannst du Orwin mit einbauen, da du keinen großen Attack-Booster hast und Orwin dafür geeignet ist. Und das wird ja eh noch bauen, noch dauern, bis der seine Fünf-Sterne bekommt, auch bis du die freischalten kannst. Also sechs Sterne meine ich. Aber der gibt halt einen guten Attack-Boost, ist damit gut gebraucht bei einem Spam-Trupp. Und damit haben wir dann tatsächlich auch alle voll. Und tatsächlich würde ich dann Orwin so ein bisschen flexibel halten und je nachdem, was kommt, dann mit auswechseln. Naimika lohnt sich durchaus ab und zu mal mit aufzubauen und mitzunehmen, da sie einen sehr, sehr guten Statuseffekt, Reinlege-Effekt hat. Wenn es von den Lebenspunkten knapp wird, musst du natürlich irgendwann Heiler mitnehmen. Und wie ich sehe, hast du dann nur hier die Tänzerin, weswegen ich dann halt dementsprechend die mitnehmen würde. Auch wenn ich die nicht so berauschend finde. Aber also, wie gesagt, Lilith und Yara mit rein, Mikols Anführerin, Darvinshell so quasi als Pflichtbesetzung und dann den letzten Spot so ein bisschen flexibel halten. Und statt Orwin kann man auch Sinon und Estia nehmen, klar. Würde ich auch einmal ausbringen, das Problem an, Sinon und Estia ist, die hören halt auch bei 5 Sterne auf. Und dementsprechend wird dir das nicht allzu viel, also wird das halt auf Dauer nur begrenzt viel bringen. Doch, ich will ja jetzt nur was anmerken, was überhaupt keinen Zweck haben sollte. Die um 80 fährt auch gerade CW, ne, das weißt du? Äh, nö, ich bin heute nicht bei VOT drin gewesen. Schämlich, ich glaub die, und wenn ich drüben im TS das richtig sehe, sind sie 14. Ich hab keine Zeit, da mitzumachen. Oh. Ich bin am streamen, du Nase. Außer die wollen, dass ihr CW gestreamt wird, dann kann man da nochmal drüber reden. Ich glaub, das waren sie weniger. Ich wollte noch weiter Fragen beantworten, und zwar von klar als erstes, ob es Crit-Resistent sein auch in Frontier-Hunter gibt. Und tatsächlich gab es das schon. Im letzten Frontier-Hunter-Terminus war Lok, der dort war, komplett Crit-Resistent. Was ziemlich eklig war, weil man dann die ganzen Crit-Spieler, die sagten, wow, geil, Crit-Team, Crit-Team, wow, 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 und auf einmal dachten, scheiße, ich komm halt durch den nicht durch. Von daher, äh, nicht gut. Ähm, dieses Frontier-Hunter war, glaub ich, keiner dabei, der Crit-Resistent ist. Da hab ich selbst auch mein Crit-Team oft benutzt. Äh, von daher, da ging es noch, aber es wird sich halt in Zukunft mehr ändern. Ähm, was haben wir denn noch? Ich guck erstmal da, wir brauchen, ah, wir haben hier mehr Energie, reicht die für die nächste Quest? Die Frage. Uh, uh, Alma ist da? Cool. Ich will mir nämlich noch ein paar Almas fahren, hab ich festgestellt, äh, Farmer hab ich festgestellt, aber dafür brauch ich mehr Energie. 14, wir können die nächste Quest machen. So, weitere Fragen. Hm. Und, äh, Jamal, klar, ich würde das auch begrüßen, wenn sie die, äh, Energie alle drei Runden für die globale Version, ähm, das könnte man mit, eben für die, äh, für die europäische Version einbauen würden. das wäre eigentlich richtig gut, wenn sie das endlich bringen, aber ich befürchte, das werden sie so schnell nicht. Die werden erstmal Spielerbasis aufbauen wollen. Äh, da, erwarten wir wahrscheinlich ein bisschen zu viel, wenn das gleich kommt, weil, alleine, wenn man sich die Facebook-Likes anguckt, äh, Global ist bei über einer Million und Europa hat jetzt gerade mal 100.000 gefeiert und das ist so vom Verhältnis her halt auch die Spielerschaft und das reicht halt noch nicht, dass sie davon sagen, so, jetzt powern wir. Das wird erst noch dauern, dass sie die Spielerschaft aufbauen und dann zu powern. Und, ja, Silver, ich würde auf jeden Fall sagen, eher einen, also, auf lange Sicht sollte man eher auf BB-Spam als auf Crit gehen. Also, es wird jetzt natürlich Max Will geben und mit Max Will kann man, Crit-Tip man hat auch einfach ganz viel, aber Max Will macht halt auch BB-Spam, weil er, äh, 33 Angriffe im Super-Buy-Pass hat. Äh, der ist da so ein bisschen eine Kompromisseinheit. Ähm, aber prinzipiell viel mehr auf BB-Spam und auf einzelne Starkeinheiten. Auf jeden Fall mit Darwin Shell oft arbeiten, der wird in Zukunft für allen Content eine Schlüsseleinheit sein. Äh, gut, äh, dann, äh, Darksax bis später. Äh, ich hoffe, wie gesagt, ja auch, dass es bald endlich wieder soweit ist. Scheiß, Säuberlaufzeit. Ähm, ja, man sieht sie vielleicht später noch, ansonsten dir noch einen schönen Abend. Ja, äh, wie gesagt, äh, Crit-Team wird halt weniger, äh, und es ist halt eigentlich auch gerechtfertigt, dass Crit-Team abgebaut wird. In der japanischen Version haben sie das ein bisschen anders geregelt. Da haben sie es so gemacht, dass Zebra genervt wurde, weil in der globalen gibt er ja 300% extra Crit-Chart, in der, äh, japanischen gibt er nur noch 200 und wurde dadurch halt abgeschwächt, dadurch dann aber maximal halt wieder vom Verhältnis her stärker. Und in der globalen merkt man halt, Gumi möchte eher daran arbeiten, quasi den Leuten das Critten schwer zu machen, dass man halt, äh, nicht wirklich viel Spaß daran hat zu critten, um halt zu verhindern, dass die Leute einfach dauer critten, weil es ist einfach OP. Die Kombination Dual SGX, Michelle und Zebra sind alleine so krass, dass du, da packst dir noch zwei Damage-Chile dahinter, noch einen Freund, Zebra und einfach klatsch, keine Chance. Und, Silva, Darwin Shell war ja mit Lily Matter in der ersten Hälfte der Einheiten, die gekommen sind. Und diese bekommen, soweit ich weiß, morgen ihre 6-Sterne-Form. Willkommen zurück, Discovitos. Ähm, also soweit ich das gesehen habe, auf, äh, auf, auf Reddit ist, äh, oder den Vlogs ist für morgen eingesetzt, dass die kommen werden. Äh, aber, 100% weiß man es auch noch nicht, liegt ja noch ein bisschen dran, wie jetzt die Server-Dinge laufen, weil die machen, das fällt halt jetzt schon echt aus. Und, naja, wie gesagt, wir sind jetzt zweieinhalb Stunden hinter der Zeit, wo die Server wieder da sein sollten. Also, eigentlich sollten sie da längst weggehen. Hallöchen, Gandhi. Ah, Gandhi. Mhm, der lebt auch noch, hab ich gehört. Ja, Gandhi. Gandhi. Wir können auch Gandhi in den TS holen, der kann doch auch so gut Scheiße labern, dann bin ich draufgekommen. aber der hat auch von Brave Frontier keine Ahnung. Und wo ist der Unterschied zu mir hier? Dass du währenddessen gerade kaum redest. Oh, okay. Ja gut, ich, äh, connecte gerade zum Server. Ah. Irgendwas, die, die Fehlermeldung ist anders geworden. Aha. Hätte ich mir vielleicht merken können, egal. Das heißt, ich kann ja auch nochmal meinen, äh, Andy-Rod aufmachen und testen. Welche Starter hat der japanischen? Tatsächlich ist das fast egal, weil die mittlerweile alle ziemlich veraltet sind. In der japanischen benutzt man keinen mehr davon. Da kannst du noch gehen, was du cool findest oder wo du eine Idee hast, was du damit machen willst. Ich hab, glaub ich, Selina genommen, hat mich dann gefreut, dass sie dazu, gut dazu passte, dass ich mir, äh, einen Seren Squad gefarmt hab, als sie da rauskam, aber das ist da jetzt auch veraltet und benutzt sie auch nicht mehr, weil, also, bis sieben Sterne vorm kommen, das wird ewig dauern, auch wenn einige da schon immer halten, wir wollen, wir wollen, und von daher glaube ich nicht, dass Starter in den nächsten Monat nochmal relevant werden, dann ist es halt quasi egal. Nimm den, mit dem du am besten klarkommst. Ähm, Gandhi ist im TS, ne? Ich kann dich zu ihm runterschieben, wenn du das möchtest, wenn du von mir weg willst. Nein, nein! Es soll wahrscheinlich da zu sein, aha. Also, auf jeden Fall steht bei mir jetzt auch Connecting und jetzt kommt der Screen. Ich kann bei mir auch eben ewig. Nein, bei mir ist es aber noch der gleiche Fehler. Deos, tatsächlich sind die in der japanischen Version noch alle Mist. Muss man halt leider so sagen. Also, bei mir ist Server auch noch, das ist, wie gesagt, es kann halt sein, dass bei einigen das früher passiert, als bei anderen, wenn man einfach ein bisschen Verbindungsglück hat. Ich meine, das ist ja auch nicht, dass es ein Server ist, auf dem alles updatet, sondern es ist ein Server-Cluster. Und je nachdem davon, wenn du halt Glück hast, bist du auf einem, der schon wieder freigegeben ist. Hm, da ist eine Mimik drin. Geben wir die halt auch mal mit. Also, tatsächlich ist Ys oder Vargas eine Idee. Vargas kann man halt nehmen, weil man als erstes viel in das Entwicklungsmaterial findet oder eine Dementspreche, die schnell entwickelt bekommt oder halt ein bisschen stärkere Einheiten bekommt. Ys, weil er halt noch gut schauen hat. Man könnte auch sagen, man nimmt eine Atro, weil die halt auf die besten Stats von allen Startern hat oder man nimmt eine Selina, weil die halt sechs Stelle vom Heilen kann. Ich würde eher darauf konzentrieren, dass du schnell ein paar gute Einheiten beschworen bekommst, weil die Free-to-Play farmbaren Einheiten auf der japanischen Version einfach nichts mehr können im Verhältnis und dann einfach dann also in der ich hab allgemein sind meine Lieblinge unter den Startern, wenn man jetzt in der globalen ist und in der europäischen Wobei man dann arbeiten kann, auf jeden Fall Atro, weil halt die besten Stats und ist halt für den Light Squad super. Dann gefühlt bin ich neugierig, jetzt mal Selina auszuprobieren auf der europäischen Version, weil ich glaube, mit ihrem Heilen wird sie auf der europäischen Version sehr stark sein als erste Sechs-Sterne-Einheit. Bei der globalen ist sie halt langweilig. Was ich mir heute was sonst noch nutzbar ist halt easy, weil der durchaus gut Schaden machen kann. Also meiner connected gerade ewig. Aha, ich bin gespannt. Miko, Miko, Demo, Melchio, Miko, Melchio, Lillimata, Luli, Hemsu, Nein, Knacktchen, was solltest du als erstes auf Sechs-Sterne bringen? Also, ich bin ja auf jeden Fall Uda als erstes auf Sechs-Sterne, weil der ne solide Einheit ist und du ihn ja schon auf Fünf-Sterne hast und einfach zu benutzen nimmst du als Anführer und gibt halt einen Brave-Burst-Bonus. Äh, ja, Miko hat keine Sechs-Sterne-Form, ganz klar. Ansonsten, wenn du es nutzen willst, würde ich auf jeden Fall Melchio schnell auf die Sechs-Sterne-Form bringen, weil Melchio unheimlich geil ist, äh, wenn er seine Sechs-Sterne-Form mit Super-Brave-Burst hat. Also, ich würde Reihenfolge Uda Sechs-Sterne-Form, dann Melchio Sechs-Sterne-Form, dann, pfff, wird es halt interessanter noch, was du machen willst. Äh, Homo Tsubi kann man nehmen, aber du hast einen Uda und der ist von Brave-Burst dem sehr ähnlich, also brauchst du den nicht. Äh, Behemoth ist veraltet, den kannst du eigentlich komplett ignorieren. Luli ist für Schaden gut, aber finde ich persönlich nicht so Hammer. Äh, Rachil ist wohl dein einziger Heiler, leider. Ich würde, glaube ich, nach Melchio schon mich an Lili Matta machen, denn die ist als Anführerin auch richtig, richtig geil. Na, diese scheiß Einer-Name. Ja, äh, also die gibt, ja? Das Spiel will mir sagen, ich soll doch bitte irgendwo hin gehen, wo ich eine bessere Internetverbindung habe. Ja, das heißt, die Server sind zwar offiziell wieder da, aber sie sind halt erstmal noch überfordert. Das heißt, man musste noch mal mindestens ein Viertelstundchen jetzt warten. Ja, toll, dann muss ich wieder weg. Tja, kannst danach wiederkommen und es dir nochmal erklären lassen. Ähm, so, was wollte ich jetzt sagen? Also, ich würde, ja, auf jeden Fall Uda als erstes dann Melchio, vor allem, weil Melchio noch lange Zeit gut einsetzbar ist, weil er halt als, äh, mit SBB gut Schaden macht, elementaren Vorteil hat und Immunität gegen Statuseffekte gibt, was du halt auch brauchen wirst an vielen Stellen. Und dann würde ich Lili Matta, weil die halt einfach eine unheimlich praktische Einheit ist auf Dauer. Und, Jamal, tatsächlich kenne ich jetzt nicht wenig Spiele, wo ich finde, die sind so Pre-Brave Frontier und auch gut genug. Also, ich habe tatsächlich mich auch mal, wenn ich auf Energie am Warten war, mir ein paar andere Sachen angeguckt, aber fand keins davon wirklich toll. Und bin dann dabei gelandet, mir jetzt, äh, einen zweiten Account bei Brave Frontier Global zu machen, um halt dann noch mehr spielen zu können, wenn ich weiter spielen will. Hallo Marvid. Oder Marv ID. Ich weiß nicht genau, wie du ausgesprochen werden willst. Marvid. Marvid, okay. Hallöchen Marvid, lass mich raten, das ist dein Kumpel Marvid. Tatsächlich, ja. Ah. Ach stimmt, ihr kennt euch ja. Ja, ja. Weihnachten und so. Ich erinnere mich. In zwei Monaten, in exakt zwei Monaten wieder soweit. Oh, wir haben schon den 24. Da war etwas. Ähm, ich muss Kommentare wieder kontaktieren. Haha, Moment. Hero RP. Hello Hero. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Wie gesagt, ich bin auch nicht so bewandert, was die Spiele. Ich habe ein paar ausprobiert und fand die alle nicht so toll. Und es gibt die erste Meldung auf Reddit, dass der Server zurück zu sein scheint. Server seems to be back on. Kann aber halt auch sein, dass er noch crasht. Ich werde also noch ein, zwei Minütchen warten, bis ich hier mit durchbült und das dann mal probieren. Und Deus, mit dem Musikhaus kannst du dir Musikstücke kaufen und anhören. Sprich, du kannst dir so sagen, oh, das ist cool. Ich hinstelle dir das kaufen und dann einfach mal eine Zeit lang hören. Das ist A, ein ziemlich nutzloses Feature, was halt generell schon nichts bringt, weil, wow, ich kann mir Musikstücke anhören, da kann ich auch auf eine Quest machen und B, kann man sich die Musik auch recht einfach im Internet finden und runterladen. Und dementsprechend entfällt das dann auch und dafür ballerst du halt sehr raus. Also ich habe das einfach mal zum Ausprobieren genutzt, was es ist und ab und zu zur Lautstärke testen, aber das war es dann auch. Wichtig ist das als Feature quasi nicht. So, Bosskampf. Mal sehen, wer hier kommt. Tatsächlich gibt es in meinen Augen wenig Spiele, die an Brave Frontier rankommen. Oh, das ist ein ganz schönes Sortiment. Wofür gehen wir als erstes? Donnereinheit, den hier oben will ich mal haben. Also ich persönlich finde, ich mag Brave Frontier deswegen, weil es wirklich unheimlich komplex ist, wenn man sich da voll reinkniet. Oder mal Dark Hunter als Beispiel zu nehmen, ich mag ihn ja sehr gerne, aber er ist noch nicht allzu weit, was Content angeht und auch vom Spielerfahrung her merkt man halt einfach so einen spielerischen Unterschied von man guckt nur in der Wiki nach und macht das halt und setzt das an oder man guckt sich halt auch wirklich so Sachen an auf Reddit, wie funktionieren Features? Wie funktioniert Brave Force? Und dann wird es auf einmal richtig komplex, wenn man sich überlegt, welche Einheit droppt, wie viel, wovon, wann, zu welchem Zeitpunkt oder welchen Bedingungen, was passiert dann? Und wie sorge ich halt dafür, dass ich Maximum Brave Burst bekomme und sowas, da kann man echt viel Zeit mitzubringen. So, wir haben Donner voll, das heißt, wir gehen zuerst auf die Wassereinheit, weil die dann auf dem Weg ist. Ja, sehr gut. Und ja, die besten Melodien auf jeden Fall von Demo und Miko, die kann man aber soweit ich weiß in diesem Haus nicht kaufen, was ich sehr schade fand. Und tatsächlich, Deus spiele ich sonst wirklich nix auf dem Handy. Ich habe es zwar ein paar Sachen ausprobiert, aber bin dann dabei geblieben, dass ich dann doch wieder nur in Massenbray Frontier spiele. Weil das kann ich halt und das macht mir Spaß. Und ja, nach dem Kampf werde ich dann gerne mal die Server ausprobieren. Die Server ist auch online. Ich wurde so gesagt, das war so. The best English around. English for Runaways. Englisch für Fortgeschrittene. Und ja, Marv, die EU-Server sind halt auch nicht down gewesen. Es sind ja nur die Server für die Globalen gewesen. Und ich persönlich mag es halt, Spiele, wenn ich die Spiele so intensiv zu spüren, mir so viele Gedanken dazu zu machen. Ich kann jeden verstehen, der sagt so, ich finde das jetzt nicht so spannend. Ich wende mich an ein paar Leute, die Ahnung haben und lasse mir von denen kurz sagen, warum jetzt die Einheit von mir besser ist als die und dann reicht das. Aber ich persönlich finde das halt unheimlich geil, mich da so reinzuknien, äh, zu knien. Äh, und Ben, tatsächlich finde ich Brave Frontier und VOT einfach mal nicht vergleichbar, weil es sich vollkommen verschieden spielt. Ähm, und was, das Einzige, was ich vergleichen würde, sind die Communities und da muss ich halt sagen, die von Brave Frontier ist einfach um Welten geiler. Weil ich bin ja selbst oft auf Reddit aktiv und da ist es halt ein sehr netter, freundlicher Umgang und so Leute posten dieses, irgendwas, was ihnen Tolles passiert ist, weil sie sich drüber freuen und man kriegt halt sofort Kommentare davon, boah, geil, mein Glückwunschkumpel, freut mich für dich. Und kriegt halt, hat halt einen netten Umgang, die Leute erklären einem Ding und es gibt nur noch nicht viel Hilfe. Ich hatte das zum Beispiel, da habe ich beim letzten Frontier Hunter, ich habe zwar den Langone Jam nicht bekommen, aber habe meinen ersten Modular Jam bekommen, das hat er in irgendeinem Third erwähnt. Und dann kamen halt drei Leute und haben mir gesagt, so hier, geil, mein Glückwunsch zum ersten mit Julia Jam, ich weiß noch, wie ich meinen ersten bekommen habe und mich gefreut habe. Und das war halt so ein Moment, wo ich mir dachte, so okay, das ist cool. Leute, die eigentlich erfahren im Spiel sind und viel weiter sind, freuen sich immer noch für andere über sowas mit. Und das finde ich persönlich da in der Community einfach sehr geil, weil da sehr guten Umgang. Bei WOT wäre das eher so ein, mhm, der war besser als mir, der kann nichts, was ein Arschloch. Das ist ein Noob, eindeutig. Noob Cheater, Hacker. Und prinzipiell, äh, also Elimo ist unheimlich geil und die wird auch lange Zeit als Heilerin noch sehr gut nutzbar sein. Idea finde ich persönlich cool, weil sie vergiftet, was sehr praktisch ist, aber es wird noch einige Zeit dauern, also sie wird damit nicht so lange nutzbar sein. Sie wird als Sechssterneform nochmal cool, aber dann irgendwann auch wieder überholt. Uh, wir haben einen Pegasus bekommen. Uh, uh, der wird auch weggefused. Ähm, sie wird dann nochmal praktisch sein, aber nicht so ewig lange wie Elimo. Elimo wird durch sehr lange Zeit einer der beiden Top-Heiler bleiben. So, und wir gucken mal, ob die Server da sind. Ob ich draufkomme, das ist ja das Wichtige. Und das hat zumindest ewig gedauert bei mir. Und Deus, ich nehme den Screen, ja, bei mir geht's noch gar nicht. Ich könnte prinzipiell versuchen, ein Handy neu zu starten, wird mir nicht helfen. Wir haben auch hier noch nicht wieder allzu viel Energie, wir können ein bisschen Kleinkram noch gucken. Ähm, Deus, ich persönlich mache es so, dass ich mit Mobizen aufnehme. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Das ist eine Software, bei der ich, ähm, verdammt es nach 17 Uhr, vielleicht kann ich wieder Dinge schicken, bei der ich, äh, ja, halt mein Screen an den Computer übertrage und dann mit OBS aufnehme. Es gibt auch ein paar Sachen, mit denen man halt einfach gezielt auf dem Handy einzeln aufnehmen kann, das finde ich aber nicht so praktisch, weil da muss ich hinterher wieder nachbearbeiten und so einen Scheiß. Äh, und das Gute an Mobizen ist, dafür muss man es nicht routen. Ich habe, also zumindest, also es, ich glaube nicht, dass ich es routet habe und wenn doch habe ich keine Ahnung, was routen ist, da habe ich es aus Versehen gemacht. Man muss sich dafür den Developer-Modus schalten, das ist aber nichts, was man dafür, dafür muss man nicht viel machen. Dann muss man nur einmal an einer Stelle ein bisschen oft genug drücken, dann zählt man als Entwickler-Modus, dann sagt man hier Debug-Variante aktivieren und dann geht das ohne Probleme. Wie sie sehen, sehen sie nichts, warum sie nichts sehen, sehen sie gleich. Ähm, ja, ich befürchte, es dauert noch ein bisschen, bis man das dann sieht. Und tatsächlich, ich gebe mir ein bisschen die Ideen aus, was ich so lange machen kann. Ich könnte mich hier mal in der Arena umgucken, aber nicht mit dem Squad. Ich habe hier, glaube ich, noch nie wirklich die Arena gemacht. Vielleicht doch, aber nicht viel. Oh, doch, ich habe schon mal zwölf Kämpfe gemacht. Wuhu. Und ich habe keine Ahnung, was die einzelnen Ränge heißen. Außer, dass ich halt total überpowered bin, weil ich halt viel gelevelt und die Arena gemacht habe. Und von Japanisch, keine Ahnung, aber deswegen mich die Arena auch nicht wirklich interessiert. Ich kann mich erinnern, dass da was war mit einem Programm. Das habe ich halt nicht zu laufen bekommen. Wie gesagt, ich benutze gerne Mobizen, weil das einfach super funktioniert. Einziges Problem ist, wenn ich mein Handy am Computer angeschlossen habe, geht der Akku alle. Ich glaube, wenn ich hier runterziehe, sieht man es oben nicht auf Portmobor, aber ich bin nur noch bei 68%. Ich war, als ich angefangen habe, bei 100. Das heißt, es gibt halt irgendwann eine Limitierung dafür, wie lange am Tag ich damit was machen kann. Und der Akku, da geht alle schon lang. Ja, aber andererseits du hast gedacht, ich bin jetzt schon eine Stunde und 45 Minuten am Streamen und habe dabei 15% Akku verloren. Das sollte also lang genug reichen, hoffen. Und DiscoVideos, ja wahrscheinlich, stand bei mir auch gerade, dass die Servered-Off sind. Wahrscheinlich war das einfach, dass sie es halt kurzzeitig schon mal offen hatten, aber halt noch nicht richtig stabil. Das ist jedes Mal so bei so einem Update. Das ist normal. Das hatte ich die letzten Mal, bei den letzten Updates auch. Eigentlich kann man da besser wirklich etwas anderes machen. Sie ist auf Reddit auf die erste Post von Wow, es geht! Und dann kommt man halt trotzdem nicht rein. Da wird wohl oder übel nur noch ein bisschen mehr warten, aber es ist halt schon mal ein Fortschritt. Uhu, wir haben ein Match gewonnen. Ich befürchte, ich werde das Falling gleich mal nutzen für eine Pinkelpause. Damit kann man auch Zeit tot schlagen. Äh, äh, Deus, ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Überfordere mich nicht damit, dass du von mir hattest, dass ich mich erinnern kann, was ich gesagt habe. Das ist doch super. Das ist doch super, wenn du Spaß hast, ohne es zu verstehen. Das ist doch super. Das ist doch quasi die beste Version, die man von Spaß haben kann. Weil es ist so gut, dass es einfach ohne was man versteht, was passiert, wirklich Spaß dann hat. Das ist wirklich eine gute Frage. Eine komplette Liste mit allen Bewertungen... Äh, Hangchin, meinst du jetzt alle Einheitenbewertungen in Unit Reviews, oder was? Ach so, Deus, ja, ich kann mich erinnern, dass ich gesehen habe, dass du mir da was geschrieben hattest, aber als ich das Programm probiert habe, hat es halt bei mir nicht gut funktioniert. Ich habe es nicht vernünftig hinbekommen und bin dann halt da absolut gelassen. Und wie gesagt, jetzt Mo Beißen finde ich super funktioniert für mich. Äh, ja, hängt schon. Ich kann mir das mal im Hinterkopf behalten. Ich hatte, glaube ich, auch mal überlegt, ob ich unter jedem Video einfach die Liste dann poste. Habe das aber irgendwie nicht durchgezogen. Habe die hier aber in meinem kleinen Erdmännchenheft drinstehen. Auf mittlerweile, ich glaube, vier, fünf, sechs Seiten. Eins, zwei, drei, vier Seiten. Uhu. Ähm, ja, da kann ich mal was machen, dass ich die irgendwie alle rausbringe. Da muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Ich bin ja auch, wobei das, das ist was, wozu, also ich mache jetzt kurz die Pinkelpause und dann erzähle ich gleich, was ich noch erzählen will, dann das wird sich ein bisschen in die Länge ziehen. Also machen wir eine kurze Pause. Ich werde dafür den WOT-Pause-Bildschirm zweckernfremden. Kein Schreck, wir bleiben bei Word of, und wir bleiben bei Brave Frontier. Bis gleich. Wir bleiben bei World of Tanks. Finde ich gut. Nein, bleiben wir nicht. Sei still, du Noob. Was? Ah, schön. Ja, danke. Oh, Gott. Ja, danke. Du bist, du bist, du bist, du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, hängt schon mit 4 Kikuris auf, äh, auf EU? Ja, gehe ich von aus. Also, ich würde nicht darauf setzen, dass du es mit einem Trupp schaffst. Sondern ich, also ich würde nehmen den 4, ja, wobei 4 Kikuris würde ich zusehen, dass du, ob du irgendwie noch eine Alice oder was anderes mitnimmst, um mehr, äh, Damage zu haben oder um eine Heilerin mitzunehmen, was sich da durchaus sinnvoll wäre. Oder sonst, äh, halt einfach dann auf mehrere Trupps aufbauen. Und Kikuri wird viel Schaden machen, und du wirst halt gut Heilung dann mitnehmen müssen. Ähm, aber ist halt prinzipiell durchaus eine gute Sache. Und 4 Kikuri ist auf jeden Fall für EU lange Zeit sehr stark. Also, so ein Monodarkteam auf der EU-Version ist der Hammer. So, mal sehen, ob ich wieder beim Daily Locket rausfliege, weil er gerade meinte, ja, ich hab gerade vergessen, wer es war, genau, Real Virtual meinte, er ist durchgekommen. Also, werden wir das auch mal probieren. Und dabei noch einen Schluck trinken. Checking Files, ja, ja, check du mal. Aber check mal schneller. Uh, ich sehe gerade schon, es ist jetzt in Zukunft so, dass, äh, Geschenke ablaufen. Ich hab da nämlich gerade schon die Meldung gesehen, von jemandem, das dann da drüber steht, Geschenke laufen bald aus. Daily Login. Mmh, mmh, den. Das sieht nicht gut aus. Ja. Hängt sich immer noch auf. Dann machen wir noch so lange weiter Metal Parade, bis es dann bei mir auch einfach mal klappt. Und Flexin, Team aus Licht und Dark, ist so ein bisschen eine Kombosache. Ähm, es gibt Möglichkeiten, daraus durchaus was zu machen. Zum Beispiel, wenn Gilnea als Einheit rauskommt. Ich persönlich bin kein Fan davon. Mein Geschmack ist das nicht. Und ja, ich komm leider noch nicht rein, deswegen kann ich auch leider noch nicht, äh, mit Maxwell anfangen. Ich will aber unbedingt, ich meine, ich sitze jetzt seit zwei, ich bin seit zwei Stunden am Stream, ohne tatsächlich das eigentliche Ziel des Streams zu machen. Ich, äh, nämlich Maxwell, was mich doch ein bisschen ankotzt. Okay. Okay. Und scheinbar ist auch der Arena-Battle-Punkte-Trick weg. Das wäre ärgerlich. Und nein, 1.1.21 ist nicht richtig. Du brauchst 1.2.0. Das ist die quasi ganz neue Version. Da sieht man übrigens den Vergleich zu EU. EU ist jetzt bei, äh, kommt jetzt 0.0.8. Kann man sich mal ausmelden, wenn da hinten hinter 21 stehen, wie viele Versionen ungefähr dann, äh, es hinterher ist. Ähm, und Real Virtual, ich hatte es, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe da schon da was, ich hatte es schon erzählt. Äh, für morgen ist angekündigt, dass Lily Matter, ähm, Darwin Shell und ich glaube Meredith waren ja in der ersten Gruppe ihre 6-Sterne-Form bekommen. Und Zell Knight, äh, und wer auch immer denn die anderen war, ich weiß doch, dass doch der, der, genau, ne, Axel war, glaube ich, bei Meredith mit bei, war bei, äh, Darwin Shell mit dabei. Und bei dem anderen ist, Zell Knight ist mit Meredith zusammen. Die bekommen dann wahrscheinlich so 3-4 Tage später. Und ja, John Xavox, wenn du, äh, Links posten willst, bitte vorher noch Permission fragen, sonst wird man dafür getimeoutet. Äh, äh, zwei Recher, Saphir, einen Wächter, oder? Zwei. Äh, für Lodin wirst du tatsächlich nur einen brauchen, da reicht einer, aber ansonsten ist Saphir gut. Ich persönlich bin immer mehr ein Fan von Breaker, als von, äh, nicht von Guardian, als von Breaker, aber Breaker ist auch nicht schlecht. Äh, allgemein ist Saphir gerade auf der EU-Version richtig stark. Da gerade gefragt wird, wie, wie ich persönlich vorhabe, äh, Maxwell zu besiegen. Mein Plan für mein Hauptteam ist Gra und Gra-Freund, klar, für die, äh, Schadensreduzierung, Dark-Element-Angriff und extra HP und extra, wobei Verteidigung ist fast egal, weil Maxwell oftmals Death-Ignore hat. Dann, ähm, auf jeden Fall, äh, den Baum für Statusimmunität und, äh, heilen. Zweimal Lilith für Schaden machen. Ähm, und, äh, der Plan für Damaged Meditation ist Darwin Sheld. Ich war im Überlegen, ob ich Ulu mitnehme, aber das Problem ist, dass, äh, Ulu ist halt vom Super Breath-Bus ein bisschen cooler, weil er nochmal Death gibt, aber die werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, weil ich eh selten den Super Breath-Bus zünden kann, aber Darwin Sheld arbeitet halt daran, dass er mehr, schnell mehr Punkte erzeugt, was halt wichtiger ist. Und wie du da schon hast, ich habe leider nicht noch eine Elsa bekommen. Ähm, ich habe immer noch nur meine Oracle. Ich habe es nochmal eins, zweimal probiert und habe tatsächlich, ich glaube, etwas hatte ich noch bekommen, aber etwas, was nicht so wichtig war. Ich glaube, noch eine Oracle Lily Matter oder sowas habe ich bekommen. Und was in die Richtung war da? Elsa habe ich leider keine bekommen, was mich sehr schade finde, aber wenn die, ihre sechsstellende Form rauskommt, werde ich es auf jeden Fall auch nochmal probieren. Und ja, gerade habe ich es auch öffentlich gesehen, prinzipiell Sachen, die in der Truhe sind, laufen jetzt nach 30 Tagen ab. Also muss man die wohl oder übel nutzen. Und hallo Marco Marco. Und ja Ben, ich werde es gleich nochmal probieren, wenn ich mit der Metal Parade durch bin, aber es hat halt gerade nicht funktioniert. Also warum sollt ihr jetzt hier irgendwie im Zwei-Minuten-Takt probieren? Da kann ich besser irgendwie einmal ein bisschen die ganze Zeit lassen, denn wahrscheinlich ist das Problem eher, dass ich einfach ein bisschen abwarten muss, bis sie stabil sind. Und wie gesagt, bei mir geht es noch nicht. Ich fliege immer beim Daily Login einsammeln raus. Was ein bisschen ärgerlich ist, weil hätte ich den heute Morgen schon gemacht, hätte er das Problem wahrscheinlich nicht. Gnarrr. So, habe ich hier noch eine Metal Parade? Ja, sehr gut. Dann machen wir noch eine. Hm, wir nehmen aber noch mit. Michelle mit. Und ich muss Andy Wright nochmal neu starten, deswegen, dass hier Plopp direkt wieder ins Bild springt. Äh, Karl mit drei Sephia, einem Lodin und einer Elimo. Ja, ich würde tatsächlich dann auch, äh, also Lodin und Lilith und Elimo. Ja, auf jeden Fall. Äh, du wirst, also, nur einen Lodin brauchen, weil er den Elementarbonus gibt. Kannst da auf jeden Fall gut Lilith als Ergänzung nehmen. Äh, Lodin als, wobei Lilith jetzt einfach übrigens nicht, also nur für den Elementardinger, aber dann halt Sephia. Ja, doch, das sieht, Flexi, das sieht gut aus. Äh, ich würde nicht zwangsweise mich darauf verlassen, dass das mit einem Trupp schafft. Klappt, also ich würde schon noch einen Zweit- und Drittrupp in der Hintertarmung haben, aber das sieht gut aus. Und Namen, äh, J-Shop. Oder J-Chop. Chomp, Chomp, ha, J-Chomp. Ab und zu muss ich Benutzernamen dreimal lesen, bis ich es hinbekomme. Ähm, was, äh, Flexi, was für dich ein bisschen Probleme mit drei Sephias, dass halt Sephia nicht allzu viel Recovery hat. Deswegen ist halt zwangsweise eigentlich nötig, gut Heiltränke mitzunehmen, weil du halt nicht sagen kannst, so, ich setze einen Divine Light an und sie sind alle wieder komplett voll. Das wird ein bisschen problematisch, wenn aber an sich sollte das eigentlich was können. Und, äh, tatsächlich, ja, Deus, Empress Lillimata ist eine der stärksten Einheiten, die es da für lange Zeit geben wird, die unheimlich gut ist, weil Lillimata ist eine super BB-Liedereinheit, die da unheimlich viel Boni gibt, verlegen in der Verteidigung. Wenn man Lillimata und Darvinshell kombiniert, ist das richtig gut. Und ja, Discovitus, da hast du den falschen Tag erwischt, irgendwie ein bisschen. Aber Trappel ja auch. Und ja, J-Chomp, das Warten ist Folter, vor allen Dingen, weil jetzt ja es irgendwie geht, aber man beim Daily Login dann immer rausfliegt, was mich ziemlich wahnsinnig macht. Also, offiziell kann man, können zwar schon einzelne Spieler rein, aber es ist halt noch nicht komplett offiziell frei. Und, ah, auf Andyroid bin ich jetzt reingekommen, das heißt, theoretisch gesehen sollte es jetzt gleich gehen. Wir werden nach der Metal Parade das auch nochmal auf Global versuchen, äh, auf dem Handy versuchen. Aber ja, es sollte jetzt dann gleich gehen. Wir werden dann erstmal ein bisschen testen und sowas. Äh, Flexi, ich persönlich finde Lemia bescheidenst. Äh, die ist halt einer der sehr, sehr frühen Einheiten, die halt wenig Lebenspunkte hat und, äh, wenig sonst kann. Also, da würde ich, wenn du, wenn du sie nicht zwangsweise für irgendwas brauchst, darauf verzichten, sie zu verwenden, denn sie ist nicht so stark. Und sie wird halt auch mit ihrer Sechs-Sterne-Form nicht so stark. Sie wird halt irgendwie ein bisschen Damage machen können, aber das war's dann halt auch mehr oder weniger. Also, ich persönlich war nicht der Überzeugter von sie zu verwenden, hab sie dann irgendwann wieder weggetan. So, du warst gerade abgestürzt, also probieren wir das nochmal. Hm, man kriegt, ne, man kriegt keine Kompensation, das war hier auf der, war mein Daily Lock-in-Bonus. Und ja, man sieht jetzt an Sachen dranstehen, dass sie nach 30 Tagen aus der Kiste verschwinden. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich da mal gerne gebunkert hab. Und willkommen zurück, Darksass. Du bist scheinbar genau richtig dazu, dass es jetzt wohl wieder ziemlich geht. Zumindest habe ich meine, wie gesagt, meine Free-to-Play-Version auf dem Emulator jetzt drin. Werde die jetzt aber wieder ausmachen. Da, der doch einiges an Computerlast zieht. Und damit halt auch irgendwie, dass er hochtreibt, das muss nicht sein. So, Shaking Files hat bei mir tatsächlich gerade auf dem, äh, bei Android auch lange gedauert, also erwarte ich davon, dass es das hier auch wird. Und Joychomp, du musst, um das Game zu updaten, dir die neue Version händisch runterladen. Die findest du hier. So, hier sind wir schon mal wieder. So, komm. Die anderen hat's gerade geklappt. Hier wird das doch auch klappen, oder? Ich kann auch damit leben, dass ich Honor-Punkte bekomme. Das ist okay. Ähm, Mission im Vortex, Arena, Crafts, das heißt, wir werden gleich als erstes erstmal ein bisschen Arena machen, weil da ist mir ziemlich egal, wenn wir's nicht gewinnen, aber da will ich mal ein Daily Lock-In noch hinbekommen. Und ein bisschen Items craften. Und Joychomp, also, du musst auf Version 1.2.0. Wenn du das hast, dann solltest du am Start ein paar Daten runterladen und dann gehen. Ansonsten, wenn du's nicht hast, äh, wirst du natürlich nochmal auf die Version updaten müssen. Und ich glaube, es sieht immer ziemlich doof aus, wenn ich so viel auf dem Handy spiele, weil ich dann immer nach unten gucken muss. Aber ich kann halt auch tatsächlich nichts machen, weil wenn ich die ganze Zeit mein Handy irgendwie hier hoch halte, und ich sollte mir vielleicht mal ein Handy ständer holen, dass ich das dann irgendwie hier aufhängen kann. Das wär ziemlich geil. Kein Problem, Claybill. Oh, klar, bist gleich. Tja, lol, man, das ist die Strafe dafür, dass du uns vorhin trollen wolltest und gesagt hast, es geht schon und ging noch nicht. Das ist quasi die Strafe dafür. Und Flexi, äh, allgemein, Atro, cool. Vor allen Dingen, wenn ihre 6-Sterne-Form rauskommt. Lodin, mein absoluter Lieblingscharakter für lange Zeit auf EU-Oboro finde ich eher schwach. Würde ich jetzt nicht empfehlen. So, wir können ja schon mal schauen, ob das Trial da ist. Ja, Trial Nummer 3 ist da. Leider kann man die alten immer noch nicht wiederholen. Das finde ich sehr schade. In der japanischen Version kann man das, dass man die, ohne was gewinnen zu können, nochmal machen darf. Machen wir erst mal Arena. Weil, ich will ja mein Daily Locken-Reward-Siegel sammeln und damit testen wir so ein bisschen, wie stabil es läuft. Aus dem Boot hieß es gerade, vielleicht klappt der, äh, der, äh, Punkte-Trick nicht. Ich mach's momentan, dass ich hier oben rechts in die Ecke, hier oben, ein paar Mal hintippe und dann auf Reflash drücke. Dann sollte mir angezeigt werden, was, äh, die Leute an Punkten haben. Und Deus, ich, äh, Deus, ich, ja, ich kann bei Mobizen gucken. Das Problem ist, mit der Maus steuern, finde ich halt kacke. Ich will schon mit den, also ich mag's lieber in solchen Momenten, und scheinbar geht das wirklich nicht mehr, äh, mit meinen, mit meiner Hand zu steuern. Das finde ich persönlich angenehmer. Und dementsprechend, mh, bin ich da nicht so begeistert. Wir nehmen halt einfach irgendwelche, wenn wir das schon nicht angezeigt bekommen. Äh, also ich möchte es schon, äh, übers Handy machen. Ich meine, ich kann's hier mit der Maus machen, aber ich finde halt einfach Handy vor der Bedienung auch angenehmer. Gefällt mir besser. Kann man bei Amazon gucken, ob's tatsächlich Handy-Ständer gibt. Also aus Neugier. Oder, ich bastel mir einfach aus Holz mal was. Versuchen wir mal schauen. Au, der hat ganz schön zugehauen. Aber wir haben unsere Brave Pass davor. Das heißt, wir dürfen jetzt eigentlich, wenn die losgehen, ihn wegklatschen. Hm, tatsächlich gibt es Handy-Ständer. Problem ist, dass ich einen brauche, wo ich dann gleichzeitig das Ladekabel unten drauf haben kann. Aber ja, wir haben Brave Burstet, damit klatscht es. Ah, so funktioniert der interessant. Das Problem ist jetzt, wie viele Punkte hat er? Er hat sich sogar gelohnt. Shall we play watchen? Nein, ich will mein Replay nicht watchen. Man kommt jetzt auf die Idee, mir das andrehen zu wollen. Ja, und da ich nicht wenig sehen kann, wer wie viel hat, mache ich das einfach so. Flexi, Dilma, Lodin oder Atro würde ich immer noch bei Lodin bleiben, weil ich Lodin einfach, wie gesagt, mein Lieblingsanke. Ich meine, Atro und Dilma sind auch geil, aber ich würde bei Lodin bleiben. Oh, das würde tatsächlich so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Müsste nur ein bisschen höher sein. Oh, das klingt gut. Tatsächlich wie ein Kamerastender, nur für Handy. Handyständerautor, ich weiß nicht, wie gut ich das hier anbekomme, aber ich habe hier gerade interessante Handyständer gefunden. Ich will nur etwas Preiswertes dabei erwischen. Meine Fresse, wer will schon Vermögen für so einen Handyständer ausgeben? Und Explica, ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt, wann dort die, äh, die Sachen da, was jetzt an Einheiten da ist. Ob sie das verlängert haben, da muss ich gleich mal gucken. Magnetische Halter, äh, da bin ich beim Handy lieber vorsichtig. So, mal ein kleines Stück mit dem mal noch. Ah, das ist so ein Autohandyständer. Für 3,50 Euro, aha. Mhm. Ist Aisha gut? Ja, durchaus. Ähm, Aisha hat, ist nett. Sie hat, wird auf Dauer nicht so super Attribute haben, aber sie hat einen sehr netten Crit-Bonus, sodass Aisha tatsächlich bis, wenn man kein Dual GX hat, sehr guter Ersatz ist, wenn man ein Crit-Team machen will. Und sie haut auch gut zu. Also, vom Schaden her durchaus taugbar. Oh nein, ich will nicht, warum sagt ihr mir jedes Mal mal ein Replay watchen? Ist auch mal ein nerviges Feature, vielleicht kann ich das in den Einstellungen finden und ausmachen. Tipps und Info, was hast du jetzt für neue Dinge? Record und Share. Ah, das sind wahrscheinlich die Infos dazu, kann ich das auch einfach ausmachen. Settings. Sound kann tatsächlich aus, weil ich den ja momentan eh nicht mehr mit aufnehme. Liberty Language Settings, Battle Effects, Drops Display, 0. Video Recording, off. Danke! Das brauche ich nämlich nicht, ich nehme nämlich händisch auf. Nase. Und ja, wir haben ein paar Gifts wieder da. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob ich heute schon geschickt habe. Probieren wir mal. Ah, war schon sehr gut. Dann gucken wir mal beim Beschwören, was da momentan im Angebot ist. Ah, tatsächlich ist das noch da. Äh, haben sie wohl, also offiziell sollte es schon vorbei sein, aber es ist noch drin, also, äh, äh, da Relic Spare gefragt hat, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist momentan, das sind bis auf Lunaris Top-Tier-Einheiten für lange, lange Zeit. Lohnt sich auf jeden Fall. Und hängt schon an, auf der EU-Version kann man sich das leider gar nicht angucken, sehr unpraktisch, aber da haben sie das komplett gar nicht drin gehabt. Das Feature fand ich auch ein bisschen schade. So, wir können mal in der Stadt gucken, denn es hieß, wir haben hier, neben Kleinschein, der mich nicht einsammeln will, die Möglichkeit, Sachen wieder zu updaten. Ja, wir haben hier Fire-Mail-Water-Mail, aha. Gut, dass ich so viel Karma auf Vorrat habe. Wir haben hier neue Sphären, wahrscheinlich, äh, Rüstung gegen bestimmte Elemente, würde ich mir denken. Ähm, Flexi, das liegt ganz stark daran, wie viel Einheiten Platz du hast. Hast du den Platz über, um Einheiten zu behalten, behalte sie. Weil sie könnten hinterher nochmal praktisch werden. Man weiß ja nie, was da noch kommt. Äh, Evil, oh geil, Evil Shard wird kraftbar. Mua, der ist super. Anon, Habwaken, keine Ahnung, aber da werden wir gleich mal angucken, was das ist und was das kann. Evil Shard ist übrigens der Hammer, dass das jetzt geht. Vorher ging ja der Solo-Generator. Evil Shard gibt nämlich einen festen Bonus an Brave Boys pro Runde. Oh, und man sieht jetzt auch oben an den Sphären, die Art der Sphäre dran. Äh, was halt dann wichtig ist für die Stats werden, weil man da nicht mischen darf. Und Gottchen, leckt das gerade auf einmal. Was haben wir ja sonst aber noch nicht gehabt in dem Maßstab. Vielleicht wird tatsächlich mein Handy mittlerweile ziemlich heiß. Ich sollte mir mal eine Kühlfläche oder sowas dafür holen. Evil Shard da... Ah, Evil Shield ist das. Nein, das haben wir nicht gesucht. Größte Dinge... Wo ist denn Dinge? Ähm... Geil. Was brauchen wir dafür? Equigil, Blue Dragon, Raid. Ja, haben wir noch nichts von super. Aber das heißt, man kann sich an die auch besser rankommen. Ich habe ja welche durch Frontier Hunter und Co. Und ich sollte weiter erst mal wieder auf den Chat gucken. Und sehr schön Joy Chomp. Cool, dass es jetzt bei dir auch geht. Kann ich mal ein Video zu Sphären machen? Ich habe tatsächlich kürzlich ein Video zu Sphären gemacht, wo ich einiges dazu erklärt habe. Und ich halte jetzt übrigens mein Handy gerade hoch, damit ich ein bisschen besser dabei hochgucken kann. Äh, Demon Chart, Divine Chart, Bright Chart. Uh, das sind ein Haufen neuer Sachen, die da jetzt mit drin sind. Den hätte ich prinzipiell gerne gehabt, aber den habe ich vorher nicht vorbereitet bekommen, weil mir da für Skyfangs immer noch fehlt. Aber der ist für Lilith gut. Der Divine Chart. Weil der halt, äh... Oder was ist das? Ne, es ist... Demon Chart ist der kleine, an dem wir Interesse haben. Oh, Stu vom Evil Chart. Oh Gott, wird das aufwendet. Und das wird nochmal richtig aufwendig, hier ein paar Sachen zu machen. Das Jewel. Tech. Bessere Form des Leguan Gems. Gibt es auch von verschiedenen Sachen Verbesserung. Okay, interessant. Also da haben sie einen Haufen neuer Sphären. Das wird jetzt eh nochmal... Hoffentlich... Äh, Deus, die neue Version ist 1.2.0. Will Hellbad... Mhm, interessant. Und nein, Marv ID, heute wird nichts anderes als Brave Frontier kommen. Jo, guck her, es ist ja ein Haufen neuer Dinge hier drin. Ah, das sind die Schadensreduzierung-Dinge. Also Sphären ist jetzt richtig viel. Da werde ich nochmal richtig mit zu tun haben. Wie gesagt, zu dem Soul-Generator kam ja schon ein bisschen was. Und da mit denen, die jetzt kommen, hätte ich auf jeden Fall nochmal mehr zu tun haben. So, ähm, ich bin immer noch auf meinem Arena-Team. Das ändern wir als erstes mal. Und dann gucken wir mal nach ein paar Möglichkeiten, die sich uns bieten. Denn wir schauen erstmal hier. Da hatten wir ja gerade schon einen Blick geworfen. Jetzt ist die Frage... Naja, hier ist immer noch das Normale. Es kann sein, dass da irgendwann Spearfrogs bekommbar sind. Aber solange ich dazu noch nichts Offiziers gelesen habe, werde ich meine dafür nicht einsetzen. Und leider hat man halt auch noch keinerlei Spearfrogs irgendwoher. Was ja ein bisschen schade ist. Den zweiten Teil vom Turm-Event. Äh, pff. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob ich das im Video gezeigt so habe. Aber ich... Also er ist knüppelhart. Ja, auf jeden Fall. Aber werde ich wahrscheinlich nicht machen. Und Joychomp, mein Glückwunsch. Äh. Mein Glückwunsch. Breaker Zelda ist auf jeden Fall geil. Und Ben, auch mein Glückwunsch zum Anima Davenshell. Sehr schön. Davenshell ist eine der wichtigsten Einheiten, die man bekommen kann. Und nein, ich kann kein Englisch sprechen. Interessant, dass hier Leute vorbeikommen, die alle auf einmal auf Englisch sprechen. Wahrscheinlich wollen sie alle gucken, ob es wieder geht. Aber ich werde, äh... Kein Englisch machen. Und wie die Ziele für heute aussehen, ich werde mich gleich an Maxwell machen. Tja, Leute, man, äh, probier's gleich nochmal, ob du wieder reinkommst. Sollte eigentlich mit der Zeit wieder gehen. Ich werde jetzt einmal schauen, mach Quest. Denn ich weiß, es gibt jetzt welche, wo man, äh, Juwelen, äh, wo man, äh, Frogs bekommen kann. Ich weiß aber nicht, wo. Igor Mountain kennen wir schon. Das ist also langweilig. Cordelica, weiß ich's gar nicht. Ignis Calvan ist, glaub ich, auch älter. Palmya, da könnte es losgehen. Äh, ich hab doch tatsächlich selten das Problem gehabt, dass Leute, äh, wegen, äh, hier waren, die... Uh, das ist neu. Aber da, was ist das? Gucken wir uns mal an. Da gibt's auch Storytab... Uh, uh, sieht das geil aus. Ähm, da können wir nämlich einen Spearfrog bekommen. Und, äh, Yuki, ja, Sel Knight ist der Hammer. Genauso wie Darwin Shell, Selha, Luthor, die sind allesamt richtig geil. Psst, 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 psst. Kannst du mich heilen? Ja, ich kann, Herr. Dokra. Ach, sie ist es, wie der Lin. Ja, ja. Kannst du mich heilen? Hm, fahr. Mit Logistik-Support-Grab... änner, blah, 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 blah. Neue Information. Ja. Ja, die Story ist da tatsächlich immer das gleiche. Ja, Deos, ähm, gleich nochmal probieren. Äh, denn da, also es funktioniert halt noch nicht für alle. Das ist halt auch klar gesagt. Äh, da muss man halt einfach ein bisschen hoffen, dass es klappt. Oh, Compension für Maintenance, habe ich gerade schon gehört, soll gekommen sein. Burst Frog, Gems und Metal Key. Interessant, zwei Gems genau zu sein, wird wahrscheinlich dann gleich da sein. Mhm. Und ja, sie haben die Sachen, die man beim Lock-In bekommt, ein bisschen überarbeitet. Man kriegt da ein paar bessere Sachen, was sehr cool ist. Und Deos, wenn er es nicht auto-updatet, mach es halt händisch. Queen's Nest, aha, interessant. So, dann können wir hier quasi, mhm, wen werden wir mitnehmen? Haben wir hier gerade einen Graff-Freund? Nein, shit. Dann nehmen wir dich, glaube ich, mit, weil du dürftest. Genau. Wir werden schon mal unser, äh, Team für Maxwell aufstellen und testen. Nein, ich wollte nicht auf zurück. Keine Ahnung, ob ich ein passendes Team so gesehen gerade da habe, aber irgendwann muss ich sicherlich was das dann wegmachen kann. Ungefähr hier. Das war ja fast das Team. Und ja, äh, zwei Gems finde ich persönlich sehr cool. Uh. Und hier spinnt mein Handy gerade und macht Soundgeräusche am Mikro. Das habe ich auch seltenst. Die zweite Lin... Wobei, wir, 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 wie machen wir das? Äh, wir nehmen Lilis mit rein. Ja, doch. Passt, passt. Zieh weiter, weiter unten, weiter unten, ähm, 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 da. Und ja, klar, mein, äh, klar, mein Glückwunsch. Ich habe schon von einigen gehört, dass die bekommen haben und ich hatte gerade Honor-Punkte. Was ein bisschen schade ist als Vergleich dafür. So, Change Position, das gefällt mir. Äh. Und Heiligchen, äh, Affenarmee, naja, du bist tatsächlich so noch rechtzeitig. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, Maxwell zu machen, weil ich mir erstmal einen Sphärenfrosch hier erkämpfen will. Guardian, Lil, Oracle, Elsa, Breaker, Selha und Lunaris Breaker. Oh ja, Jekyll, das ist richtig gut. Da, das ist so ein gutes Setup zusammen. So, wir haben hier, glaube ich, alles, was ich brauchen werde. Probieren das mal. Wie gesagt, man kann in diesem Dungeon einen Sphärenfrosch bekommen und ich will einen für Davichell haben. Am Anfang schon. Äh, Anfangssachen sind hier recht einfach. Ist auch gut so, wenn wir möchten, natürlich Lilith auf ihren SBB bekommen, wenn wir am eigentlichen Kampf ankommen. Und wollen dann mal testen, wie es halt mit Damage Meditation aussieht und wie gut wir Davichells Brave Burst auch halten können. Äh, ja, Jekyll, also das ist echt geil. Äh, Lily Matter, richtig geil. Oh gut, Oracle ist bei Elsa jetzt nicht so Hammer, aber ist halt immer noch gut. Ich werde mit meiner wohl auch leben müssen. Selha, Breaker, unheimlich geil. Und Lunaris ist halt auch immer noch gut. Ich habe ja auch eine Breaker Lunaris, die ich lange Zeit benutzt habe oder auch in der Arena aber noch nutze. Also das ist mein Glückwunsch, da hast du echt gut. Ich habe neun Beschwörungen, glaube ich, mittlerweile auf dem Batch gemacht. Und habe zwei Lunaris aus dem gekommen, was da erhöhte Raten hat. Ansonsten nichts. Das hat mich gewaltig geärgert. Ich überlege, ob ich vielleicht gleich nochmal eine probieren darf, dass ich vielleicht doch nochmal eine Elsa bekomme. Und vielleicht habe ich auch noch eine Lily Matter bekommen, das kann auch sein. Das habe ich schon wieder vergessen, ob die jetzt dabei war oder nicht. Aber wenn, war sie auch Oracle. Von daher auch Mei. Nicht der Hammer. Naja, wir kommen jetzt zum Coolen. Man merkt, dass jetzt Brave Frontier wieder geht, weil es sind auf einmal zehn Zuschauer mehr. Deswegen sind wahrscheinlich Leute, die einfach mal, uh, Brave Frontier geht. Ich will sehen, wie Leute Maxwell machen. Wir gucken mal auf Twitch. Oh ja, sehr schön. Das hat auf Reddit gerade ein Bild gepostet. Der Spearfrog-Text ist auf, äh, japanisch. Sehr nett. Ähm, und Marfa, die Nanny-Positionen haben keinen Einfluss auf den Trupp. Mir ging es so darum, dass ich die Einheiten so haben will, dass ich sie immer gut ansteuern kann von dem, was ich machen will. Und da stört es mich, wenn der Lillist hier in der Mitte sitzt, also hier, wo Darwin Shell ist. Ich möchte die gerne oben und unten haben. Das finde ich ästhetisch schöner und damit komme ich von der Steuerung her besser, klar. Schaut, Wandering Spirit Level 5. Äh, wo ist denn das, Joychomp? Uh, ich finde hier Pods geil. Und den Dark Podschlag als erstes haben. Wenn wir eine Chance haben, den zu bekommen. Äh, Joychomp, wo ist denn Wandering Spirits? Ich hab da, ich hab ehrlich gesagt noch nicht in den Vortex geguckt. Sollte ich vielleicht gleich auch mal. Und, ja, Silverslayer. Du kannst versuchen, dein komplettes Handy einmal neu zu starten. Das sind so Sachen, die man mal probieren kann. Weil dann wird der komplette Speicher, also der Arbeitsspeicher gelöscht. Und damit auch das, was von Brave Frontier vielleicht noch geladen ist. Ansonsten hilft halt wirklich nur abwarten. Es kann, da kann zwischen die ersten Leute kommen rein, bis alle reinkommen, keine Stunde oder zwei vergehen. Was das angeht, sind halt die großen Updates immer ein Problem. Und ja, von der Mähe ist es genau heute eine neue Version rausgekommen, die uns halt einiges an neuem Content und Maxwell bietet. Weswegen ich den machen will. Freitagsdungeon, ah, das ist das. Ja, der Freitagsdungeon sollte ich am besten auch machen, weil da kann man wahrscheinlich die Sachen, die man für die Sphären jetzt braucht, farmen. Sonst kann man das dann erst im nächsten Gebiet. Also tatsächlich lohnt der Freitagsdungeon sich auch, weil er auch viel Erfahrung gibt. Werde ich wahrscheinlich, äh, heute Nacht oder morgen früh nochmal machen, wenn ich früh genug wach werde. Mir fällt gerade ein, ich muss mich gleich noch um Sphären kümmern. Und dann wahrscheinlich, wenn wir das haben, und hier eine Sphäre, also das mit dem Spearfrog hinbekommen, was schon schwierig genug wird. Ähm. Werden wir dann, denke ich, uns mal an das Team machen können. Wenn das Team steht, dann die Sphären zuweisen und dann uns an Maxwell machen. Wird einige Zeit dauern, aber das ist mir heute egal. Und ja, stimmt, äh, Freitagsdungeon, ich glaube auch der, es gab mehrere Dungeon, haben ein neues Level dazugekommen. Freitagsdungeon, noch irgendwas war da. Wie viele Level haben wir hier eigentlich noch? Vorletztes Jahr, dann kämpfen wir erstmal so weiter. Ich könnte jetzt jedes Mal Lillith SBB einsetzen, ich bin meist einfach nur zu faul dran zu denken. Weil wir halt auch einen mit einem Schlag, einer Runde Angriffe totbekommen. Und die neue Version findet sich hier. Das glaube ich heute hat schon fünfmal gepostet, aber woraus halt immer wieder hier ist, wenn immer ein neues kommt. Dort kann man die runterladen. Und, äh, Flexi, ja, dazu habe ich ein Video. Ansonsten habe ich den Link zur APK gerade gepostet. Den runterladen und auf deinen Emulator bzw. Endi draufziehen, ausführen. Und dann hast du die globale Version. Es gibt davon auch ein Tutorial-Video, das ist unter jedem meiner Brave Frontier-Videos verlinkt. In der Beschreibung. Also einfach mal in die Beschreibung reingucken und dort gucken nach Installationsvideo. Da verlinke ich auf das Video, wo ich das genau erkläre. So, wir haben den. Wir sehen jetzt, was als Boss-Gegner hier kommt. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe das zwar grob mitbekommen, aber mich nicht tatsächlich informiert, was da kommt. Warning, Warning. Leider halt ohne Sound. Den hätte ich jetzt gerne. Hat den Link doch in den Moobot. Tatsächlich könnte ich das machen, aber davon war ich bisher auch zu voll. Valmodora. Rieseninsekt. Boah, hässlich. Gut, dass meine Freundin gerade nicht drüber guckt. Die wird wahrscheinlich einen Schreikrampf bekommen, weil ihr Insekt... Das ist ja auch gut, dass sie das nicht gehört hat. So, was machen wir da? Wir holen uns als erstes mal hier Löte dazu, nur zur Sicherheit. Setzen dich als erstes ein, dass du dir einen Bonus gibst. Und dann schauen wir doch mal, wie viel wir voll bekommen. Ich hätte vielleicht... Das ist Donner als Element. Das ist interessant zu... Uh, nein, nein, nein. Warum soll ich den Baum eingesetzt? Das wollte ich nicht. Ich wollte Darwin-Schall. Shit. Nein, der Baum schützt uns jetzt drei Runden vor Statuseffekten. Das ist nett, aber das ist auch alles. So, wir machen ein bisschen was an Schaden. Das war klar, dass die viel aushält. Äh, äh, real, virtual. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß... A, ich weiß nicht, ob ich den in, äh... Cordelica gemacht habe. B, ich habe den hier jetzt ja noch nicht gemacht. Also, von daher kann ich dir nicht sagen, wie schwer es ist. Du siehst gerade meine ersten Versuche damit. Und du siehst ja, wie viel Schaden ich mache. Obwohl ich hier eindeutig zwei Lilith einsetze. Tatsächlich finde ich interessant, dass der Download bei euch so lange dauert. Bei mir ging das echt fix so. Er hat zugeschlagen. Hm, wir nehmen mal, dass die Weinleitung... Ich merke halt, dass auf Darwinstein noch keine Sphäre drauf ist. Und denn sonst würden wir da deutlich mehr, äh, aushalten. Also da muss gleich auf jeden Fall einer drauf für den Maxwell Kampf, unter Garantie. Und Flexi Global kannst du genauso auf jedem Gerät spielen, wie du auch die EU spielen kannst. Du kannst sie auch zeitgleich spielen, weil das verschiedene APK sind mit komplett verschiedenem Content. Kannst du dir ohne Probleme zeitgleich installieren. Hallo Gesichtsaggro, die globale Version findet sich hier. Einfach runterladen, installieren und passt. Also, der macht mir doch schon einiges an Schaden. Aber wir haben wieder alles voll. Also... Wir haben hier mal die Kombo ein. Tatsächlich ist es recht schwer, Darwinstein's Brave Bust zu halten. Den kriege ich ungefähr alle drei Runden voll, was gut zu wissen ist. Das reicht für Maxwell nämlich aus. Und ja, bei iOS funktioniert das ein bisschen anders. Wer iOS, äh, wer wissen möchte, wie man auf iOS installiert, muss da leider googeln. Davon habe ich keinerlei Ahnung. Uh, ich habe einen Attack runter bei ihm hinbekommen. Interessant. Und, Jükel, wenn der Stream regelmäßig aussetzt, versuch's doch mal mit, äh, F5 neu laden. Und warum soll... Ah, die eine Lidl hat die Super Brave Bust nicht eingesetzt. Mist. Außerdem scheint die nicht, das Viech nicht jede Runde so viel Schaden zu machen. Ich glaube auch nur alle drei oder alle zwei. Wir schauen mal, was jetzt passiert. Letzte Runde war kaum Schaden. Weißer Sharp, Dingsbums. Das sind alles Sachen, die... Uh, das hat bei Lidlis gesetzt. Aber ansonsten war es das auch eher harmlos. Ich denke mal, dass wir diese Runde Darwinstein wieder mit einsetzen. Und weil ich nächste Runde krasse Angriffe vermute. Sind unter 50%, das ist schon mal gut. Was passiert? Power Charge. Irr, das klingt nicht gut. Der F hoch. Interessant. Hat sich nur die Rüstung hoch? Attack hoch? Uh, 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 uh. Ja. Und, sehr... Mein Glückwunsch, Silver. Schön, dass es bei dir jetzt auch geht. So, was brauchen wir noch? Wir können... Wir werden mit Grah noch eine Runde warten, weil wir dann Uda wieder einsetzen können vorher. Und dann ein bisschen mehr Spark hinbekommen. Baum ist ja auch immer noch da. Oh ja, wir machen jetzt diese Runde eh nur ein. Das hatte ich befürchtet. Das war auch der Hauptgrund. Weil die jetzt halt erstmal eine richtig hohe DEV hat. Wahrscheinlich wird es in Zukunft noch häufiger kommen, dass es Content gibt, wo man halt DEV ignore braucht. Uh, scheiße. Uh, scheiße. Uh, scheiße. Okay, ich werde wohl einen Gem brauchen, um mich mit dem Viech anzulegen. Aber jetzt weiß ich... Merkt es euch, wenn dieses Charge-Up kommt, in der Runde drauf verteidigen und gegebenenfalls Maxwell einsetzen. Äh, Maxwell, sag ich schon, Darwin schon einsetzen. Ich werde jetzt einfach weiter mit dem Baum angreifen und dann gleich einen Gem benutzen. Äh, und Real Virtual, das stimmt prinzipiell nicht. Man kann sich auch ohne Probleme mit dem europäischen Paypal, äh, hier Gems kaufen. Das mache ich ja auch immer. Man muss es nur geschissen bekommen, das vernünftig zu verknüpfen. Man muss Paypal mit Google Play verknüpfen und dann kann man über Google Play kaufen. Wie gesagt, mache ich auch. Geht super. Und willkommen zurück, Ben. Was hat Gesichtsaggo gepostet, dass er gedeletet wurde? Äh, Discovitus, Necromant, Lamia, hatte ich euch vorhin was gesagt, ist nicht wirklich gut. Achso, ah, Reversal war bei iOS. Okay, ja, ja, ja. Sorry, der habe ich eine Zeile oben weiter nicht gesehen. Äh, tut mir leid, mein Fehler. Das geht tatsächlich sogar nicht. Plötzlich habe ich tatsächlich keinerlei Ahnung von, wie das dort funktioniert. Und zwar Grammar als nächstes ein. Und hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht zu viel macht und spare mir deswegen Darwinscher auf, um mal zu sehen, was als nächstes so passiert. Razor Sharp Nails, das sind die schweren Treffer, ja. Und Dynamic, also Razor Sharp Nails sind die Single Target Eingriffe, Dynamic Nails sind Angriffe auf alle. Ich warte noch darauf, dass dieses Charge-Ding wiederkommt. Weiß aber nicht, ob er das mehrfach machen wird. Oder sie. Ich denke mal, das wird eine Frau darstellen wollen. Zumindest lassen diese kleinen Brüste hier das vermuten. Die da. Ähm, und Darks ist, also jetzt gerade ist schlecht, weil halt momentan unheimlich viel Content kommt. Ähm, da hättest du die drei, drei Stunden, was es waren, die wir darauf gewartet haben, dass hier Content kommt. Ich hätte mich vielleicht teilen sollen, ich hätt nase. Äh, hättest du dafür nutzen sollen. Ansonsten, äh, wär es, äh, kannst du jederzeit per E-Mail was schicken. Äh, und mir dann, äh, also ja, per E-Mail schicken und dann werde ich das mal in einem Video machen oder bei einer Text-E-Mail auch so beantworten. Oder wenn du reinschreibst, ich brauche das hier dringend, kann man das halt auch so beantworten. Äh, im Gesichtsagro, Zweifelsfall, schließ dein Handy, äh, lad die APK auf den Computer runter, schließ dir dein Handy über Kabel an den Computer und kopier es rüber. Äh, Darks ist, kannst halt auch einfach dann, äh, also du kannst ja prinzipiell erstmal ein Bild von deiner Einheit machen, das ist das Einfachste. Und dann kann ich, ich die auch quasi problemlos, äh, zuordnen. Oh, oder halt den Text abschreiben, das geht halt auch, wie gesagt, jetzt ist eher schlecht, weil ich werde mich ja gleich mit Maxwell beschäftigen, da werde ich da wohl nicht durchgehen können. Aber ansonsten per E-Mail oder vielleicht am Ende des Streams nochmal wieder zu kommen. Und wir haben es, BÄM! Hat mich nur einen Gem gekostet, das auch noch auf eigener Doofheit. Ich hätte eigentlich ahnen können, dass man da, dass man da geblow-upt wird. Ah, wir haben es gecleared. Sehr schön. Man dürfte eigentlich einen Gem wiedergeben. Hoffentlich. So, 40.000 Cell kann ich gut gebrauchen. Ein bisschen Karma ist mir nicht so wichtig. Ich habe mir wieder erst ausgebaut, 6.000 RP, ja, nett. Nehme ich, nehme ich. Hates, Don't, Glugas, Funchi 9, das ist noch nichts Neues, soweit ich weiß. Eine kleine Einheit, ja, was auch immer. Das kleidet Run-Jam, sehr schön. Und Spearfrog, bäb, 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 bäb. Und ja, ich sehe es aber, klar kann ich den Link noch mal posten. Ich gebe den die ganze Zeit den Copy und Paste heute drin. Schwupp, bitteschön. Äh, Darks, dass es bei mir geht, äh, um das kurz zu erklären, Screenshot machen, indem ich gleichzeitig auf die Leiser-Taste hier und auf die Taste hier oben drücke, und das ist, glaube ich, auf einigen Android-Geräten, so einfach drücken, ein bisschen gedrückt halten. Und ihr seht, er hat einen Screenshot gemacht von meinem ersten Burstrog. Oh, Burstrog ist ja schon Sphere-Frog. Sehr geil. Außerdem kriegen wir jetzt noch ein bisschen Content, dass wir das Insekt-Nest hier ausgemistet haben. Pss, pss, pss. Okay. Du hast es doch gerade. All right? Preacher, even before our logistic officers got here. Sehr schön. Are they still going to... Ja, die gehen die Ruinen noch durch, bla, bla, bla. Wir haben es geklärt, das war das Wichtige. Wie gesagt, bei mir kommt der Donut echt fix. Es war eine Minute und dann war der durch. I got to see the trouble look on your face, bla, 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 bla. Es ist okay, Lynn. Ich babbel mich nicht zu, ich will meinen Spear-Frog benutzen und dann gucken, ob ich gleich noch einen weiteren bekomme. Ja, das haben wir erfüllt. Home-Bildschirm, bitte. Denn mein erster Spear-Frog geht jetzt direkt an Darwin Shell. Denn der wird die zweite Sphäre auf jeden Fall auf Dauer brauchen können. Da haben wir es. Ihr Frog, das kleine leuchtende Ding, sie. Ja, gibt es. Und Darks ist das Link. Bild kannst du, also A, hochladen auf Dinge wie Imgur oder über Dropbox und bevor du es hier postest, vorher kurz Bescheid sagen, hey, ich möchte Link posten, dann kann ich nämlich hingehen, oh, bei mir ist es mittlerweile auf Deutsch. Sehr schön, wir haben eine Sphäre. Dann kann ich nämlich ein Permit geben, dass du drei Minuten lang Links posten darf. Da muss man also vorher einmal fragen. Und dann steht da Permit, dann kriegst du auch bei dir eine Meldung, du darfst jetzt und dann ist das okay. So, ich will mal schauen, ob wir hier noch ein bisschen Crap-Einheiten haben für Braveburst-Level, aber ich glaube nicht. Nein, nicht wirklich. Schade. Mit seinem Braveburst-Leben? Hm. Sphären. Darwin schreibt nämlich noch gar keine. Der kriegt die nicht. Und Lilith werden auch gleich neue bekommen. Das ist mein Leguan-Germ. Da ist mein Leguan-Germ. Den werden jetzt nämlich komplett ungerüstet, was das angeht. Und Evil Shard habe ich irgendwo. Wo habe ich da? Die kriegt er nämlich auch. Sehr gut. Äh, der Baum hat dann Grella. Gradens hat Modular-Germ. Wir werden mal für unsere Damen Lilith hier ein bisschen was Gutes auspacken. Und zwar... Ja, das mal weg. Remove. Genau. Das wollte ich haben. Wo haben wir denn die so schönen Sachen, die ich jetzt suche, die wir hier verwenden wollen? Genau. Batusa und D'Angrella werden wir doch jetzt verwenden. Ich glaube, dass Gra Modular-Germ hat. Da müssen wir gleich noch mal gucken. Ich werde hinter meinen Trupp eh komplett umbauen müssen. Also von daher ist das egal. Ja, Discovitus, wenn du über dein Internet halt nebenbei das Spiel runterletzt, ist halt auch klar, dass der Stream zwischendurch ausfällt. Tut mir leid, aber das ist doch recht offensichtlich. Ja, ja. Modular-Germ, sehr gut. Triple Roast und Splatoon. Da haben wir es. Attack, Death und Damage-Deal für Spark. Flexi im Punkt 1 nochmal runterladen und sonst kann es sein, dass du den Einstellungen kann ich eigentlich eben auch zeigen. Man kann den Einstellungen kann man für Apps einstellen. Wo waren das hier? Ne, das war gar nicht mehr da. Sicherheit, glaube ich, dürfte es sein. Unbekannte Quellen, das musst du erlauben. Unbekannte Quellen, Apps von unbekannter Quellen zulassen. Das hier. Das muss ich bei mir auch einstellen, sonst kann ich auch nicht Brave Frontier darüber verwenden. Also kann ich den ganzen Quadratatschirm ausblenden. Das ist notwendig dafür. Dein Darkness ist Gottfried aus Lillimata, Elsa, Lunaris, Gekori und Mifune. Als Leader in der Kombination auf jeden Fall Lillimata. Lillimata ist eine reine Anführereinheit, die dazu da ist, unabhängig für Werfers zu generieren. Auf jeden Fall solltest du zusehen, dass du für Mifune noch einen Ersatz findest. Der ist bescheiden. Du hast doch gerade gesagt, dass du die App runterlädst. So, wir haben Sphärens Froschen um eins. Ich möchte gerne versuchen, schon einen zweiten zu bekommen. Und wir können uns hier auch unsere Maintenance-Dinge abholen. Denn dann kann ich tatsächlich, ja, Burst Frog, zwei Gems und ein Metal Key, ähm, dann kann ich tatsächlich auch nochmal eine Beschwerung probieren. Es wird jetzt also Zeit, dass ihr mir alle die Daumen drückt. Bei meinem Glück, äh, ganz viel Daumen drücken, bitte. Ich warte auch einen Moment, bis alle so weit sind mit dem Daumen drücken, weil es ist ja ein bisschen Stream-Verzögerung drin. Aha, äh, Jade Shop, die Frage ist, was es einem an Items bringt, was da cool ist, dabei ist, meine Erfahrungspunkte und Energie ist da fast egal. So, wir gucken mal. Komm schon, ich will doch eine Elsa und wir sind im Stream, da kann ich doch auch mal Glück haben, oder nicht? Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, Tür ist gut, Tür ist gut. Elsa, 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 Elsa. Hm, meine Selha, meine dritte. Und auch Oracle. Tatsächlich habe ich in letzter Zeit irgendwie ein Oracle-Fluch, dass ich nur Oracle-Einheiten erhalte. Ähm, die werde ich damit nicht ausbauen, weil ich habe ja zwei gute. Wir können einmal hier reinschauen, was jetzt, ob es hier noch etwas Interessantes gibt. Star-Relax, ja, die Xenon-Dinge, die ich dann wahrscheinlich gleich nochmal zeigen kann. Uh, Trial of the Gods hätte ich noch eine Minute Zeit. Wow. Wir gucken mal, wo ich die anderen Dinge finde. da nicht. Miseria. Uh, Goldsor Underground Lake ist, glaube ich, neu. Sieht auch cool aus. Bzz, bzz, bzz. Ja, und es funkti wieder an. Tatsächlich interessiert mich die Story gerade nicht so bewegend viel. Äh, ich habe bei dem Simonas Choice, ich habe extra von Elsa geschickt, äh, äh, gewotet, aber ich habe einfach kein Glück dabei. So absolut nicht. Das will echt gar nicht bei mir. So. Ähm, ich habe die Energie übrig, um das zu machen. Das muss ich auch bedenken. Ich brauche für Maxwell 50 Energie. Werde wieder das gleiche Team nehmen. So, auch dem Anführer schauen, wen wir da nehmen können. Hm. Wir haben eins, ich habe zwei Licht, eine Erde, eine dunkle Anführung. Wir können, glaube ich, einen Lodin mitnehmen. Das Problem ist, dass die alle keine Sphären haben. Du hast SBB 10. Das ist schon mal was. Du bist Annehmer. Du. SBB 10 bist Guardian. Hm. Und der ist nicht in meiner Freundesstest. Oh, man kriegt für Leute, die man gar nicht in der Freundesstest hat, keine Ehrenpunkte mehr. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Dann nehmen wir ihn hier oben mit. Füllen hier wieder auf. Und wir schauen mal. Mal nach. Ja, doch. Wir haben fünf verschiedene Elemente. Das passt. Und gucken mal, ob ich meinen zweiten Sphärenfrosch bekomme, ohne dafür zu viel Gems ausgeben zu müssen. Also ein Sphärenfrosch ist halt ein bisschen welcher wert, aber eigentlich lohnt es sich halt nicht, da zu sagen, ich setze da jetzt fünf Sphären, äh, fünf für einen, weil ich kann es auch einfach nochmal von vorne probieren. So, also, uh, du hast tatsächlich, naja, einer hat eine Runde, äh, einer ist tot und noch einer weg. Tatsächlich ist der Stitt jetzt auf einmal so. Ich glaube, es sind alle tierisch schockiert, dass ich eine, eine Selha Oracle bekommen habe. Das muss alle vom Stuhl gehauen haben und sie müssen jetzt alle mit Weinen beschäftigt sein, weil es ist auf einmal so ruhig. Und, klar, Frontier Hunter, auf global vermute ich eins bis, ein bis zwei Wochen. Es hatten schon einige vermutet, dass der direkt mit dem Update kommt, aber er ist jetzt ja noch nicht da. Auf der europäischen Version wird er mit dem Oktober-Update kommen, das ist ziemlich sicher. Das ist, äh, oder das steht halt schon in den vorgekündigten Patchouts drin, aber es ist halt noch nicht sicher, wann das, äh, Oktober-Update kommt. Von daher kann das da tatsächlich noch ein bisschen dauern. Mir scheint hier, wir haben hier viele Lichteinheiten, aber ich hätte eigentlich vermutet, bei einem Lake, dass es hier eine Wassereinheit gibt. Deswegen wollte ich Lodin mitnehmen, in der Hoffnung, dass wir da, äh, den Donner-Bonus benutzen können. Außerdem muss ich mal wieder einen Schluck trinken hier. Und dessen habe ich übrigens auch immer Reddit auf, um mal zu checken, was da nebenbei noch so an Infos kommt. Ach so, ein Update ist immer die Hölle los. Mafalde, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber ich kann dir gerne ein Taschentuch anbieten. Wir haben hier welche rumliegen. Gem Promotion gibt es jetzt. Aha, was soll das denn heißen? Gem Promotion coming from... Man kriegt prozentuale Bo... Man kriegt sie preiswerter. Interessant. Uh, und sehr schön, gerade gesehen, man kann auf einmal mehr als 10 Einheiten verkaufen. Sehr geil. Finde ich ein super geiles Feature. Das hatten wir... Ich habe es ja in der japanischen Version ganz am Anfang schon gemacht, das Einheiten verkaufen. War ja ein bisschen immer so, man kann 10 Stück auf einmal verkaufen. Was ein bisschen nervt, wenn man gerade eine Jewel Parade gemacht hat und 50 Einheiten da hat. Und jetzt kann man die tatsächlich alle auf einmal verkaufen. Und ja, wir können Modulas... Ja, wir haben diese Items bekommen. Gras, Sepfeather, Rifffeather ist geil. Die braucht man für den... Sandstone Broodclaw. Ich glaube, soweit ich das überfliege, sind das die Items, die aus mir näher waren. Also dem, was bisher das letzte Gebiet war. Und das, was man für die neuen Sphären jetzt braucht, wird man da wahrscheinlich noch nicht bekommen. Das ist auch plausibel. Das, was man quasi im Top-Level nicht für die Top-Sphären die Sachen kriegt, sondern nur für die zweithöchste Stufe. Und einfach um zu verändern, dass die Leute nur noch das Freitags-Dungeon-Dauer-Farm um sich ihre Sphären zu craften. Weil so schwer ist das ja nun mal nicht. Und stimmt, man kann sich Sacred Jewels mit Julia James machen. Ja, klar. Ich mute, dass ich meine Sacred Jewels auch nicht verkauft habe, aber ich benutze sie auch noch. Aber ich werde dann bald mal zusehen, dass ich ins nächste Gebiet komme, um mir da die Sachen zu farmen. Uh, wir haben Pot bekommen. Sehr schön. Und jetzt können wir eigentlich auch mal Lilith einsetzen. Ich verpeile das immer so oft, aber wir haben jetzt der SBB voll. Am Anfang des Dungeons habe ich noch gedacht, ja, man muss daran denken, kann es dann ja machen. Und dann war der noch nicht voll und aus. Und dann habe ich jetzt auch noch falsch bewegt, sodass es nicht angegangen ist. Und scheinbar ist der Trappel im CW echt erfolgreich, weil der ist immer noch AFK. Die kommen also immer ein paar Runden weiter. So, Eternity Force, wir den hier mal weg, den Produkt. Und schauen uns mal an, was hier der Bossgegner bringt. Ich glaube, ich hatte es gerade schon gesagt, den zweiten Sphärenfrosch werde ich mir für Maxwell aufbewahren, weil Maxwell OP. OP ist all hell. Und da zwei Sphären drauf ist richtig geil. Vor allen Dingen, dadurch, dass sie ja bei ihrem Superwalfus 33 Hits hat, wird sie halt unheimlich viele Kristalle erzeugen. Da dann noch mal ein Solgenerator drauf. Sweetsun wird das gut. Ah, Lichteinheit, Vollengott, Laksal. Tschüss, wir nehmen auf jeden Fall erstmal das so. Dann hätten wir, wenn wir Frühgras einsetzen müssen, einfach für den Elementanfort, hätte ich vielleicht sogar Vorlodin einsetzen sollen. Darwinschall auch am Anfang schon mal ein, weil momentan generieren wir ja schön viel, was wieder voll zu bekommen. Schauen wir mal, schadestechnisch, uiuiui, da kommt einiges zusammen. Das ist mehr als bei den Insekten-Tuse gerade. Der Scheining hat sich geheilt, das ist ätzend. Hat dafür aber kaum Schaden gemacht, interessant. selbst wenn wir Darwinschall da nicht gehabt hätten, hätte er, glaube ich, kaum Schaden gemacht. Das Problem ist, wir haben immer nur zwei Runden lang Grah aktiv, also hier hoffen wir einfach mal, dass wir ihn jetzt wieder voll bekommen. Und wenn er sich jetzt jede Runde 20.000 hält, wird das ein sehr, sehr ätzender Kampf. Und in der Runde zwei. Oop! Oop, Oop, Oop! Das war dann mal Grah. Dann holen wir uns Grah mal wieder. Und setzen jetzt auch auch Darwinschall wieder ein. Und, äh, die Bosse wirken hier generell an dauernd überladen. Da klatschen sie mal richtig viel rein. Sanction ist also sein harter Angriff. Und hier, I can hear something. Shining ist seine Heilung. Wir nennen uns ihn hier mal oben. Wir können Lothin wieder einsetzen, was halt heißt, wieder Brave Boss Productions. Wir hätten auch wieder eine Aresflöter einsetzen können für immer dabei einen. Die müsste eigentlich soweit sein. Dass wir Grah dabei haben, ist halt super für weniger Schaden nehmen. Und mehr Elementangriff. Und Moment, ich gebe dir eben Permit. So, jetzt kannst du Bilder posten. Oh Gott, das Ding klatscht rein. Ich denke, wir nehmen jetzt mal den Baum zum Heilen. Nein, ich habe falsch geklickt. Fuck, ich habe mit Grah falsch geklickt. Ich hätte nach oben und habe halt aus Reflex zur Seite wegen Super Brave Burst. Das heißt, wir haben diese Runde noch keinen Elementarbonus und ich habe die Aresflöte wieder vergessen. So, Bild ist angekommen. Auf und mir werde ich im Laufe des Streams mal versuchen noch zuzukommen. Kann ich aber auch nicht versprechen, wie schnell, wann ich dazu komme. Momentan ist ja gut zu tun. Und ja, wie gerade schon gesagt, Artwork wirkt bei Bossen generell immer ziemlich krass. So, Flöte schon mal mit rein. Grah einsetzen für extra Damage und wir haben ihn jetzt gleich bei 50%. Eigentlich hätte ich jetzt Darwin Shell voll haben sollen, aber den haben wir da viel zu weit von entfernt, um das zu schaffen. Sie sehen, er wird wahrscheinlich, wenn er jetzt unter 50% kommt, irgendwas machen. Das wäre typisch. Das ist wohl himm... Baum, 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 Sanction noch mal. Damit ist Grah down. Reporting in Grah down. Wir haben aber alles voll, das ist schon mal was. Leider wird uns das halt gewaltig Schaden abziehen, weil Grah nun mal Dark Element Angriff dazugegeben hat und wir den eigentlich bräuchten. Und Discovitus Thunder Kristalle solltest du auf jeden Fall behalten. Alle Ghost, King, Crystal und Got Einheiten eines Elementes sind dazu da, Einheiten aufzuleveln und Crystal sind die besten dabei. Das heißt, so ein Donner Crystal solltest du in eine Donner Einheit einsetzen, die du mal eben so 10 bis 50 Level hochbekommen willst, je nachdem, welcher Tierstufe du sie bisher gerade hast. Wir können wieder die Flöte noch mal nehmen, weil ich glaube, die ist nicht mehr aktiv. Hätte jetzt gerne noch mal Darwinshell fertig gehabt. Lass mein Lodhin heile, du Sau. So, wir brauchen dann mal wieder den Baum zur Heilung. Dann Lodhin für den BB Bonus, dann setzen wir dich mal ein für Schadensreduzierung für nächste Runde. Ich weiß nicht, ob wir Lodhin zu 100% voll bekommen. Aber das gut ist also Thunder Crystal auf jeden Fall gut. Wenn du am Anfang noch wenig Einheiten hast, würde ich dich auf jeden Fall erstmal aufbewahren. Außer du hast jetzt irgendwie bei der ersten Beschwörung eine Einheit direkt als 5-Sterne-Form bekommen, dann kann man da auch schon mal ein Crystal reinhauen. Uh, diese Runde gab es wenig Schaden, das ist gut. Aber das heißt, wahrscheinlich kommt nächste Runde wieder viel und wir haben leider Darwinshell nicht fertig. Aber wir haben unsere Heilung zur Not bereit für nächste Runde. Das war also mal sein... Er hatte also bei 25% scheinbar irgendwie einen krassen Angriff und ich hätte Darwinshell haben wollen und ich hab mir gedacht, na, ich hab ihn nicht, also muss es so gehen. Ja, ja, ja. Macht er das jetzt nochmal? Live-Raw. Wir machen es jetzt so, wir setzen unser Ding ein und wir setzen auch hier was ein, um Darwinshell voll zu bekommen. Hoffen einfach, dass wir in zwei Runden genug machen, um ihn kaputt zu bekommen. Und, und, und. Komm schon, wenn er jetzt uns nicht wipet, dann haben wir ihn. Vanishing Voice. Schon nochmal. Moment, wir brauchen den... Moment. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt hab ich aus Versehen gegardet, scheiße. Fuck, ich hab's nicht gesehen, dass er uns BB geklaut hat. Ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Uh, es geht auch so noch. Ohne Kristall, äh, ohne Gem. Bam, I did it. I've slain the monster. My Jimmy. Und so weiter, ihr wisst schon. Damit sind wir jetzt auf jeden Fall tip-top Maxwell vorbereitet. Und ich bin ganz schön kaputt, jetzt schon, weil... Das war schon nicht ohne. 8000 Erfahrung. Der war noch ein Stück, gefühlt ein Stück härter als der vorherige. Am vorherigen hätte ich halt einmal besser aufpassen müssen, hätte ich mir den Gem gespart. Angel Teal, Fades, Down, 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 das ist nichts Besonderes. Pot, ja, nehm ich gerne. Und ein Gem, Sweet. Und ein Spearfog, Sweet, den wollte ich haben. Und sie kommt wieder, ja. Jetzt bin ich ganz schön mattig, aber, äh, jetzt werden wir uns an Maxwell machen. Dessen kann ich schon mal ein bisschen Blick auf die Bilder von Affenarmee werfen. Das hat ganz schön viel Auswahl. Oh ja, wir sind da. Und wir kümmern uns mal um Maxwell. Das heißt, wir setzen erst einmal die Truppen zusammen, werden dann nochmal wegen Sphären, guck mal, ich hab jetzt ja die meisten Sphären hier in meinen Haupttrupp reingezogen. Und tatsächlich, ja, ich rasiere meinen Bart sogar täglich, weil alles drumherum hier wäre so, so ein Stück weit Fell drauf, wenn ich das nicht jeden Tag rasieren würde. Gott, was ist das? Steht da denn noch als Squad drin? Das wird aber ganz schnell geändert. Wo ist Mi Baum? Ja, das ist noch alles vom Grah-Kampf. Wo ist mein Bäumchen? Wahrscheinlich ist da noch ein anderer Trupp drin, kann das sein? Ah, der ist da oben schon drin, ha. Warum kommt da hin? Könnte ich schon mal da unten hinziehen, wo Grah hinkommt? Einer geht noch, ja, in der Mausgame, ja, ich weiß, dass noch eine Quest davon geht, aber wir werden jetzt die nicht machen, weil ich glaube, die ist in von einem neuen Gebiet oder die ist auf jeden Fall auch noch schwerer und wichtig für mich war, dass ich Darwin Shells zwei Sphären drauf habe. Alles andere sollte auch so gehen. Deswegen ist mein Ziel jetzt eher, und ich flackert mein Licht gerade, was mich wahnsinnig macht, dass wir dann an Maxwell machen, denn ich möchte auf jeden Fall jetzt gleich Maxwell klatschen und freue mich da schon drauf, wie der Kampf wird. Und ich freue mich haltet da. Ja, ich weiß, es gibt von diesen Boss-Dingern noch eine Quest, wo man noch einen Boss dort bekommt, aber werde ich jetzt noch nicht machen, den werde ich mir noch für später aufheben. So, wir werden Lillimata hier im zweiten Team mitnehmen. Genauso wie Olu. Olu. Bei Wendes im zweiten Team. Jetzt muss ich überlegen. Ja, wir werden es im zweiten Team machen, weil Maxwell soll sehr, sehr gut gegen Crit gesichert sein. So, da ist mein Olu. wir werden hier, ja, jetzt wird es interessant. Wir werden hier Elimo als Heilerin mitnehmen. Und dann haben wir Platz für zwei Damage-Dealer. Da läuft das Ding, ich warte mal, wir nehmen auf jeden Fall Luthor mit, weil der richtig gut dafür ist. Die zweite Überlegung ist Selha, weil wir die beide als Guardian haben. Weil halt deren normaler Brave Burst schon sehr stark ist. Ein Bazinger. Willkommen zurück. Ist ja ganz schön lange gebraucht. Jetzt ist die Frage, habe ich gerade die richtige Selha genommen? Guardian, ja, das ist die gut ausgebaute. So, zwischen nicht mehr wieder den Schenker. Ich bin sogar noch länger weg, weil die machen jetzt noch die Verteidigung von der Provinz, aber da habe ich jetzt gesagt, wenn sie mich nicht unbedingt brauchen, dann bin ich weg. Übrigens, die Server stehen wieder. Du hast die coolen, die ersten coolen Kämpfe schon verpasst und Xperia, 4 Sterne, Emilia ist nicht gut, die ist ziemlich verhaltet. Und Joychomp, das bleibt bei Pro 5 Pro eingesetzten Gem bis zum Maximum von 500 momentan. Irgendwann wird es auf 1000 hochgehen. Und danke, Flexi. Äh, ja, die haben so ein bisschen was mit meinem Musikgeschmack zu tun. Das stimmt schon. So, Trupp 3 haben wir noch und jetzt wird es nämlich richtig interessant, was ich überhaupt noch an Einheiten habe und an Limit. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich mit 5 Sternen, wir könnten Phalons mitnehmen, weil die schön schnell auffüllen. Könnten auch tatsächlich, wobei der Erdetrupp wird nicht stark genug sein. nehmen wir mal Selneid als Anführer und packen dann hier, wo haben wir sie, die Phalon-Brüder rein. Achso, noch kurz, wenn du wissen wolltest, wie es lief. Ja, erzähl. Ähm, eine Provinz haben wir uns geholt. Oh, welche? Das ist, Moment, Galicien, oder wie das heißt. Auf jeden Fall das quasi über Portugal und das Stück. Die anderen beiden Kämpfe haben wir leider verloren. Das eine war vom Theke, das habe ich nicht mitbekommen. Ich war im anderen Team. Und das andere Match, das weiß ich nicht, was eben los war. Es war, irgendwo war ein Fehler im Spiel. Und der Rockstar hat sich da ziemlich aufgeregt. Tja, haben wir noch irgendwas, was wir hier mit reinpacken können? Was hat ein Spearfrog denn für Stats? Ja, nee. Zoom 8 hat es übrigens auch nicht geschafft. Ich bin ja der Meinung, nur weil du nicht da warst. Klar, garantiert. Uh, wir können Miracle-Tortems mitnehmen als Ersatzlösung. Wer ist der beste Starter? Ja, Donner ist auf jeden Fall nicht schlecht. Donner und Blitz. Ich bin immer noch der Meinung, man sollte easy insgeheim den Döner-Gott nennen. So, bevor wir Helper anfangen, gucken wir jetzt nach Sphären. Und zwar brauchen wir natürlich für Selha. Selha hat noch welche Selha bist denn du? Du bist die Lord. Ich brauche nicht die andere noch Luthor brauchen wieder eine. Und ich glaube, ich habe meinen Leguan Gem noch niemanden gegeben. Wobei ich den vielleicht Lillimata geben sollte. Er hier kriegt Sacred Jewels. Und Julia Gem ist begeben. Können noch eine Steeple rausnehmen. Können noch eine Steeple rausnehmen. Können auch den Guardian Cloak an ihm ausprobieren. Ich glaube, probieren hier den Guardian Cloak aus. Dann brauchen wir was hatte ich jetzt gesagt? Ja, genau, Lillimata. Ist hier natürlich nicht mit oben. Die wird den Leguan bekommen, einfach damit sie genug aushält. Soll haben wir sie dann da? haben wir den hat er schon mit drauf gepennt. Jewel ist für sie eigentlich nicht gut genug. Man muss nicht mit dem Sacred Jewel leben. Hoffen wir dass wir nicht so weit kommen müssen. Und halt ich hab was richtiges vergessen. Sphären. Hulu braucht natürlich auch noch eine. Und Elimo wahrscheinlich auch. Und zwar sollst du Max HP 25% Sphären bekommen. Leider habe ich noch keine 30% Sphären davon. Leider, leider. Das war noch besser. Niveau einschätzen. Und dann müssten wir alle haben. Die im letzten Team sind da wirklich nur Füllmasse. Da gebe ich nicht so viel drauf, was die haben. Oh, die werde ich erstmal nicht mehr einsetzen. Wahrscheinlich. Und dann ich schaue das nochmal auf Reddit, ob noch etwas Interessantes da ist, was man wissen sollte. Oh, wichtiges Gimmick, man kann es beim Einheiten, beim Items Craft nur gedrückt halten. Sehr cool. Viele interessante Sachen, können wir direkt mal ausprobieren. Jep, man kann gedrückt halten, sehr geil. Ich hoffe nur, dass sie haben auch den Bug, dass er sich dabei mal aufhängt, rausgenommen. Unable to retrieve user information team. Ich habe keine Ahnung, irgendein Fehler, der auftritt. Das kann halt bei Unpatch-Tagen passieren. Neckten, ja, Brave Frontier hat immer die Angewohnheit, dass es sich, wenn man zu viele Items auf einmal craftet, über 150 gerne einmal aufhängt. Aber es scheint jetzt zu gehen. Also, kümmern wir uns jetzt um Samona Research Lab. Haben die Teams hier schon aufgestellt, haben auch überall Sphären dran und wählen jetzt Hilfseinheiten aus. Und wehe, der Gra ist hier nicht mehr genau. Wir haben nämlich auf jeden Fall noch einen mit einem Gra, den wir hier auch brauchen. BB-10, der ist hier ganz wichtig und Modular-Jam. Ich habe aber, glaube ich, keinen, doch dort haben wir noch einen Kollegen mit dem Gra, sehr gut. Den möchte ich dadurch im zweiten Team auch dabei haben. Und fürs dritte Team, der kann alleine ziemlich kickass sein, nehmen wir mal den Lilith mit. Und Items, ja, da müssen wir auf jeden Fall einiges machen. Flöte kommt raus. Stattdessen kommt noch ein Fusion Tonic mit rein. Revive werden wir erstmal mit drin behalten. So, und bevor wir anfangen, brauchen wir noch etwas ganz Wichtiges. Und zwar habe ich hier, das ist so ein Pattern-Overlay. Ich weiß, das wird hier nicht allzu gut zu sehen sein, weil es recht klein ist. Wir können es noch ein bisschen nach oben verschieben und den Platz rausschlagen. Aber da sieht man, in welchem Zug wir sind. Und das ist bei Maxwell unheimlich wichtig. Und das mit den Flexi, das schaltest du in den Einstellungen unter Sicherheit ein. Hier kann ich halt die Runden auswählen. Das ist ganz wichtig. Ich kann hier durchgehen. Und er sagt mir dann immer, an welchen Stellen ich was machen soll und was passiert. Und das Wichtigste ist, dass man hier von der allerersten Runde im allerersten Battle aus zählen darf. Das ist ziemlich eklig und es ist ein 20-Runden-Pattern. Deswegen bin ich über diese App sehr froh. Wenn ihr die haben wollt, könnt ihr gerne was sagen. Dann packe ich die euch auch in den Chat rein. Ja, unser erster Anlauf. Wir sind Runde 1. Erzählt das jetzt schon als Runde 1. Total eklig. Und laden uns hier erstmal komplett auf. Und gehen auf Runde 2. Willkommen zurück Comeback Master. Ich habe Lillimatter nicht im ersten Team, weil ich sie persönlich noch recht schwach finde. Und mir da lieber den Gra haben will für die 50% Schadensreduzierung und bessere Stats, weil damit habe ich einfach monster viele Lebenspunkte. Das ist mir persönlich wichtig. Deswegen müssen wir hier direkt einmal heilen. Tatsächlich könnte man diese Dinge auch Auto-Battle. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass irgendjemand das macht. So, wir müssen jetzt mal eine Runde lang mit allem verteidigen, außer dem Baum, der halt heilen musste. Weil jetzt kommt dieser Napa im Blas, der richtig ran hat. Und scheinbar hat Lillimatter, die hat auch noch Abzüge sowieso. Ja, gegen den muss man alle vier runden. Wäre nice. Ich deute mal das Wäre nice auf die Datei. Die findet sich hier. Ähm, und ja, gerade gefragt, wo der Miracle-Blub braucht man, um Sinon, Estia und Gesestia zu entwickeln. So. Ach, schön, Blub. Miracle-Blub. Das ist ein toller Name. Mhm. Blub. Aber Miracle-Bolb, je nachdem, wie man es ausspricht. Nein, Blub ist schöner. Äh, und ja, Ben, Uchi hat, hat das geschafft, aber Uchi spielt auch in der japanischen Version, wo man ein bisschen stärkere Einheiten hat. Mit Elsa und sechs Sterne Davinschall und sechs Sterne Lillimatter ist das wesentlich einfacher. Eieiei, der tut ganz schön weh und ich hab meinen Baum immer noch nicht voll. Der haut ganz schön rein. Äh, der Baum kriegt echt gar keine BPC zusammen, das ist schlimm. Also wir nehmen Davinschall für den Schadensreduzierung und der Rest verteidigt und ich hoffe, dass Davinschall das alleine überlebt. Ja, mit zweimal K, das ist so echt einfach. Er hat mir tatsächlich einen Statuseffekt, weil ich muss jetzt mal, wenn ich das nicht gerne will, dich ein, dann Flujentonic einsetze, einfach weil wir ein bisschen auf Schaden kommen müssen. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Ganz schrecklich. Das ist bei dir doch immer der Fall. Ja, in letzter Zeit, in letzter Zeit irgendwie schon. Ich hab jetzt eigentlich schon wieder die Möglichkeit zu haben. Ich geh schon mal weiter, auch wenn wir noch nichts gemacht haben. Ähm. Mal die Grass zuerst. Wir haben ja mittlerweile deren Brave Burst. Und die Lillimata hat's nicht gemacht. Aber die Lillith. Teilweise hasse ich das ja. Und Blub nicht im Sinne von, eher im Sinne von Bold wie Kugel. Super, wir haben schon wieder Statuseffekte. Und wir haben Lillith da. Und super. Geht ja schon mal gut los. Ich hatte heute schon Schnitzel. Passt du's gut. Äh, es war weniger Schnitzel, mehr, ähm, hier. Oh, Gra kann er natürlich auch angreifen. Wir haben tatsächlich Juggernaut schon ziemlich tot, aber wir haben halt auch schon echt viel verbraucht. So Nuggets waren das, der ist sicher total listig wie du über, über, über das Spiel redest und nicht einfach über Essen. Ich hoffe, die Lillith überlegt das, aber ich befürchte, ich habe sie gerade den Tod geschickt. Ach, und ich werde gleich nochmal los müssen und irgendwas mit zu Essen schnappen. Oh ja. Ich bring dir was mit, das klatsch ich an dem Mikrofon. Sehr schön. Was klatsch ich an dem Mikrofon? Nee, das klatsch ich an dem Bildschirm, wollte ich sagen. Döner wäre jetzt auch echt gut. Oh ja. Ja, und wie gesagt, die sind dazu da, um Sinon, Estia und, äh, Sinon und Estia als Komboeinheit entwickeln zu können. Nur dafür sind die gedacht. Ich muss noch von letzter Runde weiter bewegen und diese Runde wieder. Und wir haben Juggernaut-Tod, das ist schon mal gut. Kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen Zeug wieder. Und wir kamen Demon Abaddon. Oh, mein Panzer ist ja eine Woche gesperrt. Ja, Tank Freeze. Ja, wenn der gestorben ist, ist er gefreased. Stimmt, die werden ja mal eine Woche gefreased. Ich hatte irgendwas von drei Tagen im Kopf. Waren es nicht drei Tage bei Landungstur? Keine Ahnung. Äh, ich merke jetzt schon, was da quasi, was eine Lillimetta von Unterschied macht, aber ich hab's halt jetzt nicht drin, also müssen wir jetzt erstmal so gehen. Eis ist eine super Idee. Vielleicht haben wir noch Eis irgendwo. Bei 50 und 30 Prozent macht er dicke Angriffe. Das Gute ist, er ist jetzt dark, das heißt, da werden unsere Lillies richtig reinhauen. Zu viele Stoppschilder auf dem Weg. Was? Stoppschild. Woran das liegen kann? Keine Ahnung. Das Beste, was du dagegen machen kannst, ist einfach mal Handy neu starten und dann hoffen, dass es danach wieder geht. Das Anhalten war, das Anhalten, Anhalten war so schön gewählt, da musste ich Stoppschilder irgendwie mit einbringen. Stoppschilder vor allem. Stoppschilder, ja. Wo ist die zweite Lillie? Bitte noch. Oh, die macht's wieder nicht. Ich verkipp mich da regelmäßig. Tatsächlich macht der zwischendurch jetzt gar nicht so viel Schaden. Das geht alles noch. Und wir werden uns Darwin-Schall dann bis zum entscheidenden Punkt bei 50 Prozent aufbewahren. Grah müssen wir mal retten. Und ich befürchte, wir werden bald wieder den Baum einfach zwangs bravebursten müssen. Weil wir jetzt wieder Lebenspunkte brauchen. Und zwar, ihr verteidigt beide auf jeden Fall und du führst schon mal aus. So. Ja, dass die Energie dann weg ist, ist ärgerlich, aber da würde ich sozusagen auch einen Gem vereinsetzen für den Stream. Aber es wird auch ganz dringend, wenn ich für meinen Baum einen Sphere-Srog brauche, um denen auch einen Evil Shark zu verpassen. Und sind wir noch nicht darüber. Oh, 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 oh. Dann werden jetzt alle außer Lily verteidigen. Oh, Lilith. Ich sag das jedes Mal falsch. Jedes einzelne Mal. Jetzt wirds wehtun, Deathghast. Necrokost, 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 uuuh, uh, 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 ja, wir haben Midnight oder alles wieder überlebt. Wir haben's alles überlebt. Selfmade Soundeffekte bei Dograty. TAlfmade Soundeffekte Passt nicht ganz. Oh, schön. Und Flexi, von den aktuellen Einheiten, die man da bekommen kann, sind bis auf Lunaris alle unheimlich geil. Einfach gesagt. Lunaris ist die einzige, wo ich sagen würde, ein bisschen vorsichtig, weil... Also sie ist nicht schlecht, sie ist immer noch gut, aber alle anderen sind sehr gut. Also Zelnite, Darwinshell, Lillimetta, Elsa und wer war da noch drin? Ich glaube, Selha. Allesamt richtig geil. Er macht hier wieder seine Spielangriffe bef... Oh, scheiße, das hatte ich vergessen. Ja, fuck. Ich vollidiot. Ah, ich vollidiot. Er killt einem zwangsweise zwei Einheiten. Und hinterher nochmal eine. Ob ich will oder nicht. Und ich kann leider die Spielmusik bei Maxwell nicht zeigen, da ich dafür entschieden wurde, dass ich die Spielmusik nicht verwenden soll, sondern Musik drüberlegen soll. Und ich werde jetzt hier schön weiter garten mit allen Einheiten immer, außer mit Lilith. Wir werden da auf jeden Fall hinkommen zu Maxwell, aber wir werden es dann sehr schwer haben. In Ermangelung von Baum und in Ermangelung von... Aber wir könnten jetzt theoretisch gesehen eine Runde lang mit Darwinshell arbeiten. Ich hab... Scheiße, ich hab vollkommen die Runden vergessen. Fuck! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und... Und... Comeback Master, das Problem ist, dass die Leute halt meist noch nicht wissen, wie gut Maxwell wird, weil sie seine sechs Sterne Form noch nicht kennen. Und dann wird der halt einfach unterschätzt. Und Sense Alice ist nett, aber mittlerweile auch total veraltet. Leider. Oh, na, Hangchen, so einfach geht das Umstellen noch nicht mal mehr. Da müsste ich jetzt tatsächlich einiges an Aufwand betreiben. Daher möchte ich damit jetzt eigentlich eher vorsichtig sein. Wir können mal... Wupp, und Darwin schon einsetzen. Ich hab halt verpennt. Ich hätte zwei volle Heilungen mitnehmen müssen. Zwangsweise. Äh, zwei, drei volle Revives, die auch direkt einsetzen müssen. Und, äh, klar, mit... Ich hab nach dem, was... Ich glaube, du hast doch vorhin was über Einheiten gepostet. Damit sollte das an sich eigentlich gehen. Das ist halt ein bisschen Geduld. Und dann kriegt man den... Den ersten Trail eigentlich mittlerweile locker. Und sobald man ein paar sechs Sterne Einheiten hat, dann ist das sehr einfach. Das Problem ist, ich werde diesen Anlauf des dritten Trials hier wahrscheinlich nicht schaffen. Creator Maxwell, ja. Da haben wir Maxwell. Das Problem ist, ich hab vergessen, auf welchem Zug wir sind. Das heißt, wir werden jetzt abschätzen müssen, wo wir sind. Zum Glück haben wir noch reichlich Guard-Sachen aktiv gehabt. Aber ist gut jetzt aber auch. Wir hätten hier erstmal verteidigen und erstmal so angreifen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Oh, Descovitus, das ist ja mal eine Überraschung, dass dein Stream so lange hält. Und leider hier Graf verreckt grad voll Shit. Und ich hab leider am Anfang der Runde wieder nicht aufgepasst, was er sie erst gemacht hat. Genesis. Genesis ist erstmal harmlos. Jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt muss ich nämlich wohl oder übel meinen Baum gleich nutzen. Das Problem ist, wir machen halt viel zu wenig Brave-Cross-Kristalle so mit den reinen Lilith. Sacred Song und Rune. Das heißt, wir sind Runde 1 davon. Wir sind jetzt also hier irgendwo wahrscheinlich. Wenn der jetzt Destiny die nächste Runde macht, wissen wir, wo wir sind. Auf jeden Fall müssen wir dich jetzt einsetzen. Genesis. So, ich begebe mich wieder auf Fressens, äh Jagd. Gute Jagd. Ähm, oder auf Eis. Was war's Eis? Okay, bekomm ich hin. Bis gleich. Okay, hier sind wir also nicht. Sondern wir sind wahrscheinlich dann hier oder weiter oder da weiter. Vielleicht waren wir auch da. Nee, dann hätte er es direkt jetzt eingesetzt. Das heißt, wir sind mindestens da. Problem ist, ich kann sie jetzt auch nicht mehr heilen. Und wenn wir mit ihr nichts machen, kommen wir auch nicht voran. Aber wir können hier mal ein bisschen angreifen. Okay. Okay. No, come back master. Das ist echt ärgerlich. Wobei das Pferd, also der Zentaure, um Usubi gar nicht so schlecht ist. Den unterschätzen viele. Und der ist auf einem ziemlich ähnlichen Level wie... Hat der jetzt Destiny eingesetzt? Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Wären dann jetzt quasi hier gerade. Aber ihr seht ja, wie wenig Schaden wir so machen. So, und sie ist weg. Ich hab schon wieder komplett... Jedes Mal, wenn ich mir denke, ich hab angriffen, gucke ich hoch. Weil ich mir denke, kann man ja mal auf den Stream schauen. Und dann passe ich halt nicht auf. Das war Destiny. Destiny. Ähm, hallo, Nightplay. Ja, es gibt ein gewaltiges Update sogar bei Global. Ich hol hier gerade mal... Ups, einen Moment, das dazwischen... Dann kann ich nämlich den Link nochmal raussuchen. Dort findest du... Äh... Die neue... Die AP-Karte, die du wieder unterladen musst. Ja gut, wenn du jetzt schon auf Anima hast, dann bringt er tatsächlich nicht viel. So, wir passen jetzt mal auf. Was macht der? Sacred Song. Okay, wir sind also irgendwo am Ende wieder. Und Rune, ja, die macht der immer zusammen. Auch Kleinvieh macht müssen. Ja, das Problem ist, wir sind ja gleich ja mit meinem Team Lillimetta da. Mal sehen, wie gut es da mitlaufen wird. Da hätte ich dann halt gerne die Lilis mit drin. Ja, mach hier noch ein bisschen Schaden. Wir sind jetzt bei... Boah, ihr guckt euch das an, wie wir nicht mehr gemacht haben. Lieber Lodin oder Sage-Brand. J-Chomp. Ich würde prinzipiell mal sagen Lodin, weil ich Lodin unheimlich geil finde. Ist einer meiner absoluten Lieblinge. Ähm... Aber Bran ist prinzipiell auch nicht schlecht so. Da habe ich keine Ahnung, wo wir sind. Aber ich weiß, wir sind irgendwo in der Zugphase hier. Glaub ich. Greifen wir jetzt einfach mal mit allen an. Und schauen mal, wie viele Kristalle wir zusammen bekommen. Okay, kein Destiny. Das ist schon mal was. Und hallo, Steiny. Nein, heute ist kein World of Tanks. Das ist morgen. Heute ist ausschließlich Brave Frontier. Könnt ihr mal aufhören, Imperial Lillimetta so anzugehen? Soll auf alle anderen gehen, wo wir die Kristalle tatsächlich brauchen. Verteidigsten, wir greifen mal an. Jetzt müsste eigentlich auch wieder Sacred Song kommen. Jetzt kommt Destiny, okay. Und dann Sacred Song. Das heißt, ich weiß zumindest, wo wir sind. Nämlich hier. Aber leider knallt der Bedeutung auch richtig was. Das Gute ist, Lillimetta ist zwar tot. Aber wir können ja von ihrem Brave Buster noch profitieren. Ich hoffe, dass wir das überleben. Aber werden wir wahrscheinlich nicht. Und Disalike, wahrscheinlich wird morgen Teamgefechte gemacht. Und ja, wir können das jetzt prinzipiell abbrechen. Das war zu viel. Und das Ganze dann nochmal probieren. Äh, Steini, das Spiel ist Brave Frontier. Da geht es darum, dass man als Beschwerer einen Haufen kleiner Einheiten hat, mit denen man durch die Gegend wandert und Dinge bekämpft. Und dabei immer schwerere Sachen besiegen muss. Hallo, äh, New York City Gloom. Willkommen im Stream, auch weil ich befürchte, dass du mich nicht verstehen wirst. So, wir probieren das mal hier, Lillimetta und Grat zu tauschen. Äh, das Anführer. Ich kann nicht so einfach rausnehmen. Remove, so. Team 2. Team 2. Da kommt dann der gute Mann rein. Der alte Sack. Wo ist er denn? Da, war schon drauf. Ist er hier Anführer? Was, 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 was habe ich gemacht? Ey, in Momentum habe ich Limo rausgenommen. Was mache ich für Blödsinn? Ah, weil er beim anderen da unten in der Ecke war. Was passiert davon, wenn ich die Einheiten nicht passend stehen habe und deswegen in falsche Stellen gucke? So, Miamigo. Jetzt aber und jetzt sagen wir hier auch Change Position. So, schwupp. Und prinzipiell Flexi, das ist nur heute, weil es so viele Prolier gibt. Im Normalfall ist Global bei mir das, was am flüssigsten läuft. So, Lillimata. Ich bin da am überlegen, ob ich ihr noch eine andere Sphäre geben soll, weil sie hat jetzt ja nur ein Sacred Jewel. Damit setzt sie einfach kaum halt Lebenspunkte. Wir gehen da nochmal rein und gucken nach der Sphäre, ob ich ihr nicht irgendwas... Wir nehmen mal, glaube ich, Darwinscher hält ja gut was aus. Äh, Dragon. Ich habe prinzipiell das gerade einmal versucht und auf die Schnitt bekommen. Ich kann leider nicht hier draufklicken zum Entfernen. Ich muss dann alle entfernen. Das ist ein bisschen Alwander und ich hätte ihm auch nicht direkt die neue geben können. Als Sacred Jewel habe ich, glaube ich, noch mehrere. Oder Alternativ. Wir geben ihm, da es ja nicht um Attack geht. Ne, die Tapirs werden lassen wir lieber. Und dann gucken wir Lillimata, den Leguan-Jam, weil sie mehr aushält. Und, äh, ich packe nicht Michelle in mein erster Squad, weil Michelle, äh, kein, äh, nicht mehr ausgebaut ist. Also ich irgendwann die Mühe mache, ihm das nebenbei zu erklären, weil er wahrscheinlich kein Deutsch kann. Äh, ich habe keine voll ausgebaute Michelle, also macht es auch keinen Sinn, sie zu verwenden. D'Angrella of Dravenshel. Ja, das ist tatsächlich eine Option. Ah, ich probiere das mal aus. Wir können ja... Wir werden... Dinge hin und her schieben. Welche Lilly hat denn das? Mal probieren wir das mal aus, was da so kommt. Sie hat D'Angrella sehr schön. Dann geben wir ihr... Was haben wir denn noch sonst her? Und auch ihren Sacred Jewel geben, aber das ist eigentlich ein bisschen schwach. Leider keinen Sacred Stone, den hätte ich gebraucht. Ich hab Kekse gefunden. Meinen Glückwunsch. Dankeschön. Bringt mir alles nichts. Das hat ja auch gar keinen Sinn. Oh, Providence Ring, das können wir tatsächlich nehmen. Aber wir Uda ja momentan nicht einsetzen. Also, this I like, bisher ist nur der Trappel festgesetzt. Und ich habe heute auch keine Zeit gehabt, mich da ausgiebig darum zu kümmern, wer da mitfahren wird. Ich denke mal René, wenn er kann. Und ja, ich besitze eine Attack-Pattern-Liste von Maxwell. Die kann ich gerne in den Chat posten. Ich sollte übrigens auch schon wieder zurück auf 1 gehen und mir dann jetzt mal... Ah, was sollt ihr bekommen? Also, was zählt dann Grella denn? Als Stats, absehe ich schon, dann müsste sich das ja mit der Evil-Chart kombinieren lassen. Haben wir ihn wieder? Wir haben Linus. Ja, das sieht gut aus. Und stimmt. Guardian-Cloak wird da nutzlos, weil er Defignore hat. Wobei er das ja auch nicht durchgehend hat. Aber mein Guardian-Cloak ist auch nicht gut genug. Da müsste ich, glaube ich, die verbesserte Version haben, damit sich das richtig lohnt. So, dann wollen wir doch mal... Wir werden dann beim ersten Mal bei beiden Teams wieder ein Gra mitnehmen, weil alleine schon Schadensreduzierung... Moment, wen haben wir jetzt für Party 1? Will nicht für Party 1 einen Zebra haben. Tut mir leid, nein. Dann nehmen wir die wieder für den Abschluss. So, und wir werden hier... Die besseren Rewives, nenne ich die Angel Islands. Wo habe ich sie? Da habe ich River-Rive-Light, brauchen wir. Und das Problem mit Olu ist, dass halt einfach Darwin-Shell schon besser ist. Darwin-Shell ist einfach praktischer. Also warum sollte ich Olu mitnehmen? Und Flexi, du kannst bei Global den Account... Ich weiß nicht, ob er betragen funktioniert, aber du kannst den Account einfach an deinen Facebook-Account knüpfen, dich mit Facebook einloggen, oder kannst du einfach aufs nächste Gerät gehen, dich bei Facebook anmelden und sagen, YOLO, ich melde mich hier an und dann funktioniert das. Äh, klar, für Skull-Trial kann man Guardian-Klocken haben. Ich persönlich finde einfach die 25%-Regel dabei echt unpraktisch. Aber wenn du quasi nichts Umwerfendes an Items hast, kannst du den dann ohne Probleme verwenden. So, das war Runde 1. Mal sehen, ob ich diesmal daran denke, durchgehend das Pattern zu benutzen. Auf jeden Fall machen wir das bewegen, wenn ich daran denke, schon mal vorher. Also wir machen jetzt... Also jetzt kommt Runde 3 so. Hallo, Junge auf Crack. Ja, äh, ich weiß... Ich wusste gar nicht, dass du dich so für Brave Frontier interessierst. Und der Name ist toll, der ist mir sympathisch. Und ja, natürlich hat er voll reingehauen. Und direkt mal das erste Mal Baum einsetzen. Aber ja, wir kriegen den Brave-Bust auf jeden Fall schneller voll. Da stimme ich vollkommen zu. Aber leider, leider ist halt für Lilith die Kombination jetzt nicht der Hammer. War das jetzt schon Turn 4? Ne, jetzt kommt Turn 4. Jetzt müssen wir da schon einsetzen und werden den Rest mal verteidigen. Also ist ein Teil des Restes. Habe ich das jetzt verteidigen? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Shit. Jetzt müsste sein heftiger Angriff kommen. Und ich hoffe, es verrenkt mir dabei niemand wieder. Ja, ein paar Blast, ja. Und wir müssen eigentlich schon wieder einmal heilen. Leider gehen halt kaum Angriffe auf den Baum. Das ist echt ein Problem für mich. Weil dann würde ich halt deutlich häufiger noch Brave-Bust bekommen. Und klar, ich würde da persönlich bei, wirklich bei Sacred Jewel bleiben. Gerade für Karl ist das eigentlich ausreichend genug. Und das über meinem Bild ist die Turn-Liste für Maxwell. Wie oft quasi der wann dran ist. Äh. Den sollte man halt, oder das macht ja immer das wesentlich einfacher. Und Flexi, das ist, sind mehr Inhalte, die gebraucht werden für Sounds und sowas. Die solltest du dort einfach einmal runterladen. Oh, die Kekse sind auch weg. Oh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich damals für die 5 Gems am Anfang bekommen habe. Und diesmal wurde mein Baum scheinbar häufiger angegriffen. Das ist gut. Das heißt, wir können nächste Runde wieder heilen, wenn es drauf ankommt. Nein, 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 warum so? Super, er hat mir direkt schon wieder ne Lilly vernichtet. Ich habe natürlich das Gefühl, ich bin von der Zugfolge her ein falsch. Allerdings, weil wir die Revives halt gebraucht hätten eigentlich. Auf jeden Fall ist jetzt Darvonshell dran. Und Lillimeter setzen wir auch schon mal mit ein. Und dann setzen wir unsere Lilliter rein. Und springen dann weiter. Und irgendwie hat die untere Lille echt Verteidigungs- und Lebenspunkte-Probleme. Das ist ein Problem, denn wir müssen die irgendwie schon am Leben halten und gleichzeitig jede Runde mit ihr Schaden machen. Mit der kann ich ja nicht verteidigen. Und jetzt ist Napa am Last. Fuck, 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 jetzt ist sie wieder tot. Scheiße. Das ist halt echt Fail von mir. Warum zur Hölle steckt die so viel ein? Das war Napa am Last. Also jetzt passt die Runde, weil Napa am Last ist ja immer sein Heavy-Hitter-Ding. Und so irgendwas ist da echt faul, dass sie so viel Schaden bekommt. Genau, Flexi. Einfach Facebook, also dein Account mit Facebook verknüpfen. Das kannst du, fragt der am Anfang ja, oder sonst kannst du es in den Einstellungen machen. Und wenn du das gemacht hast, dich hinstellen und sagen, hier, ich habe verknüpft. Jetzt hätte ich gerne das, dann wählst du dich auf einem anderen Gerät ein. Und dann fragt der auch am Anfang, möchtest du dich mit Facebook anmelden? Dann sagst du ja. Nimmst dann da, gibst dann halt da, bist dann wieder mit Facebook eingeloggt. Nimmst dort den Facebook-Account und dann stellt er die Verbindung automatisch her. Eigentlich können wir auch nochmal Darwinshell einsetzen und Gra und Co. Ich könnte jetzt auch den Baum zum Heilen wieder nehmen, aber da wir ja gerade Darwinshell benutzt haben, sollte das eigentlich überlebenstechnisch funktionieren. Und wir haben ihn sehr gut. Ja, er sollte auch noch weiterklicken, das habe ich wirklich vergessen. Ich erinnere, weil bei 50 und 30 das Problem ist, ich habe halt jetzt schon einen Revive zu wenig. Das heißt, ich werde so oder so mit einer Einheit weniger in den Bosskampf gehen. Oh, ich soll mir jetzt ein Update runterladen. Ja. Ja, Moment, Moment. Aber ich muss sagen, tatsächlich mit Lillimette ist das deutlich einfacher. Aber immer noch echt knifflig. Ja, und Flexi, das mit dem Facebook ist halt auch keine dauerhafte Übertragung. Das ist halt nur so ein rein temporäres Ding, was das recht praktisch macht. Du kannst halt quasi nach beliebig Geräten hin und her wechseln. Jetzt zieht sich dann einmal kurz die Daten und dann funktioniert das. Klick. Jetzt vergesse ich das wieder. Und, äh, Bahamutusor, das wäre doch viel zu langweilig, bis morgen zu warten. Der coole Teil ist ja zu sagen, ich probiere das heute schon. Das ist ja das, was da so richtig Spaß macht. Und jetzt gerade geht es ja auch so, gefühlt. Wenn wir hier jede Runde heilen und da auf den Schall einsetzen. Ich glaube, wir kommen jetzt noch nicht unter 50. Ja, sehr gut. Äh, und Dragon, ich habe keine Ahnung, ob die ersten beiden Bosse Crit-Resistenz sind. Das Problem ist, man bekommt, äh, uh, da hat mir eine Lilith verflucht. Äh, man bekommt gegen die ersten beiden Bosse, ähm, einfach die, die Crit nicht genug voll, um das durchzuziehen. Du brauchst die, äh, Fugion Potions später noch. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich, äh, äh, hätte das jetzt schon eingesetzt alles, dann würde ich hinterher halt echt doof dastehen. Hatte ich gerade geklickt? Hatte ich nicht, glaube ich. So, erstmal wieder heilen. Und, es ist eine Hausordnung und vor allem möchte ich halt auch gerne direkt heute Abend schon Maxel haben. Da freue ich mich schon so richtig drauf. Oh, scheiße. Und ihr seht einmal ein Bild, äh, Bild, weil ich gerade auswechselnd am Kabel gezogen habe. Map, 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 Reconnect, bitte. Und, ja, Kambasta, ich merke den Unterschied auf jeden Fall. Lily ist da deutlich einfacher. Hätte ich gar nicht so gedacht, dass sich das so krass auswirkt, weil ich das halt die, für die Lilith so gesehen ja nichts bringt. Aber jetzt bombt mein Handy, das heißt, wir haben gleich wieder die Verbindung. So, Bild ist wieder da. Aber es ist schon, also, es ist so. So, geheilt haben wir Lily-Matter einsetzt, damit wir gleich wieder schneller vollbekommen. Und die Guten einsetzen. Und Graf verteidigen wir mal. Aber ich befürchte, ich komme ja jetzt, ja, ich komme unter 50%. Uh, fuck, wir haben gesparkt. Das geht, das geht, das geht. Uh, er hat meinen Baum geklickt und eine Lilith. Uh, 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 uh. Und das heißt, wir brauchen den Baum wieder. No Chance da, ohne den Baum durchzukommen. Außerdem habe ich jetzt darunter nicht geklickt. Dann müssen wir jetzt wohl mit weniger Damage-Output arbeiten. Dann verteidigen die sich jetzt aber auch nicht. Ich befürchte, ich werde ja nämlich jetzt auch unter die 30 kommen. Management. Ne, guck mal was, ne, guck mal was. Hm, hm, hm. Ich hätte Graf vielleicht vorher heilen sollen. Oh, überlebt's, überlebt's, überlebt's. Uh, scheiße, Graf ist tot und Lilith ist tot. Verdammt! Das ist jetzt ein Problem. Weil jetzt fehlt uns tatsächlich der Damage-Output. Und außerdem habe ich, glaube ich, wieder nicht geklickt. Und, ja, klar. Es ist halt klar, dass du mit Demo und Miku den höchsten Damage-Output hast. Das ist also das absolute Normalste überhaupt. Äh, da habe ich auch immer den besten, äh, den, äh, den besten Spark-Output. Aber die machen halt wenig Schaden, dass du so... Also ich würde versuchen, immer ein Miku oder Demo als Anführer und dann andere Einheiten mitnehmen, die halt mehr davon profitieren, wenn der Brave-Burst voll ist. Und ja, jetzt... ...verteidigen wir mal eine Runde lang, weil wir eh nichts machen können. Aber jetzt ist es jetzt eigentlich egal. Meine Darwinschel ist jetzt auch tot. Der Trupp ist verloren. Ich bin tatsächlich jetzt noch weniger weit gekommen als letztes Mal. Aber wir behalten uns das mal in der Hinterhand und greifen einfach an. Vielleicht kommen wir dann wenigstens noch ansatzweise Richtung, äh, Dörp-Dörp. Und wir müssen natürlich noch einen weiterklicken. Richtung Max, wir dann gucken dann mal, ob wir da vielleicht mit dem anderen Trupp noch eine Chance haben, auch wenn ich es nicht glaube. Seitdem versuche ich es gleich noch ein drittes Mal und versuche mich da ein bisschen vorsichtiger noch anzustellen. So, Druck Nummer zwei. Tatsächlich für sowas ja eigentlich auch noch immer noch gut geeignet. Ja, das einzige Problem, was ich hier habe, ist halt Statuseffekte. Und hier habe ich mich bei dem Trupp nicht gekümmert, so. Da müssten wir eigentlich sein. Autschens. Wem wird es kritisch für dich? Wird es kritisch für dich? Wird es kritisch für dich? Du kannst mittlerweile mal angreifen. Und jetzt dürfte Elimu prinzipiell die Leiste wiederhaben, aber... Ja, dann können wir zumindest einmal heilen. Dann haben wir dann auch für nächste Runde schon mal Schadensreduzierung. Gucken wir mal bitte auch noch. Äh, Darkest. Ich werde nach diesem Versuch das auf jeden Fall direkt nochmal probieren wollen, weil ich einfach, äh, was jetzt endlich hinbekommen will. Ich bin gerade im Überlegen für den nächsten Versuch, ob ich nicht dieses Team zuerst reinschicke und quasi an Juggernaut und ihn hier verheize. Um dann als zweites Team das richtig starke zu haben. Und hallo Optics Crafty. Ich weiß nicht, wir haben... Ein paar von euch können mir ja gerne mal eure Meinung zu preisen, ob es sich lohnt zu sagen, ich verheize quasi zuerst mein zweites Team hier. Und gehe dann mit dem ersten rein. Und die Musik, die hier gerade läuft, ist halt, wie gesagt, nicht die von Maxwell. Die kann ich nicht mal eben... Habe ich da jetzt nicht, weil ihr am Anfang extra andere Musik wolltet. So, hier brauchen wir auf jeden Fall Heilung. Ähm. Ich habe das mit dem Angriffspattern mittlerweile wieder... Weil ich glaube, ich habe es noch in einer Runde verkackt. Also müsste jetzt ungefähr da sein. So, du kannst teilen, alle anderen greifen einfach mal normal an und wir hoffen, dass wir es schaffen, damit loszuwerden. Eine Keksmultiplikator-Maschine. Das klingt gut. Das ist die perfekte Idee. Maxwell. Klingt mit Genesis an. Das heißt, ja, das passt wohl ungefähr. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall eine Runde Problemlos angreifen. Wir brauchen eigentlich nächste Runde Heilung und, äh... Dingsbumse. Damage mit die Technik. Ja, ist jetzt mal gut, hast du mal auf, anzugreifen. Und, äh, äh, Darks ist, wenn ich heute nicht dazu komme, wie gesagt, schick es mir ruhig per E-Mail. Wenn es für dich dringend ist, kann ich das dann auch per E-Mail beantworten. Das ist ja nicht das Problem. Aber heute geht es mir vor allen Dingen darum, den Kampf an Maxwell zu probieren. Und wir haben sehr schön... Oh, er macht... Was, er macht jetzt schon Destiny? Das ist nicht gut. Also, das heißt, ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Ich würde verspugen, dass wir da sind irgendwo. Und leider hat das auch den ganzen Plan zerstört, weil Ulu weg ist. Dann wären wir jetzt wieder hier. Ben, ich kann ja für, quasi, für zukünftige Aufnahmen was halt ein bisschen besser vorbereiten, dass ich das dann nochmal abstimme. Aber ich kann's halt jetzt einfach nicht mal eben so hin und her switchen. Ja, und das ist leider schon wieder, äh, verloren. Aber wie gesagt, gebt mir gerne mal eure Meinung dazu, ob ich meine Teams switchen soll, dass ich zuerst das Team 2 hier nehme. Das wird zwar wahrscheinlich mehr Brave Pass Probleme haben, wird aber dann so gesehen Juggernaut schon mal ein bisschen weich klopfen. Und mir damit hoffentlich ersparen, dass ich da zu viele, äh, Heilungen bei den anderen Teams verliere. Und was wird jetzt als nächstes kommen? Wir werden jetzt zwangsweise heilen müssen. Und mit euch mal verteidigen, weil es wird jetzt sicherlich wieder wehtun. Wenn ich ungefähr das Gefühl darf, wo wir sind, aber hab ich irgendwie nicht. Ja, tatsächlich ist der Kampf echt übel. Wir haben das Glück, dass wir gerade bei ihm Schadenssatzung hatten. Genesis. Das passt alles, aber sowas von nicht ins Bild. Also, dass wir ihn mit, äh, mit Zelda Weakness reingedrückt haben, ist tatsächlich ziemlich praktisch. Weil man sieht, äh, jetzt weiß ich, ihr ist ja immer noch eine Frau. Wir machen jetzt gewaltig, kriegen gewaltig weniger Schaden. Äh, beim Mutters Problem ist, ich habe keine Temeth ausgebaut. Sonst wäre das, die Idee auf jeden Fall cool, aber Temeth habe ich nicht. Dafür, äh, habe ich ja so gesehen, äh, habe ich ja Gra als Freund, der halt genau das gibt. Also, ich befürchte, ich werde hier nicht austauschen. Wir gehen auf jeden Fall schon wieder zurück am Anfang. Wir sind jetzt eh gleich tot. Ich glaube, ich werde jetzt gleich abbrechen. Also, ich, ich, ich weiß noch nicht, ob ich Temeth überhaupt als Einheit habe, aber wenn ich sie habe, habe ich sie noch nicht ausgebaut. Viel Erfolg, klar. Ich drücke dir die Daumen. So, GIF ab. Das schaffen wir eh nicht mehr. Da haben wir übrigens auch noch ein japanischer Text drin. So, Teams wechsel. Ich werde hier wahrscheinlich nicht einfach hoch runterziehen können. Nein, würde ich nicht. Das heißt, wir räumen uns, stellen uns hier mal hin, räumen das komplette Team leer. Als Anführer müssen wir irgendjemand anders reinsetzen, solange, weil, blub, wir brauchen ja mal einen Anführer. Wir können ja gleich auch mal gucken, ob ich tatsächlich eine Temeth habe, aber ich denke mal nicht. So, ich sehe hier keine Temeth. Ne, ich habe tatsächlich auch keine Temeth. Also, ich habe nicht mal nur keine ausgeruht, nein, ich habe gar keine. So, Lillimata, Schätzchen. Dann unsere beiden Lillith, wobei halt die eine unten das letzte Mal echt viel Schaden genommen hat. Und dabei haben beide echt gute Sphären drauf, die viel HP dazugeben. Eine ist Lord, eine ist Anima. Also eigentlich, nichts, man sagt, die eine hat massiv viel mehr Lebenspunkte als die andere. Was, du hast bei mir eine Temeth gesehen? Tatsächlich, das finde ich interessant. Gucken wir nochmal, aber ich habe hier keine gesehen. Ah, doch, tatsächlich. Oh, ja. Gut, mein Fehler, stehe ich zu, du hast recht. Ich habe eine Temeth aber nicht ausgebaut. Sie ist auch noch eine Breaker-Temeth, was da so abkommt. Das ist, warum ich mich nicht wirklich auf die konzentrieren will, weil... Breaker... Für eine Heilerin echt nicht so toll. Und im Haupttrupp werde ich auf jeden Fall weiter den Baum verwenden wollen, weil... Baum OP für sowas. Bäume sind immer OP. Mhm. Suche ich dann jetzt gerade noch... Ah ja, genau, den Baum. Hihi. So, Trupp 1 steht... Äh, Trupp 2 steht dann. Dann haben wir hier jetzt wieder den anderen Trupp rein. Ich bin auch überlegen, ob es irgendeine Alternative zu einem Gra-Freund gibt, der irgendwie stärker ist. Aber ich wüsste nicht, was man da gut machen kann. Ich könnte quasi einen... Äh, einen Uder oder so etwas probieren für mehr Brave Burst. Für... Nein, das wollte ich nicht. Für mehr Brave Burst vielleicht. Aber ich wüsste halt auch nicht, ob... Also dann fehlen mir die 15% Schadensreduzierung und die HP, die eigentlich schon wichtig sind. So, jetzt versuchen wir uns mal wirklich Gra zu finden. Da haben wir ihn. Dann... Mhm. Brauchen wir... Limu... Olu... Könnte hier statt Selha Melchium mitnehmen. Das wäre eine Option. Weil, äh... Und der hat hier Status-Effekt-Negierungssachen. Wir brauchen zuerst Luthor, so. Eins nach dem anderen. Zwei im richtigen. Und das ist der. Und dann brauchen wir noch Melchium. Und Melchium braucht noch eine Sphäre. Das wird dann das Ärzende. Da wieder was zu finden. Er hatte ja vorher... Dann Grella, glaube ich. Nein, ich wollte nicht dahin. Ich wollte dahin. Melchium. Was geben wir dir? Was hatte denn Selha? Ich glaube, ein Modular oder sowas in die Richtung. Oder ein Sacred? Modular, ja. Dann kriegt er das auf jeden Fall. Oh, wir haben ja, glaube ich, noch ein... Das Gift. Das nehme ich auch immer gerne mit. Könnte ich hier übrigens auch mal wieder auf meinen Hauptdruck wechseln. Nur aus Prinzip. Und die Leute sich etwa beschweren, dass ich nicht mehr meinen Uda dabei habe, sondern Gra, den sie gar nicht haben wollen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es durchaus genug gibt, die den für das Trial doch haben wollen. So, Anlauf Nummer drei. Klick. Naja, Freunde aussuchen, da war ja noch was. Ähm... Ja, die sind ja auch beide ziemlich gleich. Dann ist nur noch der dritte. Und dann hat man gesagt, nehmen wir einfach mal sie mit. Auch wenn ich Team drei halt echt vergessen kann. So. Dann wollen wir erst mal das schwächere Team probieren, in der Hoffnung, dass wir damit ein bisschen vorankommen. Und dann hoffentlich in der Lage sind, das gute Team gegen Maxol auszupacken. So. Das ist jetzt seine Runde eins. Seine Runde zwei. Und wir sind natürlich direkt voll getroffen. Das ist ein Problem, weil gerade der, der Status-Effekt Immunität geben kann, getroffen wurde. Ich hätte eigentlich schnell mit Melchior seinen Brave Burst einsetzen wollen. Es kommt jetzt gleich seine Runde drei. Dann greifen wir einfach erst mal weiter an und hoffen, dass es noch nicht so hart wird. Und ich glaube, das ist nämlich jetzt wieder eine harmlosere Runde. Könnte eigentlich auch nur, weil ja, die Kamera weiter runter wird auch nicht so weltbewegend viel bringen. Und jetzt kommt seine Runde vier. Da müssen wir auf jeden Fall Damage Meditation haben. Oder gibt es ja ein bisschen. So, du bist da. Und das heißt, wir setzen dich jetzt auch erst einmal ein, damit wir das einmal durchhaben. Dann sind wir zumindest für die Zukunft immun. Aber leider wird mir Ulu dann wahrscheinlich trotzdem die Sonne wegstirmen, weil Wassereinheiten, das habe ich nicht bedacht, dass das doof ist. Ja, und er geht drauf und damit ist Ulu tot. Ja, Ben, das Problem ist, die einzige Sphäre, die ich habe, die ich da nutzen würde hier, habe ich auf meinem Baum drauf. Weil der die halt noch dringender braucht. Und jetzt einfach nur pure Statusunität finde ich persönlich da zu schwach. Da würde ich lieber halt was mit HP mit drin geben. Das Gute ist, dass Elimo jetzt wieder voll werden dürfte. Genau. Kann wir zumindest voll heilen. Der Rest verteidigt jetzt eine Runde lang. Denn jetzt sind wir bei seiner Runde 4. Und ja, hätte ich mal Melchior eingesetzt. Und Bahamut Zolz, bevor du links postest, musst du hier einmal kurz Bescheid sagen, dass ich ein paar mitgeben kann. Sonst geht das nämlich von alleine nicht. Oh, das Gute ist, ich kann jetzt prinzipiell Elimo einsetzen. Soll ich Pair mitgeben? Ja, kannst du gerne machen. Okay. Wenn wir jetzt wenigstens genug erzeugen würden, damit Melchior dann halt gleich voll wäre, dass er Superbleibus einsetzen könnte. Aber nein. Und da seine Runde 4 kommt, verteidigen wir jetzt einfach alle. Genau, da ist es wieder das Napalm-Ding. Jetzt sind dich schon mal ein. Ich hätte hier Elimo verteidigen wollen, aber das war ein bisschen unvorsichtig. Jetzt schon wieder schlecht. Ja, dann ist Elimo auch draus. Ich merke schon, das ganze Team 2 ist halt echt irgendwie nicht allzu berauschend. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Fusion Tonic zu wenig dabei. Ja, den In-Debt-Guide kenne ich. Aber habe mir auch vieles davor durchgelesen. Komme aber einfach nicht gut damit klar. Und ja, jetzt wirst du ja, wo du da tot haben. Eine Runde. Nur einen Schaden momentan. Ich denke, wir sind jetzt da. So, das starke Team. Wir müssen damit jetzt da sein und hoffen einfach mal, dass wir das jetzt zumindest ohne, dass wir mit Lilith vorsichtig haben. Ich habe keine kleinen Heilungen mehr über, tatsächlich. Wir müssten also eigentlich jetzt schon einmal den Baum einsetzen. Und jetzt ist seine Runde 4. Fakt, das habe ich nicht bedacht. Ja. Das heißt zumindest, ich weiß jetzt, dass meine Zählung richtig ist. Was? Ich habe mal eine schöne Lily Maxwell. Also, dass ich eine Lily-Freundin oder was? Lilly, Grah, Baum, Darvinshell, Lily, Maxwell. Ich, also, äh, 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 Comeback-Master. Da checke ich echt nicht, was du hier sagen willst. Mit Lodi? Mit Lodi? Lodi dann statt Lilith mit drin, oder wie? Das wäre natürlich auch eine Option, weil Lodi dann nochmal einen Brave-Burst-Bonus gibt. Oh, ja, wir haben Darvinshell nicht mal vollgeheilt bekommen. Oh, Chibotchi. Ist gar nicht, dass er so wenig Recovery hat. Dann verteidigst du mal. Was Items angeht, habe ich es dann für diese Runde eh schon durch. Aber ich glaube, jetzt kommen auch nicht mehr die ganz so krassen Angriffe. Ich hoffe, ich hätte dich vielleicht zuerst einsetzen sollen. Ich fürchte, ich habe jetzt aber wieder eine Lilith geopfert. Oh, ja. Das ist nicht gut. Sind wir jetzt schon da? Ich weiß das gerade gar nicht. Eine Lilith quasi-Fühlhaus. Ja, das können wir gleich gerne mal probieren. Erst einmal setzen wir jetzt aber hier gemütlich alles ein. Ich glaube, eigentlich müsste jetzt wieder eine Mega-Blast-Runde sein. Ich glaube eigentlich, dass wir jetzt da sind. Oder sind wir schon ein weiter so. Da wird schon ein Baum verteidigen. Das machen wir sicherheitshalber mal. Hat das ja quasi Grah als Anführer, hat aber Lily trotzdem mit drin für ihren Brave Burst? Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Uh, wir leben tatsächlich noch interessant. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hauptgesehen davon, dass wir natürlich auch eine Runde weiter müssen. Das Problem ist, äh, genau. Äh, Comeback-Meister, du hast das wahrscheinlich bei Uschi gesehen. Und der hat Lilith mit, ja, 6-Sterne-Form, die Super Brave Burst hat. Und dann lohnt sich das durchaus. Ich glaube nicht, dass sich das mit der 5-Sterne-Lilith lohnt. Kommen wir jetzt gleich dahin. Das Problem ist, die Lilith fressen da einfach viel zu viel Schaden. Wir müssen jetzt eigentlich schon mal Darwin-Schall einsetzen. Damit die die nächste Runde überstehen. Und wir werden dessen Zeit haben, den Baum aufzubauen. Und Grah vielleicht eher einsetzen sollen. Und ich jetzt schon wieder... Wir sehen schon, es geht wieder nicht allzu gut los. Ich befürchte fast, ich kann die Runde wieder komplett abbrechen. Langsam wird das ganz schön gem-intensiv, das immer wieder zu probieren. Aber ich muss sagen, es macht Spaß. Auf der Brave Burst... äh, Brave Frontier-Seite. Ja, es kann sein, dass das durchaus funktioniert. Möchte ich das? Ja. Ich möchte, ehrlich gesagt, den Baum jetzt gerne mal zu seinem Super Brave Burst vollbekommen. Damit wir dann voll heilen können. Und dann halt drei Runden lang Ruhe vor Status-Effekten haben. Oh nein, und er hat es gerade eben nicht so ein Scheiß. Ja, aber ich muss jetzt heilen. Ja. Das Problem ist, ich darf halt eigentlich keine Revives vorher schon benutzen. Weil ich werde jetzt halt hier bei ihm immer noch drei Einheiten verlieren. Und das ist echt ätzend. Der hat Darwin-Shield erwischt. Das heißt, wir müssen... ...den Baum einsetzen, damit wir Darwin-Shield überhaupt wieder haben. Und hoffen, dass der seine Leiste voll hat. Aber ich habe mich vorhin nicht drauf geachtet. Ja, hat er sehr gut. Außerdem habe ich jetzt das Zellenschild ja vollkommen vergessen. Weil ich mich auf den kleinen Scheißer hier konzentriere. Tatsächlich? Uh, wir haben die 50%-Marke überlebt. Interessant. Und jetzt wird wahrscheinlich, ja, das zweite Deathgate kommen, mit mir Leute wegtöten. Hallo, wenn ich so viel... Ja, dann kann ich es schon wieder vergessen. Das ist immer ein bisschen übertrieben. Was hat er das vor allem so verteilt? Fuck. Also, Lodin-Stadt. Einer Lilith. Dann können wir auch mal schauen, was wir da in Sphären auf denen jeweils drauf haben. Und die dementsprechend umverteilen. Pass drauf. Ähm, wir wollen bei Lodin gucken. Wir wollen bei einer der Lilith gucken. Ne, ne, woher sind die jetzt schon wieder? Hi. Ach, dann sind sie im Trupp. Ach, teilweise bin ich auch ein bisschen verwirrt, was das angeht. So langsam merkt man bei mir auch die Müdigkeit. Ich glaube, ich werde den Pricing Ring an Lodin abgeben. Wobei jetzt die Frage ist, welche habe ich hier die richtige, weil ich möchte natürlich eigentlich lieber die... Genau, ich möchte die Anima behalten. I'll move, was du hast. Und scroll mal ganz runter. Sehr schön. Ich glaube, halt mit Tech und ordentlich Dev und halt die Chance, Schaden zu reflektieren, was durchaus praktisch ist, denke ich mal, für ihn. Ich werde es auch wohl wieder dabei belassen, dass wir ein Team zum Opfern vorschicken. Einfach hoffen, dass wir... Spiele, reagierst du jetzt wohl wieder? Ich werde beim Ladebildschirm, also beim Startseite, dass wir dann diesmal nicht direkt bei Melchior getroffen werden. Ja, wir wollen Recoveren. So, welche von beiden tauschen wir aus? Welche ist die Lord? Das Anima, du hier unten bist Lord. Nein, ich wollte sicherlich nicht auf irgendwas klicken, vor allem nicht auf ein Wassertotum. Gib her. Da ist Loading, so. Tatsächlich hätten wir jetzt auch noch ein bisschen Punkte über den Team 3, noch jemand anders reinzubekommen. Irgendwann ist wenig. Ich würde hier sonst so viel ja noch mitnehmen, wenn das geht. Und ich nicht immer so schusselig klicke. Nein, geht nicht. Schade eigentlich. Dann bleibt hier wohl das Miracle-Totem drin, wobei das halt, wie gesagt, eigentlich ziemlich egal ist. Weil der Trupp, der kann halt wirklich nur noch dienen, wenn wir so bei den allerletzten Schritten sind. Select Halpers. So. Irgendeine Alternative zu Grah. Ich hätte da einen Darwin Shell in Zweiten, aber das wird mir, glaube ich, nicht... Wir hätten da auch nur Lily Matter als Freund Einheit. Und das ist interessant. Dann nehmen wir die als erste Einheit. Dann haben wir nämlich so gesehen die Kombination Lily Matter Grah jedes Mal. Und nehmen dann für den letzten noch ein Grah mit. Ja, doch, ist okay. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Items alle wieder voll. Da könnt ihr mir sonst auch gerne Tipps geben, wenn ihr sagt, so beim Item bringt es das und das deutlich mehr. Aber ich wüsste echt nicht, was man da vernünftig ändern könnte noch. Ich meine, ich brauche die Revives, ich brauche die Fuji Potions, weil Fuji Potions voller Heilungen sind. Und halt ein bisschen Cure für ab und zu mal Heilung. Hoffen wir, dass es diesmal klappt. Oh, ich brauche mich ein bisschen verstrengend. Das ist ganz schön anstrengend immer. Ja, hallo mein Freund. So. Ich hätte jetzt echt gerne so einen Handy stehen, der ist so genau auf der Höhe. So, und da Melchior da direkt betroffen wurde, setzt, äh, da da oben direkt betroffen wurde, setzt wir jetzt direkt mal Melchior ein. Greifen einfach weiter an und hoffen, dass wir genug Punktions bekommen. Genau, Elimo ist nämlich voll. Jetzt muss sie noch überleben. Oh ja, und er haut sie direkt weg. Ein-Wive setze ich ein, sonst haben wir nämlich gar keine Chance. Stimmt, ich könnte, ich könnte das Revive gegen den Crescent Dew einsetzen. Das ist eine durchaus sinnvolle Idee auch. Aber dafür habe ich jetzt ein bisschen zu später gedacht. Das wird dann beim Versuch Nummer 5, falls wir ihn brauchen. Dazu komme ich, hoffe ja, dass wir es nicht werden. Wir sollten Melchior auch geben, können prinzipiell einmal seinen Brave Bust einsetzen, genauso wie Lillimata. Ich hoffe, dass wir davon noch ein bisschen was bekommen. Und, fuck ja, wir sind jetzt schon in der... Ach, scheiße. Ich habe nicht bedacht, dass... Ich habe nicht irgendwo verpeinnt, dass wir jetzt schon hier sind. Wir kommen dann jetzt zu dem hier. Und ich habe... Oh nein, ich habe auch noch geklickt. Scheiße. Ah, ah, ah. Da merken wir langsam die Müdigkeit, wenn wir hochkommen. Ich schlafe hier fast ein. Und du bist durch die Uhrzeit immer, weil du bist ja auch schon längst im Bett. Was? Und wenn es nur so wäre, dann wäre mein Schlafrittmus nicht so... ...am Arsch. Und ja, jetzt wird uns gleich... Eine Runde haben wir noch, bis er, äh... Ja, das heißt, wir wollen nächste Runde eigentlich, äh... Elimo... Ja, ich weiß nicht. Ich hätte sie... Ich hätte sie jetzt auf jeden Fall mal verteidigen, solange. Sicher, damit sie nicht wieder stirbt. Oh, gut, dass wir sie verteidigt haben. Dann brauchen wir nämlich ihren Heil- und ihre Schadensreduzierung. Wir müssen hier nochmal klicken, weil jetzt kommt Runde 4. Und haben es dann tatsächlich dann die Runde erstmal überlebt. Kommt stückchenweise tatsächlich mit dem Team sogar ein bisschen weiter als letztes Mal. Überlebt, Elimo, überlebt. Sehr gut, dann können wir dich nämlich wieder einsetzen zum Heilen. Tatsächlich geht er auch besonders oft auf sie drauf, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass er da... ...elementar Vorteil hat und das ausnutzen will. Ist ja oft so, dass sie auf die gehen, wo sie den Vorteil haben. Äh... Gute Nacht, Jamal. Ich habe aber leider die Befürchtung, ich werde das mit Elimo nicht schaffen. Äh, mit Elimo, ich sage schon, mit Maxwell nicht schaffen. So, eine Runde kann ich noch angreifen. Und dann werde ich wieder verteidigen müssen. Und jetzt ist wieder Runde 4 dran. Oh, ich muss mit dem Luster noch verteidigen. Hoffen wir einfach, dass er nicht so viel macht. Aber ich befürchte, Elimo ist tot, ja. Werde ich diesmal auch nicht wiederbeleben, weil... ...es kostet mich einfach zu viele Revives. Versuchen wir hier nochmal, Schaden mitzugeben. Vielleicht überlebt noch einer eine Runde oder zwei. Aber ich glaube es ja nicht. Oh doch, tatsächlich. Sie haben sogar noch überlebt. Wow. Ja, Ben, ich glaube mittlerweile auch, dass ich das erst morgen schaffen werde. Uh, tatsächlich, warum habe ich denn... Oh, ich habe ihn paralysiert. Wie geil. Wieso habe ich das denn geschafft? Wer soll hat von uns denn Paralyse? Also, ich glaube auch, dass ich Maxwell erst morgen platt bekommen werde. Aber die Tatsache, dass wir hier gerade Paralyse haben, gibt uns tatsächlich nochmal gut was an Bonus dafür, an Extraschaden an Juggernaut. Ja, und jetzt klatscht er uns natürlich. Ich hätte mich nochmal heilen können, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Uh, das überlebt sogar doch noch einer eine Runde mehr. Dann wird er uns jetzt mit seinem Mega-Ding wegklatschen. Napan Blast ist jetzt dran. Luther hat Paralyse. Luther hat es überlebt, wie auch immer er das überlebt hat. Der macht mir nur einen Schaden. Kann mich mal einer erinnern, was ich auf Luther für eine Sphäre drauf habe? Wie zur Hölle macht der an mir nur einen Schaden? Und, ja, Bahamut Sword klingt gut. Das Problem ist, ich habe keine Michelle ausgebaut. Das ist das Problem. Ich habe keine Michelle. Das ist der trickige Part daran. Und Luther hat Guardian-Klo. Ich habe auf Luther ein Guardian-Klo. Habe ich ernsthaft? Geil. Da habe ich ja voll nicht dran gedacht. Und das ist ja mal praktisch. Dann machen wir ihm tatsächlich jetzt noch echt viel Schaden. Und das kommt mir auf jeden Fall entgegen. Jetzt haut er leider voll rein. Schade. Da hat er Death-Ignore-Effekte drin. Ich habe tatsächlich... Ähm... Ich habe jetzt aber erstmal 1-2 Runden verteidigen, weil ich nicht weiß, wie weit wir gerade sind. Und wir kriegen ja da trotzdem Brave Boys Kristall. Weil jetzt sind wir nämlich wieder einmal vorne, weil er jetzt seinen Dingsbums-Tron hat. Und jetzt werden wir einmal auf jeden Fall den Baum ausbauen müssen. Ich muss sagen, das mit dem Guardian-Klo. Jetzt hat tatsächlich ziemlich geil auf Luther funktioniert. Das hätte ich nicht mal mehr so geplant. Das war pures Glück. Dass das an der Stelle so weit ging, bis er dann den Graviton hatte, oder wie das hieß. Au, au, au. Wir haben gerade Darwin-Shell. Damit kommen wir, glaube ich, durch die nächste Runde. Sonst haben wir aber auch gerade wieder richtig viel Schaden genommen. Okay, und zwar... Wir haben das Lillymatter für den Brave Boss-Bonus. Tree einsetzen zum Heilen. Und hier zweimal... Uh, ich habe vergessen, dass das keine Lillymatter ist. Upsi, upsi, hehehe. Aber wir sind zum Glück voll. Und er wird jetzt ausgetauscht. Und ich habe vergessen zu klicken. Jetzt sind wir nämlich bei vier. Und er darf uns angreifen, was nicht unbedingt schön ist. Dich heilen wir mal eine Runde lang. Wir kommen jetzt dann zu fünf. Oh, ich hätte erst Gra einsetzen sollen. Mist. So, wir haben den Baum gleich Einsatzbrächt. Wir haben Lillymatter-Einsatzbrächt. Das ist gut. Ich habe leider den Baum halt nicht mit seinem Drei-Sterne-Ding. Ja, jetzt am Reichstern, mit seinem Super Brave Boss. Den hätte ich halt gerne noch gehabt. Gute Nacht, Deos. Schönen Abend, dir noch. So, wir können jetzt... Das ist jetzt gut. Wir können jetzt den Baum als Super Brave Boss einsetzen. Das war mein Ziel. So, und Darwinshell bewahren wir uns mal noch auf. Wenn wir zu den 50% kommen. Und ich es geschickt getimt bekomme. Und das wäre wirklich wichtig eigentlich, dass ich so bin bekomme, dass Darwinshell alleine den Kill macht. Das wäre gut. So, wir haben auf jeden Fall gleich wieder eine Heilung parat. Die wir auch wohl brauchen. So wie dich. So, wie viel kommen wir... Wir arbeiten uns hier stückweise vor. Da bin ich momentan auch sehr zufrieden mit. Ich will eigentlich gar nicht so viel Brave Boss sonst einsetzen, abseits von Lille. Um sicherzustellen, dass wir halt nicht zu viel Schaden auf einmal machen. Gleich können wir erstmal wieder heilen. Ja, das ist okay. Auch, dass er da unten damit paralysiert hat, ist erstmal okay. Und das anfangen wir schon immer noch 30 Leute. Aber jetzt bin ich mittlerweile beim vierten Anlauf. Und die mögen dich halt alle. Kloppte Irre. Und, und, ganz knapp, ganz knapp. Wir sind kurz davor, wir sind kurz davor. Das kann funktionieren. Wenn wir halt keine volle Heilung jetzt haben, momentan. Wir werden... einmal den... Oh, nee. Versuchen wir es mal so. Hoffen einfach, dass bei ihr ihr Verteidigung und Lebenspunktepolster ausreicht. Und hoffen einfach, dass er auf welche geht, die ihr nicht kaputt bekommt. Und tatsächlich, es hat geklappt. Und du wirst weiter verteidigen. Und leider haben wir... Habe ich gerade Lodin verklickt. Das ist nicht so gut. Aber wir müssen jetzt erstmal, bis wir bei... äh, beim A ungefähr dürfte 30% sein. Bis dahin müssen wir halt wieder Darvinshell fertig haben eigentlich. Mal den Baum, das ist schon mal gut. Dann mussten wir eigentlich ein bisschen zusehen, dass wir mehr Brave Burst bekommen. Also brauchen wir Lillimetta. Und dann greifen wir mit dem Rest so weiter an und hoffen, dass es passt. Ja, das dürfte noch passen. Oh, wir können mit ihr nicht garten. Wir können mit ihr nicht garten. Wie viel fehlt dem Baum wohl noch? Ich setze den, die Fusion ein. Sicher ist sicher. Also ich glaube, wir knacken damit jetzt die 30% Grenze. Ja, das dürften... Damit dürften wir 30% durchschritten haben. Ja, da kommt's wieder. You know. Ja, Bender, stehe ich zu. Dieser Versuch sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Ich setze jetzt mal eine Runde lang mit ihr Verteidigung ein. Und benutze die hier unten. Ich will nicht wieder riskieren, dass Lillith mir noch... Tatsächlich habe ich ja noch zwei Revives übrig, während wir bei Abaddon durch die kritischsten Stellen durch sind. Das ist für meine Verhältnisse ziemlich gut. Und wir haben den Baum voll. Sehr schön, das war das Ziel. Darvinshell möchte ich für den Kill voll haben. Und wenn wir bei Maxwell ankommen, den nutzen können. Und wir brauchen wieder Lillith für mehr. Ja, ich habe natürlich jetzt vollkommen die Runden vergessen mittlerweile. Was ein ziemliches Problem ist. Das heißt, wir müssen dann, wenn wir feststellen... Eigentlich bräuchte ich irgendwie einen Minion hier für mich, der für mich mitzählt. Hallo Trappel. Hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen. Hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen, dass das praktisch wäre, wenn du für mich zählst. Vermutlich, ja. So, noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Und wir können auch wieder heilen. Oh, das ist alles super. Keine Panikattacke! Keine Panikattacke! Keine Panikattacke! Tatsächlich bin ich momentan echt angespannt, weil das echt gut läuft. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Tatsächlich lief es heute noch nie so gut. Und ja, tatsächlich ist die Kombination aus Lillith und Lillith echt nicht schlecht dafür. So, gefällt mir. So, was haben wir hier jetzt riskieren? Wir riskieren Lillith jetzt. Ja, wir riskieren sie jetzt. Indem wir... Lillith als erstes. Dann Lillith. Und sie hat schon nicht richtig geklappt. Also wird das wahrscheinlich jetzt nicht klappen, was ich probieren wollte. Ja, scheiße. Alles verklickt. Und damit brauchen wir jetzt ein Ich-Anhalt. Wir haben die Heilung. Das ist schon mal gut. Aber ich brauche eigentlich auch Darwinschall. Wir verteidigen mal 1-2 Runde in Hoffnung, dass wir bei Darwinsch... Okay, jetzt hat sich das mit Darwinschall eh erledigt. Also machen wir das anders. Baum, bringen wir alle zurück ins Leben. Das ist schon mal wichtig. Und Darwinschall hat seinen Brave Burst voll. Das ist auch wichtig. Und hoffen wir einfach, dass Lillith mit ihrem Super Brave Burst da genug Schaden macht. Ähm, ja. Äh, Bar Mutus. Ich glaube auch, dass die schon kommen. Tatsächlich bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass die alle 6 auf einmal rausbringen. Einfach weil Hype, 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 Hype. Ähm. Aber ich möchte halt gerne, äh, heute schon probieren. Das wäre so ein schöner Erfolg, wenn wir das heute schaffen. Und ja, Nineplay. Lodi ist in der Vielfalt eigentlich. Ich lobe ihn nicht ohne Grund immer so sehr. Okay, was passiert jetzt? Genesis? Damit können wir leben. Das wäre nett, wenn er jetzt mal einen Baum nochmal angreifen würde, damit ich den nicht gleich fügen muss. Aber es sieht wohl so aus, als müsste ich das. Wenn wir ihn brauchen. Weil der hat mir, glaube ich, gleich einige Statusdinger reingedrückt. Weil das ist nur da unten. Das ist okay. So, ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir sind. Wir haben dreimal Schadensreduktion. Aber bei denen, wo es nicht so schlimm ist, das Lodi in der Wasser ist ärgerlich. Weil das den Schaden an ihm erhöhen wird. Aber wir probieren das einfach mal. Grad zuerst für den Damage. Dann hätte ich eigentlich eine Limata einsetzen müssen. Aber es ist okay. Es gibt beim Maxill auch kritische Phasen. Aber die sind bei 20 Prozent. Und ich habe schon wieder nicht richtig aufgeregt. Das passiert mir jedes Mal. Und der geht natürlich auf Lodin, weil der angeschlagen ist. Aber Lodin wird das überleben. Ich vertraue meinem Lodin hier. Heilung. Und tatsächlich, ich bin sehr gespannt auf Meredith, 6 Sterne Form. Ich werde ihn wahrscheinlich selbst nicht einsetzen. Aber ich glaube, er ist für gerade Spieler, die sonst nicht so viel Auswahl an Truppen haben, halt echt schon cool. Sacred Song, okay. Wir sind auf jeden Fall an einem der Endwellen. Lass mir Lillimata eine neuen. Scheiße, du Arsch. Ja, wir hätten vorher da... Wir hätten da, wenn ich es gewusst hätte, schon Darwinschal einsetzen müssen. Nein, wir warten damit... Wir warten jetzt eine Runde damit, dass wir uns Lillimata wieder überleben. Setzen Darwinschal ein, hoffen, dass er das auch überlebt und alle anderen verteidigen. Ich hätte ihn eigentlich gerne noch entweder gehalten, aber er wüsste nicht, wie. Destiny kommt jetzt. Das heißt, wir sind da. Nein, wir sind nicht da. Wir sind da, weil das Sacred Song Teil 2 ist und Destiny. Und wir leben. Und er ist in so einem Moment noch den Baum vollzumachen, ja. Ja, wie gesagt, ich bin halt echt gespannt von ihm, weil ich mir vorstellen kann, für jemanden, der halt sich noch nicht Zebra gefarmt hat und noch keine andere Crit-Einheit, ist Meredith halt so ein bisschen wie Maxwell, nur in schwach. Man kann ihn halt als Kombo-Einheit für Crit-Rate und guten Damage und für Crit-Damage einsetzen. Zwar nicht so stark wie Maxwell oder Zebra, aber halt schon mal einen Ansatz dazu und kann dann drumherum gute Einheiten aufbauen. So, das war die Destiny-Runde. Es kommt jetzt diese Runde. Und da können wir problemlos agieren. Das heißt, wir setzen erstmal den Baum ein zum Heilen, zur Sicherheit. Dann Grav für das Element. Ich bin jetzt schon fast weiter, als ich bisher gekommen bin. Dann Lodin fürs Verklicken. Ganz wichtiger Punkt. Oh, cool. Wenn du Zebra hast, würde ich tatsächlich dann sogar Zebra als Anführer vorziehen und Meredith halt für die Crit-Rate. Aber für diejenigen, die Zebra halt nicht haben, finde ich Meredith dann eine durchaus coole Einheit. Oh, der tut schon wieder richtig weh. Und wir sind nur in der normalen Runde und wir müssten jetzt eigentlich mal baumen. Und so machen wir das jetzt auch mal. Und eine Runde haben wir noch, bis der Heavy Hit kommt, wo wir Darwin Shell brauchen. Und für die Runde drauf eigentlich nochmal Darwin Shell. Ich kann auch nicht, ob ich das gewährleisten soll. Ja, Affenarmee, das war halt auch nicht nur generell auf dich bezogen, sondern halt allgemein gehalten, dass ich da ihn sehr gut finde. Ich muss jetzt schon wieder den Baum... Grah ist... Brauchen Grah nicht. Das heißt, ich muss schon wieder den Baum voll machen. Ich kann dann währenddessen noch schon mal was klicken machen, weil jetzt kommt halt wieder Sacred Song. Da werden alle anderen schön brav verteidigen. Und Darwin Shell wird für den Sensats eingesetzt. Oh, der geht halt voll auf Lysel. Eigentlich bräuchte ich jetzt noch ein paar Cures. Ja, und der hat wieder alle schön... Lilith wird jetzt wahrscheinlich drauf gehen, aber wir haben noch zwei Rewive, also nehme ich das in Kauf. Und gehe jetzt zu... Super, als nächstes kommt Destiny. Da müssen wir eigentlich auch wieder was machen. Ja, aber er hat auch noch Grah raus. Na toll. Super. Mal abwechselnd eine Runde, Baum eine Runde da. Ich befürchte, das wird nicht gut funktionieren. Und, äh, Bahamut, ja, Nalmika wäre eigentlich sogar ziemlich gut. Wobei, ich weiß nicht, inwieweit er durch all diese Dinge beeinflussbar ist. Aber Nalmika wäre auf jeden Fall praktisch, wenn ich eine voll ausgebaute Nalmika hätte. Habe ich aber auch nicht. Und der Baum hat tatsächlich ziemlich wenig Gehalt gefühlt von dem, was ich haben wollte. Da hätte ich bei Lilith eigentlich mehr gebraucht. Auch wenn wir jetzt da wünschen, weil jetzt wird wahrscheinlich wieder Destiny kommen. Und ja, er... Ja, aber er geht halt auch weiter auf sie drauf. Das ist so... Hey, auf! Lass sie am Leben, du Arsch! Genau, geh auf den Baum. Der braucht die Punkte. Und mehr davon. Das kommt als nächstes. Ich brauche eigentlich schon wieder den Baum. Und guckt euch an, wo ich bin. Also tatsächlich ist mein Hauptproblem, dass Lilith halt echt viel Schaden bekommt durch sie. Also so richtig viel. Und gleich kommt... Also eigentlich müsste ich halt irgendwie schaffen, dass ich jede Runde den Baum voll habe, aber das klappt halt nicht immer. Das wird als nächstes kommen. Und ja, das Problem ist, äh... Für kritische Runden mit Darmenschaufswehr, es gibt leider zwei kritische Runden hintereinander. Nämlich diese, die jetzt kommt und die drauf. Die halt beide sicherstellen müssen, dass man anhalten stark genug sind, weil sie mal abends Lebenspunkte haben. Und das ist halt schwierig. Ähm, wir setzen jetzt auf jeden Fall den Baum ein, weil sonst verreckt uns gleich wieder was. Wir setzen jetzt auch Darmenschon ein, weil brauchen wir halt auch. Und dann werden wir mit dem Rest weiter angreifen. Ja, wir müssen ja auch immer noch weiter Schaden machen. Wir haben tatsächlich Crits gemacht. Interessant. Ich dachte, sie wäre komplett immun dagegen. Ja, jetzt kommt nämlich wieder Sacred Song. Meteor. Uh, ich wusste gleich, dass es das auch noch gibt. Und dann kommt nämlich Sacred Song und Rune. Und dann sind wir zum Glück schon dran. Problem ist, wir können jetzt nichts machen, außer verteidigen mit allem an und hoffen, dass wir es überleben. Zum Glück kommt jetzt nicht direkt ein, äh, Destiny hinterher, sonst wäre ich vollkommen ge... Und wie hat der auch schon mal mehr Pro-Dingsbums gegeben? Okay, wir kriegen Darwin Shell damit immerhin zusammen. Aber, na gut, wir müssen es einfach einsetzen und Schaden machen, ansonsten reichen wir auch nichts. Und bei ihm war entweder nicht ready oder ich habe nicht richtig geklickt. Aber wir müssen halt Treffer raushauen, weil wir auch darüber nur mal BC generieren, also Raphbride Crystal. Dann haben wir den Baum zumindest voll und hoffen einfach, dass wir überleben. Dass die Schadensreduktion ausreicht, damit wir genau durchkommen. Das war, ne, das war jetzt diese, und als nächstes kommt nämlich jetzt ein Destiny, das heißt, wir werden den Baum einsetzen und mit allen anderen verteidigen. Oh, ja, ja, ist klar. Das war mit Damage Meditation und der hat mir einfach Lodin weggefistet, so, bam, kaputt. Super. Den Extendion von Pyramid bekommst du eine Sphäre, Volk, dein Sitz. Ah, die will ich nicht. Ich könnte dem Baum noch den Evil Shard mitgeben, den ich halt jetzt auf, äh, Darwin Shell habe, der übrigens schon wieder dann für die komplette Runde Verteidigung ansetzen darf. Und jetzt kommt wieder Sacred Song. Und jetzt dürfen wir weiter verteidigen, weil jetzt kommt die zweite Runde Sacred Song. Und ja, er zerlegt uns trotzdem immer noch. Ja, ich denke, ich werde das mit dem Sphäre, Frosch, an dem Baum mal ausprobieren. Wir können auf jeden Fall hier wieder abbrechen, weil das schaffe ich ja eh nicht mehr. Also wieder zurück auf Anfang. Das wird dann auch auf jeden Fall der letzte Versuch für heute, aber da ich die Energie noch habe, werde ich den auch wohl noch machen. Dann ist die Frage, was machen wir als Baum erstmal? Transphären, ob ich da wirklich schön neu mache. Na, ich habe auf Remove geklickt, geht doch. So, was hatte er jetzt? D'Angrella? Oder? Nee, er hatte den Leguan-Gem. Genau, er hatte den Leguan. Wen denn? Nee, er hatte er nicht, was hatte er denn? Äh, doch, er hatte D'Angrella, genau. Und Phoenix, Ice, Teeple, Rose, Evil Shard geht an den Baum dann mit ran. Jetzt ist die Frage, was mache ich als letztes mit ihm? Soul-Generator wäre eine Option. Es wäre auch eine Option, ihm einen Guardian-Cloak zu geben. Oh, ich sollte nicht so oft ans Mikrofon kommen. Ich glaube, wir probieren das mal mit dem Guardian-Cloak bei ihm. Achso, ist das gleiche Teil? Nein, dann geht das natürlich nicht. Verdammt. Nett, dass er einem da wenigstens war. Smart-Fiend-Fang, nee, hilft mir das wirklich. Hallo, Angora, ich wusste euch ein bisschen spät dran. Ich steame jetzt seit 5 Stunden. Sacred-Drill kann ich ihm auch nicht noch eins geben. Ich hätte halt unheimlich gerne Divine-Stone für, äh, Lilith, aber habe ich nun mal nicht. Dann wird er wohl einen Soul-Generator bekommen. Ich weiß nämlich nicht, was ich sonst mit ihm machen soll. Auf jeden Fall mehr Evil Shards. Gut, dass man sich die jetzt craften kann. Die geben halt irgendwie, ich glaube, fest drei Punkte. Dass ich die in Rümmel habe. Brave Post jede Runde. Und das ist halt schon doch ein Unterschied. Machen wir Evil Shard. Lamos down, eventuell. Fertig, 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 fertig. Und hoffen wir, dass es jetzt endlich mal klappt. Ich könnte auch... Oh, ich habe gerade noch eine Idee, was wir... Da wird noch mehr Team-Tauschen notwendig. Oh Gott, wird da viel Team-Tauschen notwendig. Aber das wäre tatsächlich eine Option. Und zwar, dass wir als erstes unseren Erdtrupp, den ich ja als Free-to-Play-Trupp da mal habe, einsetzen, damit wir halt einen Trupp haben, den wir tatsächlich vorher noch was verheizen können. Einfach, dass wir da, weil gegen Juggernaut dürfen wir damit tatsächlich ja sogar ein bisschen was machen können. Währenddessen keinerlei Items einsetzen, aber jedes bisschen Schaden halt mitnehmen. Da muss ich jetzt wieder einmal essen und hertauschen, was ziemlich ätzend ist, aber es sollte machbar sein. Wir holen hier schon mal dich raus. Und dann setzen wir ihn erstmal auf, gucken, ob ich dann noch Chance auf gute Nacht bin. So, dann schauen wir doch mal, ob wir nämlich dann hier, oh, das ist jetzt der Getausch. Exzenst. Wo haben wir das? Miku. Miku hat keine Sphäre. Das heißt, da müssen wir dann gleich auch nochmal nachgucken. Unten in die Ecke packen wir Clarice. Die hat eine Sphäre. Oben kommen die beiden Lodi, äh, Larius hin. Ich hab, ah, doch. Doch, das dürfte damit alles, also ich hoffe einfach, dass ich damit ein bisschen Schaden an dem Juggernaut machen kann. Auch wenn ich da halt keine Damage Meditation und nichts wirklich Wichtiges habe, aber halt einfach, um ein bisschen Schaden zu machen. Und ich überlege, ob wir dann hier Zweifelsfall Selnite noch mit reinsetzen können, oder Ophelia. Da muss ich dann, wir lassen den Slot erstmal frei. Und gucken wir, wie viele Punkte ich dann habe. Müssen wir eh noch gleich schauen wegen, äh, Sphären. So, der komplette Trupp 1 ist jetzt ja frei. Und wandert dann hier hin. Wups, 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 wup. Aha. Helium brauchen wir. Draußen donnert ein Krankenwagen vorbei. Zum Glück habe ich davon nicht allzu viel. Oh, dann. Einen guten Mann. Und Melchior hatten wir da noch mit drin. Wo bist du denn schon wieder? Ja, dort. In den richtigen Gang geklickt. Ja. Und dann kommt der letzte Trupp. Wo wir dann unseren eigentlich richtig starken Trupp einsetzen. Eigentlich hätte ich auch vorher schon mal auf die Idee kommen können, dass man dann beim letzten Mal tauschen, dass man das dann so dreht, dass wir dadurch, äh, uns noch ein bisschen Möglichkeiten freischaufeln. Ich muss auf jeden Fall leichter an denken, den, äh, Anführer zu tauschen. Jetzt kannst du mich deckt. Jetzt schon mal machen, bevor ich das vergesse. Und hier ist wieder mit Sphäre, so. Und jetzt haben wir noch ein bisschen was frei. Äh, App updaten. Ich suche nochmal eben den Link raus. Wahrscheinlich sogar noch eine Zwischnapplage. Hallöchen, Gizmo. Willkommen zurück. Ah, es läuft tatsächlich ziemlich bescheiden. Ich bin jetzt, glaube ich, gleich im fünften Versuch. Ohne Erfolg. So, da wir hier noch ein bisschen Platz haben, können wir tatsächlich unseren Erdeinheit ein bisschen auswählen. Ich könnte dann MaxLevelDouglas nehmen, aber ich glaube, der ist einfach nicht so gut. Aus demnächst abgesehen davon, dass das der falsche ist. Der andere ist der voll ausgebaute. Ähm, und das, äh, das Problem kam, Max, da ist, dass ich auch hier eine unheimlich begrenzte Freundesliste habe. Und auf jeden Fall zusehen werde, dass ich in der nächsten Zeit in meine Freundesliste, äh, Maxwells reinbekomme. Das Problem ist dann, Douglas ist, dass der halt nur, wenn ich seinen Super Brave Bust einsetze, gut ist. Dann meine Überlegung ist eher, Sellneid mitzunehmen, damit man dann ab und zu den Brave Bust voll bekommt. Jetzt müssen wir mal schauen, ob du überhaupt eine Sphäre hast. Du hast diese Tiefbracer. Das tauschen wir schon mal. Du brauchst was. Und du hast einen Guardiancloak, das weiß ich. Und ihr hier oben habt wahrscheinlich die HP-Dinger noch, oder? Ne, ihr habt auch nichts. Okay, dann kriegen die auch was. Und zwar Sphären. Wir haben ja noch einen zweiten Guardiancloak, glaube ich, für Sellneid. Sellneid ist das alles hier oben. So, Move. Haben wir noch einen zweiten Guardiancloak, den wir momentan nicht verwenden? Ach, den hat sie. Die kleine Heilerin. Dann geben wir den eher ihm. Wir müssen mal schauen, welche Miku die richtige ist. Ich glaube, wir haben zuerst diese genommen gehabt. Ach, ne, die hat eine Sphäre. Interessant, wir setzen aber auch mal wieder eine. Nämlich die HP-Dinge, falls wir die noch haben. Wir haben leider nicht mehr zu viele davon. Ihr solltet ihr auch bekommen. Vor allem ihr. Aber bei dir stand doch, du hast keine. Das ist zur Hölle. Er steht auch empty, aber er ist leer. Ja, aha. Great, wir haben noch eine davon frei. Dann geben wir die mal beide Larios und überlegen uns für Miku was. Überlegen, wir lassen die bei Miku und was geben wir dir? Vielleicht noch ein Sacred Jewel oder sowas übrig. Ja, tatsächlich haben wir momentan alle unsere Sacred Jewels frei. Interessant. Und mein Glückwunsch, klar, das klingt doch schon echt gut. Und du brauchst natürlich auch wieder alles. Das ist auch ein Sacred Jewel. Und dann mal schauen, ob wir die... Wobei, wir gehen einfach der zweiten Miku in Sacred Jewel, dann hast du auf jeden Fall eins von beiden passend. Und die haben alle noch das Gefühl, dass was drauf war, weil ich denen vorher was gegeben hatte und dann die Item... Nein, falsche Sphäre. Die Sphäre geupgradet habe und dann hat er die wohl nicht richtig rausgenommen. So. So, ich glaube, ich mache mich dann auch mal ab. Sonst schlaube ich dir gleich vom PC an. Guter Punkt. Ich kann eigentlich nebenbei mal aus dem Teamspeak rausgehen, weil hier ist eh nichts mehr los. Ich denke auch Sebi-Stream wird... Nein, noch läuft Sebi-Stream. Aber es ist halt echt egal. Eine gute Nacht hier. Darum geht es ja gerade. Äh, ja. Äh, ja, Neuigkeiten zum Exel, klar, ich versuche es jetzt nochmal. Und zwar für den ersten Trupp nehmen wir dann den Sel Knight. Nee. Auf jeden Fall bis morgen. Tschü. Jo, ciao. Wir nehmen hier den U da mit. Gleich noch ein Brave Burst Bonus. Dann für Trupp zwei, die Lily Matter, wenn sie noch da ist. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Oh, nein, dass sie nicht, wie auch immer, die Lily Matter hat gewechselt. Schade. Agra eins. Das wird mich auf jeden Fall gewaltig ausbremsen, dass mir da dann eine fehlt. Agra zwei. Und wir können die hier, wo er hat auch irgendwer gesagt, gegen die Dinger austauschen. Da kann ich nämlich auch zwei mit ihm, haben wir sogar eine Wiederbelebung mehr quasi noch rausgeschlagen. Ich hätte jetzt gerne noch eine Lily Matter dabei. Oh, Mann, hätte ich jetzt noch gerne eine Lily Matter dabei. Hier, da wäre die wichtig. Wir sehen, wir haben sogar tatsächlich einiges an Lebenspunkten zusammen. Clarice werden wir durchgehend verteidigen müssen eigentlich, aber wir können halt schon mal so gut es geht Schaden an an Juggernaut machen. damit das halt möglichst verbessert wird. Und wir sind jetzt, wir haben jetzt Runde 2. Das heißt, nächstes kommt dann Runde 2 gleich. Ja, Statuseffekte sind ein Problem. Und Uda hat tatsächlich das meiste abgekriegt. Interessant. Elementare Vorteile lohnt sich da doch. Äh, Bahmut, Felius als Freund? Ja, nee, ist klar. Weißt du, ich kann Uda nehmen, der bessere statistische Werte hat und, äh, den elementaren, äh, nicht elementaren Nachteil hat. Ja, äh, nein. Und da bleibe ich dann doch lieber bei Uda als bei Felius gegen Juggernaut hier. Nee, nee, nee. Und er setzt sein, oh, ich habe nicht offenbar, wir haben jetzt gleich eine Runde lang verpeilt. Und leider habe ich Lil nicht einsetzbar, was ein bisschen doof ist. Oh, und, ah, fuck, er wäre voll gewesen. Das hätte ich voll verpeilt, dass ich ihn hätte einsetzen können. Ja, jetzt wird er tot sein. Äh, Lil ist nicht einsetzbar, Claris nicht einsetzbar. Für einmal heilen. Ja, und jetzt sind wir natürlich alle tot, klar. Nein, es haben tatsächlich sogar welche überlebt. Interessant. Werde aber, ich kann hier jetzt ja auch gar nicht heilen. Also ich könnte du maximal Claris wieder beleben und ihr Brave-Bus ersetzen, aber nein. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass das ein Scherz ist, weil das irgendwie wäre echt schlecht. Hoffen wir, dass Selnaid dank dem Umhang vielleicht noch ein bisschen überleben wird. Und dann immer ein bisschen Schaden macht. Wenn auch nicht viel, aber man kann ja vorführen, ne, er überlebt ja nicht. Schade. Aber wir haben ja immerhin ein Stück schon mal gemacht an ihm. Und werden jetzt direkt wieder mit Verteidigen anfangen, weil ich befürchte, es kommt direkt der dicke Blast. Oder er kommt nächste Runde. Er kommt nächste Runde, aber das reicht auch aus. Moment, ich bin jetzt schon... Ja, doch, das passt von mir dann her. Und wenn jemand Links posten möchte, bitte vorher Erlaubnis fragen, dann kann ich ein paar mitgeben. Ohne geht das nicht. Das doof ist ja doch, dass wir hier zweimal Grah drin haben und gegen Juggernaut halt Grah so gesehen gar nicht brauchen. Jetzt müssen wir Elimo voll haben. Und dafür mit dem Rest angreifen. dass er wenigstens dabei bleiben würde, dass er immer nur eine Runde lang harte Angriffe macht. Aber er macht alle vier Runden. Aber er macht ja so gesehen... Ich glaube, jetzt sollten wir verteidigen. Sonst nächste Runde. Nächste Runde. Verteidigen wir jetzt nochmal. Dann machen wir zwar so gesehen kaum... Jetzt wäre es halt geil, wenn wir Lillimatter schon gehabt hätten. Du verteidigst. Du setzt schon mal ein, um uns weiter an Statuseffekten zu befreien. Wir hoffen, ob wir das was überleben. Ja, jetzt müssen wir eigentlich hier wieder... Jetzt muss der Heil her. Ich kann Olu halt nicht mal verteidigen. Nein, wir setzen noch keine Cures ein. Die möchte ich mir für den Haupttrupp aufbewahren. Auch wenn ich, glaube ich, gerade gepennt habe und wir jetzt den Mega... den Lapaan Blaster, wie heißt das, bekommen. Nein, Glück ab. Dann kommt der jetzt und wir werden wahrscheinlich jetzt ganz viel auf die Schnauze bekommen. Ja, wir haben jetzt ganz viel auf die Schnauze bekommen, aber wir können halt wenigstens noch versuchen, ein bisschen Schaden mitzugeben. Und ich werde jetzt wirklich alle Items für den Haupttrupp weiter aufbewahren, weil da werden wir den, glaube ich, dringender brauchen. Und man merkt halt echt das Fehlen von Lillimatter hier. Und leider sind wir jetzt auch noch paralysiert, sonst hätten wir halt vielleicht eine Chance, dass... Wobei, der Guardian-Clock bei Luthor funktioniert auch schon wieder nicht mehr. Oh Mann, das läuft gerade echt nicht berauschend. Ah, jetzt mach ihn schon tot, geht doch. Ich glaube, wir sind jetzt wieder in einer Einserrunde. Ich glaube, wir werden trotzdem sicherheitshalber als erstes mal verteidigen. Ja, wir sind wieder in einer Einserrunde gewesen, okay. Kommt schon noch ein Treff auf den Baum. Nein. Hallöchen, Joe. Ja, man merkt die Unterschiede zwischen den Teams gewaltig. Man merkt halt vor allem das Fehlen von Lillimatter, die mir da jetzt auch direkt wieder kaputt geschlagen hat. Super. Nein, wir können jetzt den einsetzen, denn wir werden so oder so den Baum nutzen müssen. Und ich muss auch sagen, von allen Gegnern hier ist Juggernaut der Schlimmste und ich glaube, wir haben jetzt, haben wir schon wieder verzählt? Ja, dann bin ich Aua, die macht ja schon wieder so weit runter. Ja, wir müssen jetzt den Baum einsetzen zum Heilen und da haben Anscheinung, um dem Eingriff zu wiedergehen. Das ist echt schon ein bisschen bekloppt. Und die haben irgendwie, ich habe immer nach unten bewegt. Keiner hat gegadet, na super. Irgendwas stimmt, na gut, sie haben halt alle auch, ich habe gerade einen vollen Baum, aber ich nicht, glaube ich. Ich befürchte aber auch dieser Lauf wird wieder nichts werden und damit war es das dann für heute auch, weil ich keine Lust mehr habe. Ich werde dann morgen, wenn die 6 Sterne Einheiten da sind, die entwickeln und zu sehen, dass ich sie schnell aufgelevelt bekomme und dann auf Super Brave Dust bekriege. Ich glaube, ich habe zwei Runden übersprungen. Das ist jetzt dann wieder passend. Ich habe so gesehen einen übersprungen. Nein, ich war schon weiter hinten. Oder ich war jetzt schon wieder zu weit. War wieder zu weit, so. Aber wir haben den Napalm-Blast von uns aus überlebt. Ich habe schon überlebt. nicht alle überlebt. Nein, was zum... Oh, scheiße. Möchte ich Grah wiederbeleben? Ja, wir brauchen ihn ja. Wohl oder Dübel. Und Joe, ja, du bist zu spät. Du hast gerade vier Niederlagen in Folge verpasst und wirst hier wahrscheinlich die fünfte sehen. Aber immerhin habe ich mittlerweile meine Sphärenfrösche. Es ist immerhin etwas. Auch wenn das schon echt... Ich habe mich vergessen, aber zu klicken. Hm. Loading, mein Freund. Wupp. Wir müssen wieder auf 50 und klicken nicht mehr und 30% achten. Tatsächlich finde ich Abaddon echt nicht so schlimm, wenn man seine Schlüsselstellen kennt und es schafft, zwischendurch die Lebenspunkte zu halten. Wir können jetzt wieder den Baum einsetzen, solange mir Grah nicht wieder weggeschlagen wird. Geht das? So. So. Ah, das Alma im Europa-Vortex da ist, habe ich gesehen. Die werde ich mir auch bald holen, weil die tatsächlich sogar bald einen Nutzen bekommen wird, auf den ich scharf bin. Heil Lilith mal einmal, dann können wir noch eine Runde lang aufs Gesamtheilen verzichten. Denn, äh, ich vermute, dass bald die Elemental Heroes ihre Fünf-Sterne-Form bekommen in der europäischen Version. Und dann ist Alma Arena-tauglich sogar ziemlich gut, denn als Fünf-Sterne-Form hat sie akzeptierbare Statistiken für eine Fünf-Sterne-Form und die meisten Einheiten, die dazu aus waren, sind jetzt ja Fünf-Sterne-Form. Aber vor allem hat sie dann die, äh, brauchst du nur 14 Kristalle zum Brave-Burst auffüllen. Das ist tatsächlich das Beste, was man überhaupt bekommen kann. Es gibt, soweit ich weiß, also es gibt sonst nur Einheiten, die 15 brauchen, aber es gibt keine andere Einheit, die nur, äh, jetzt bedarf ich halt schon ein, nein, ich glaube, wir schaffen es auch. Wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Ja, wir machen nämlich noch nicht so viel dann haben wir zwar sowieso einen Spark, was ich dabei, konnte halt abschätzen, ob wir da runterkommen. Ähm, damit kann man halt sie super in der Arena einsetzen, einfach mehrere von ihr einsetzen mit einer Sephir- oder Artro-Anführerin ist ziemlich stark. Äh, das wäre jetzt immer ein bisschen zu viel Schall, als ich mir gewünscht hätte. Oh, oh, ich glaube, wir sind noch ganz knapp davor. Hoffentlich. Wenn nicht, gucken wir gleich doof. Okay, das passt, glaube ich, dass wir, nein, Lothin sollte ich nicht angreifen, du Idiot. Ich hätte nur Darwin-Shed zuhauen sollen, um ihn unter die, genau, genau deswegen, weil dann sind wir unter 50 Prozent und fangen einmal die Angriffe ab und haben halt Guardian und Meditation, das sollte eigentlich reichen. Und tatsächlich hat es das auch. so zusehen, dass wir an die 30 Prozent rankommen. Tatsächlich habe ich das Gefühl, wir haben letztes Mal irgendwie, äh, äh, deutlich schneller da vorangekommen. Genau weiß ich das auch nicht mehr. Oh, jetzt muss ich den Baum eigentlich schon einsetzen, wobei, nee, muss ich nicht. Dich einfach am Leben. Der Stream laggt jetzt noch, hm. Also, er laggt jetzt nicht mehr, wahrscheinlich, weil jetzt nicht mehr so viele Leute auf Twitch gerade am Gucken sind. Und dann geht das besser. Und, naja, also, ich finde persönlich, für Arena würde ich, ey, hör auf, du hast genug gemacht, finde ich für die passende Ergänzung für Alma nicht unbedingt zwei Saphir. Also, wie gesagt, eine Saphir. Ähm, ich glaube, einmal Lilith können wir so einsetzen. Der Rest verteidigt schon mal. Oh, oh, das wird knapp. Ah, noch nicht sehr gut. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, also, ich würde eine Saphir als Anführerin wegen dem Boni, die sie gibt. Oder sonst, ähm, wie kombinieren wir das? Ja, ist sicher. Oder sonst, äh, oh, und Lodin schon wieder, der sollte es nicht angreifen. Oder sonst, äh, wie gesagt, Atro, weil die halt nochmal einen zusätzlichen Bonus von, ich glaube, HP gibt. Ich habe schon wieder vergessen, nachzugucken. Ich habe nachgeguckt, aber auch das nicht nachgeguckt. Ja, jetzt kommst du hier mit deinem Ding, Deathgate, hoffen wir, dass wir es überleben, ohne Revives zu brauchen. Wir haben nämlich schon viel zu viel verbraucht. Sehr gut, haben wir überlebt. Atro. Ich habe wahrscheinlich wieder die falsche zum Angucken. Ah, ich bin bei 4-Stämme-Form gelandet. Äh, sie gibt genau in HP von Lichteinheiten und ihr Super Brave Burst, Attack und Death, ähm, Super Brave Burst ist nicht so wichtig, aber wichtig ist bei ihr halt die Tatsache, dass man halt nochmal mehr HP hat und damit dann die Stats weiter pusht. So, wir hätten jetzt auch den, äh, den Baum noch einmal, dann können wir bei dem nämlich auf, äh, Super Brave Burst warten. Nehmen wir uns den Licht-Dilementan-Bonus, dann Lodin, Lilith und Darwinshell auf jeden Fall auch mit drauf. Wir müssen Darwinshell für den Wechsel wieder vollbekommen. Ich habe mich schon wieder das Rundenklicken vollkommen vergessen. Also, gehen wir mal zurück und müssen dann raten, wo wir sind. Und jetzt können wir mal den Baum einsetzen. Und alle anderen Brave Burst bewahren wir uns mal auf, weil es ist jetzt ja nicht so schlimm gerade. Aber ich möchte gerne sicherstellen, dass wir dann zumindest am Ansatz von, äh, Max Riddly haben. Ah, das ist alles noch okay. Jetzt mal nur dich ein, um ein bisschen einzuweichen. Dann kriegen wir nämlich nächste Runde mit ihr und Darwinshell kaputt. Und der Rest kann sogar verteidigen. So, Grans, weil Grans offensichtlich gerade paralysiert ist. Und ich jetzt noch nicht den Baum einsetzen will, der wird nächstes Mal fällig. Aber dass die erste Runde von Max Riddly nicht so wehtun wird. Hallo, SunFrance Gaming. Auch dir ein nettes Moin. Oh, das war vielleicht ein bisschen die falsche Tageszeit. Das ist aber, naja. Max Riddly, Hallöchen, meine Liebe. Sehen, wie sehr du mir diesmal wehtun wirst. Hoffentlich haut sie noch einmal auf den Baum drauf, dass wir den voll bekommen. Das wäre geil. Sieht aber nicht so aus. Doch. Gleich das? Werden wir voll? Ja, sehr gut. So, ich habe keine Ahnung, in welcher Phase wir jetzt sind. Das ist... Oh nein, das fällt uns ganz leicht ein bisschen. Ja, super schade eigentlich. So. Wir müssen aber trotzdem heilen, weil... da ist im Bach runtergegangen. Dark Element. Ganz wichtig. Und wir machen da so wenig Schaden. Selbst wenn hier ein Crit-Team ginge und ich mir die bis dann alle Fugies... Oh, Sacred Song 1. Sehr gut. Damit wissen wir ungefähr, wo wir sind. Nämlich hier hinten irgendwo. Also das wäre das Potenzial das Nächste. Nein, er hat Lilith erwischt. Shit, shit, shit. Sie hat Lilith erwischt. Und Gra... Nein. Viel Spaß, Gizmo. Genieß ihn. Ich hätte jetzt auch gerne ein Whisky, gebe ich zu. Aber mehr aus Frust als aus Freude. Und eigentlich hätte ich mit ihr nicht angreifen sollen. Das war dumm. Äh... Hallo, Kion. Erstmal... Saren wird wahrscheinlich innerhalb des nächsten Monats ungefähr kommen. Wäre jetzt meine Vermutung. Okay, das war ein Genesis. Und da war da bei Lillymata dann auch tot. Und die... Ah, das kann ich schon wieder vergessen. Äh... Ich mag prinzipiell gerne holzige Whiskies. Ich bin jetzt leider nicht der große Whisky-Kenner, weil man ein Leben als Auszubildender ist einem nicht erlaubt, sich regelmäßig... Ja, ich kann das schon wieder abbrechen. Regelmäßig Whisky zu kaufen. Aber ich bin prinzipiell Fan von holzigen Whiskies. Ach, der Sandmücke ist das. Ah. Ja, ich weiß, Moin heißt nicht guten Morgen. Aber man sagt Moin ja doch eigentlich schon irgendwie am Anfang des Tages. Obwohl ich kenne genug Norddeutsch, die das an jeder Tageszeit sagen können, ohne Probleme. Äh, Oracle Zebra. Oracle Zebra ist besser als kein Zebra, aber halt auch schlechter als jeder andere Zebra. Und ja, Maxwell bleibt mir leider verwehrt. Ich habe jetzt leider kein großes Stoppzeichen da, um die auszugrauen. Ehh, schade eigentlich. Ich werde dann mal bis morgen mir die... Wobei, sammeln brauche ich eigentlich nicht viel. Uh, da oben ist eine Limater. Von denen nehmen wir tatsächlich sogar an. Weil die werde ich dann mehr für den Stream brauchen. Äh, für den Stream brauchen wir schon für Wechsel. Aber ich bin mit so Matsch im Kopf. Also geht jetzt echt gar nichts mehr. Das wird jetzt das Ende des Streams. Äh, ich werde das Ganze auch auf YouTube hochladen. Das heißt, ihr habt hinterher die Möglichkeit, über mich zu lachen. Äh. Ja. Und wo ich hinkomme? Ich komme aus dem schönen Osnabrück. Bin also halb norddeutscher, halb westfahle. Wir sitzen ja genau dazwischen. Na, Salon Scotch. Ich muss mir das jetzt direkt mal kopieren und mir hinterher bei Google angucken, was genau das ist. Nein. Nicht vor, das Whisky-Wissen... Oder wenig vor, das Whisky-Wissen darüber auszugleichen. Dass ich das dann mal kennenlerne. Und ja, ich muss eindeutig noch auf Millisex-Sterne-Form warten. Das, äh... Da fehlt noch weiter. Ich werde vielleicht über Nacht mich noch mal hinstellen und mir die letzten Sphere Frogs schon mal holen, wobei ich den halt für Maxwell aufbewahren will dann. Weil da lohnt sich der sich halt richtig. Ich wüsste auch nicht, wer den als... Ich könnte... Ich könnte mich auch hinstellen, könnte für die Vine-Stone-Farmen. Das würde sicherlich noch mal helfen. Die Angora-Eiche ist der Norden. Das klingt... Äh... Klingt aus Brasil. Aber ja, Bramsch ist wirklich nicht weit von hier. Das ist so... Halbe Stunde, Stunde Autofahrt oder was? Ähm... Und Kajuna in der europäischen Version... Ich hab ehrlich gesagt keine Lust, die jetzt noch zu spielen. Aber die bekommst du ab, äh... Dem Gebiet, wo auch Zero zu fangen ist, in den Elementargebieten. Das heißt, du musst dann das Dark-Gebiet und den dort fangen. Deswegen war so wichtig, als in der europäischen Version das Event war, wo man sich in Ehrenbeschwörung Pots beschwören konnte, weil die kriegt man erstmal noch nicht. Du wirst bis zum Update warten müssen, bis der Dungeon für die rauskommt. Und solange du das nicht willst, musst du sie halt sehr, sehr aufwendig farmen. So, ich werde jetzt nochmal schauen, wo wir die Quest, das letzte Gebiet haben. Das hatte irgendjemand gerade schon gesagt, ich meine, die hier hatten wir gefunden. Das war, glaube ich, in Liseria. Das nächste müsste, glaube ich, in der Agni-Region irgendwo noch eins sein. Glaube ich. Ne, hier ist nichts. Es kann auch sein, dass das erst in dem nächsten Gebiet kommen wird. Äh, dauert ich nicht hin. Ähm, ja. Und ja, tatsächlich, Bramisch ist auch wirklich nördlich von Osnabrück. So, da haben wir geguckt. Da gucken wir nochmal. Aber das hatten wir. Und hier ist ja sonst nichts. Und hier. Das haben wir auch geklärt. Ich weiß, dass mir irgendwo vorher noch einer fehlt. Ich weiß aber nicht mehr welcher. Doch, genau. Der, of course being, das ist aber der Jelly. Der gibt mir hier nichts hierfür. Der hilft mir da nicht weiter. Und hier vorne gab es ja die Igo Snowfields. Die habe ich halt auch schon erfüllt. Heißt, von denen haben wir dadurch gerne durch. Und, naja, gegen Maxwell keine Chance. Beschreibt das eigentlich schon ziemlich gut. Also, es fehlt da echt noch ein gutes Stück. Ich brauche Darwenschill, sechs Sterne Formen und Lillimata, sechs Sterne Formen und am besten für Darwenschill, damit schon noch den SBB. Damit ich da eine Chance habe. Ja, aber wie gesagt, das ist dann jetzt auch das Ende. Ich bin, äh, Matsche. Vollkommen. Und auch ziemlich frustriert, weil ich es eigentlich gerne geschafft hätte. Wo habe ich jetzt echt die ganze Zeit hingeklickt? Ich will nochmal back. So. Ich danke euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hat Spaß. Äh. Was hat euch gefallen? Soweit ich das sehe, streamt Sebi noch. Also, wer sich noch weiter was angucken will, kann jetzt zu Sebi schalten, sich da noch Minecraft angucken, unter twitch.tv slash sebi.co.life. Also, wer da noch Bock hat, sich was anzugucken, fühlt euch eingeladen, auf euch zu schauen. Kann ich auch mal fix in den Chat posten, wenn ich es dann finde. Ja, dann hat dann jeder, der noch weiter die Uhrzeit unterhalten werden will, kann da gerne reinschauen. Ansonsten wünsche ich euch allen eine gute Nacht. EU-Streamer, äh, ich hab am Anfang hier tatsächlich von der EU-Version einiges gezeigt. Das Problem ist, ich hab die, glaub ich, sogar noch offen. Hm. Ich hab am Anfang was gemacht und ich könnte jetzt wieder was machen und ich habe 24 Energie. Ja, pff. Mit der wenigen Energie brauch ich halt kaum was machen. Da kann ich eine Quest machen und dann kann ich wieder was anderes machen. Da hab ich ehrlich gesagt wenig Bock drauf. Von daher werde ich da, mach ich keinen richtigen Stream für die EU-Version, weil da muss ich am einem Abend irgendwie fünf Gems raushauen, damit ich die ganze Zeit was zu tun hab. Das ist scheiße. Und, äh, ja, ich hab im Tower bisher auch keinen Brave-Burst-Frog gefangen. Ich hab die auch gesehen, aber die bekommen. Ich glaube, man kann die auch nur auf der obersten Stufe bekommen. Hab ich gehört, gerüchteweise. Hab's aber halt auch noch nicht getestet. Ansonsten, ja. Ich beende dann jetzt, beziehungsweise ich lass noch ein kleines bisschen nachklingen. Auto, weil sonst schneidet er mich irgendwo mit einem Satz ab. Wir sehen uns dann bei Gelegenheit wieder. Bis dann, Leute. Macht es gut. Bei Gelegenheit wiederinteressen. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Amen. Amen. Amen.